Das Hochzeitsversprechen, die Hochzeitsflüsterin Buch Fünfter Von Susan Hatler Kapitel 1 Mein immer näher rückender 30. Geburtstag ließ mir klar werden, dass ich dachte, ich wäre inzwischen verheiratet und hätte eine coole Karriere, aber die Arbeit an der Rezeption des Total Fit Fitness Studios und eine weitere Trennung von einem Mann, der den Moment nicht einfach genießen konnte, passten nicht ins Bild. Wenn es etwas gab, das mich der Verlust meiner Mutter gelehrt hatte, dann war es, das festzuhalten, was ich konnte, bevor es mir entglitt. Und ein Vorteil davon, so früh am Morgen zur Arbeit zu kommen, bestand darin, dass ich den riesigen Stapel Post durchgehen konnte, der sich angehäuft hatte. Könnte ich das bei einem stressigen Job in einem großen Unternehmen tun? Ich schätze nicht. Ich schlüpfte hinter den Tresen und schaute mich um, um sicher zu gehen, dass noch keine anderen Angestellten angekommen waren, bevor ich den Batzen Briefumschläge aus meiner Tasche zog. Ich hatte doch genug Zeit, das alles durchzugehen, bevor die ersten Kunden kamen, oder? Wenn es etwas gab, was Fitnessfreaks nicht mochten, dann war es, auf ihren Morgenschweiß warten zu müssen. Besser die als ich, dachte ich mir. Jetzt, wo die Türen entriegelt waren und die Leuchtreklame draußen offen anzeigte, hatte ich ein paar Minuten Zeit, um mich darüber zu informieren, was im Rest meines Lebens so vor sich ging. HMM, wo sollte ich anfangen? Wenn ich schon meinen Morgen damit verbringen musste, meine Post durchzugehen, konnte ich wenigstens mit etwas Lustigem anfangen. Also fing ich an, einen Katalog eines örtlichen Bekleidungsgeschäfts durchzublättern, in dem gerade ein Ausverkauf stattfand. Meine Modeantenne schoss in die Höhe, als ich das entdeckte, was meine neue Arbeitshose sein sollte. Nun, ich würde mein Bankkonto davon überzeugen müssen, dass diese Hose kein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit war. Ich schnappte mir einen Stift und kreiste die schicke Zigarettenhose ein, von der ich wusste, dass sie toll zu einer Bluse passen würde, die sich in meinem Schrank befand. Sie war zwar außerhalb meiner Preisklasse, aber vielleicht könnte ich mich diese Woche von Nudeln ernähren und dafür Geld aus meinem Lebensmittelbudget verwenden, um sie zu kaufen. Eine brillante Idee. Guten Morgen, Carrie, begrüßte mich eine fröhliche, energische Stimme. Guten Morgen, ich hob meinen Kopf und sah Erika Conner, unsere Yoga-Lehrerin, durch die Tür kommen. Sie trug ein grellgrünes Yoga-Ensemble, das in meinen Augen brannte und ich musste mehrmals blinzeln, um wieder klar zu sehen. Wow, das ist wirklich ein Outfit, sagte ich. Ja, das ist es, sagte sie und machte eine spielerische Drehung für mich, bevor sie eine dramatische Pose einnahm. Sie warf ihr tiefschwarzes Haar über eine Schulter, während ich begeistert klatschte. Ich dachte mir, das ist eine sichere Möglichkeit, um meinen Morgenkurs aufzuwecken, oder? Damit wirst du sicherlich keine Probleme haben, erwiderte ich und schaute über ihre Schulter, um zu sehen, wie Kennedy und Steve hereinspazierten. Oh, sieh mal, die ganze Bande ist hier. Guten Morgen, sagte Erika, die sich umdrehte, um unsere Zumba-Lehrerin und unseren Personal Trainer zu begrüßen, die seit einem Jahr glücklich zusammen waren. Wie läuft es, fragte Steve, der neben Erika stehen blieb. Ich warf einen weiteren sehnsüchtigen Blick auf die Zigarettenhose, die ich mir nicht leisten konnte. Vielleicht war das ein Wunschtraum für ein anderes Mal, denn ich musste mich darauf konzentrieren, ein Kleid für die Verlobungsparty meiner Cousine Gina am Wochenende auszusuchen. Prioritäten und so weiter. Kennedy und Steve fingen an, sich spielerisch über eine Wette zu streiten, die sie abgeschlossen und die Steve verloren hatte, aber er wollte eine Revanche. Bei den beiden war nichts anderes zu erwarten. Ich lächelte, als sie innehielten. Wie geht es meinem Lieblingspaar heute Morgen? Sind Josh und ich nicht dein Lieblingspaar? Fragte Erika, eine Hand in die Hüfte gestemmt. Sei kein schlechter Verlierer, Connor, sagte Steve und legte brüderlich einen Arm über Erikas Schulter. Du und Josh seid bezaubernd, Erika, sagte Kennedy, die mit ihrem blonden Pferdeschwanz spielte, während sie sprach. Carrie, kannst du Steve sagen, dass er mir Morgenanmeldungen für jeden Tag der Woche anbieten soll? Das ist genau das, was die Leute heutzutage wollen. Außerdem, du weißt schon, liebe ich die Fahrgemeinschaft. So früh stehe ich nicht an mehr Tagen als nötig auf, entgegnete Steve, schüttelte den Kopf und rollte mit seinen eisblauen Augen. Der Lufterfrischer neben mir zischte mit dem Duft von Eukalyptus und Minze. Nick Zambini, der Besitzer und unser Chef, hatte darauf bestanden, dass Studien zeigten, dass dieser Duft die Mitglieder zum Training motivierte, aber mich erinnerte er nur an Hustensaft. Seltsam. Ich riss einen weiteren Umschlag auf und zog eine Reklame für einen Massagesalon um die Ecke heraus, in der Leute aus der Gegend einen Rabatt bekamen. Ja, wenn ich mir nicht mal eine Hose leisten konnte, ohne mir Sorgen darüber zu machen, war ich mir ziemlich sicher, dass auch eine Massage vom Tisch war. Ich kann nicht glauben, dass wir schon fast ein Jahr zusammen sind und du dir immer noch nicht von mir sagen lässt, was du tun sollst, neckte Kennedy Steve. Schon ein ganzes Jahr? fragte Erika. Diesen Samstag hat er mich seit einem Jahr am Hals, sagte Kennedy, nahm seine Hand und schaute zu ihm auf. Wir gehen zum Konzert der Street Nights, um zu feiern. Als würde ich nicht schon genug davon in deinen Zumba-Kosen hören, sagte Erika lachend. Sie sind meine Lieblingsband, sagte Kennedy und schlug ihre Hände zusammen. Und sie sind nur für einen Abend in der Stadt. Es wäre eine Schande, sie zu verpassen. Außerdem haben wir sie vor einem Jahr auf einem Konzert gesehen, es ist also schon fast eine Tradition. Was ist mit dir? Hast du dieses Wochenende etwas Lustiges vor? fragte Steven Erika gewandt. Josh und ich gehen zu einer Kunstausstellung, antwortete sie nickend. Ich bin gespannt, was es mit dieser neuen Künstlerin auf sich hat. Anscheinend ist sie der letzte Schrei. Was ist mit dir, Carrie? Hast du etwas Lustiges vor? HMM, sagte ich und blickte von einer Pizza-Werbung auf, die ich sabbernd betrachtet hatte. Ich versuchte die beste Route auf meinem Heimweg herauszufinden, um mir die größte Pizza Hawaii zu besorgen, die ich tragen konnte. Ich gehe dieses Wochenende zu einer Verlobungsfeier, murmelte ich, wobei ich mit einer Hand wedelte. Meine Cousine heiratet. Die Hochzeit ist bald, aber sie will, dass wir zweimal zusammenkommen. Ich liebe Hochzeiten, sagte Erika verträumt. Kennedy schnaubte. Ja, ich erinnere mich noch, als du nicht so begeistert warst, zu einer Hochzeit zu gehen. Stimmt, sagte ich, als ich mich daran erinnerte, wie Erika ihren jetzigen Freund Josh als Fake Day zu einer Hochzeit mitgenommen hatte, um vor der Mutter eines Ex-Freundes ihr Gesicht zu wahren. Es war eine komplizierte und dramatische Situation, aber sie schien jetzt mit Josh glücklich zu sein. Nicht, dass ihre starken Gefühle für immer anhalten würden. Mein Vater hatte nach dem Tod meiner Mutter gerade mal vier Monate gebraucht, um wieder zu heiraten. Bei dem Gedanken daran krampfte sich mein Magen zusammen, wie es immer der Fall war. Fünf Jahre später und noch immer konnte ich es bei Feiertagen oder Hochzeitsveranstaltungen nur kurze Zeit in der Nähe meines Vaters und seiner Frau aushalten. Hast du ein Date für die Verlobungsparty, Carrie? fragte Kennedy. Ich schüttelte den Kopf. Nein. Was ist mit Gavin? fragte Erika. Ich blickte nicht von der Pizza-Broschüre auf, die ich genauestens inspizierte. Wir haben uns getrennt, erwiderte ich schulterzuckend. Es hat nicht mehr funktioniert. Er wollte eine ernstere Beziehung, also war es Zeit, weiterzuziehen. Du wirst nie sesshaft werden, oder? bemerkte Kenny in neckendem Tonfall. Wie viele Trennungen gab es seit letztem Jahr um diese Zeit? Zu viele, um sie zu zählen, sagte ich, während ich mich fragte, ob hier irgendwo eine Reklame für Partnervermittlung gab. Vielleicht könnte ich Hilfe brauchen, um die richtige Person zu finden. Ehrlich gesagt wusste ich, dass ich Männer wegen meines Vaters Wextis. Wie konnte ein scheinbar so liebevoller Ehemann so schnell weiterziehen? Ich war mir sicher gewesen, dass die Beziehung meiner Eltern wahre Liebe gewesen war, aber anscheinend nicht. Wen kümmerte es schon, dass ich allein zu Ginas Verlobungsfeier ging? Ich war lieber auf mich allein gestellt, als von jemandem abhängig zu sein, der mich im Stich lassen würde. Zu meiner Erleichterung fingen alle an, über etwas anderes zu reden, und ich konzentrierte mich auf die Post. Ganz unten im Stapel lag ein Umschlag, der so klein war, dass ich ihn fast übersehen hätte. Ich riss ihn auf, lass die Zeilen und dann rutschte mir das Herz in die Hose. Der Brief war von meinem Vermieterkat, dem das viktorianische Haus gehörte, das in vier Wohneinheiten umgewandelt worden war. Nach kurzem Lesen wusste ich, dass er meine Miete nächsten Monat erhöhen würde. Was zum? Uck, die Miete, die ich aktuell zahlte, konnte ich mir wegen meines jämmerlichen Gehaltschecks schon kaum leisten. Das letzte Mal, als ich meinen Chef um eine Gehaltserhöhung gebeten hatte, hatte Nick mir gesagt, dass ich für meine Stelle als Empfangsdame die Obergrenze erreicht hätte. Es hätte keinen Sinn, Nick um mehr Gehalt zu bitten, nachdem es kaum geschafft hatte, ihm vor ein paar Monaten eine Lebenshaltungskosten-Gehaltserhöhung abzuschwatzen. Das war eine Katastrophe. Erika sah mich an und runzelte die Stirn. Was ist los, Carrie? Nichts, ich, ich seufzte in dem Wissen, dass es keinen Sinn hatte, es zu verbergen, da die Wahrheit irgendwann ans Licht kommen würde. Ich musste für jeden, der durch die Eingangstür kam, mein Pokerface aufsetzen, aber das waren meine engsten Freunde. Zu ihnen konnte ich ehrlich sein, wenn schon zu sonst niemandem. Es ist ein Brief von meinem Vermieter, erklärte ich und hielt das ärgerliche Stück Papier hoch. Er erhöht meine Miete. Ich weiß nicht, wie ich mir das leisten soll. Auf keinen Fall, sagte Kennedy, nahm mir den Brief ab und sah ihn sich an. Es muss doch etwas geben, was du dagegen tun kannst, oder? Mein Vertrag läuft aus, also bezweifle ich das, murmelte ich, wobei ich spürte, wie sich ein Knoten in meiner Brust bildete. Hatte es überhaupt einen Sinn, mit Kat zu diskutieren? Er war schon immer ein dickköpfiger Mann gewesen und außerdem war die letzte Erhöhung schon eine Weile her, also hätte ich vielleicht mit so etwas rechnen müssen. Können wir irgendwie helfen? Fragte Steve mit gerunzelter Stirn. Habt ihr Geld herumliegen, das ihr nicht braucht? Scherzte ich. Nicht auf meinem Bankkonto, sagte Kennedy und gab mir kopfschüttelnd den Brief zurück. Es tut mir leid, Carrie. Was wirst du jetzt tun? Hoffentlich schickt mir jeder in meiner Familie 100 Dollar zu meinem 30. Geburtstag, scherzte ich. Vielleicht sollte ich jetzt schon Andeutungen machen und ihnen sagen, dass ich mehr Geld statt eines T-Shirts will oder so. Oh, ich habe vergessen, dass du bald 30 wirst, sagte Erika aufgeregt. Lasst uns ein Gruppending in der Oase machen, um dich von deinen Problemen abzulenken. Das könnte lustig werden. In diesem Moment konnte ich nur daran denken, wie ich meine erhöhte Miete im nächsten Monat bezahlen würde. Ich war fast drei Jahrzehnte alt und dachte, ich hätte meine Finanzen inzwischen im Griff. Ehrlich gesagt hatte ich immer gedacht, dass ich ein Haus besitzen und verheiratet sein würde, was mich an etwas erinnerte. Mein 30. Geburtstag, sagte ich, als mir alles wieder einfiel. Das stimmt, sagte Kennedy, die ein wenig herumtanzte. Wir müssen Pläne für dieses große Ereignis machen. Es sei denn, sie hat schon Pläne, sagte Steve und stupste seine Freundin an. Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich habe mich nur an ein Versprechen erinnert, das mit dem 30-Werden zu tun hat. Als ich 15 war, fanden mein bester Freund und ich, dass 30 sich so alt anhört. Jetzt sind wir die Angeschmierten, oder? Jedenfalls haben er und ich uns versprochen, dass wir einander heiraten, wenn keiner von uns bis 30 verheiratet ist. Das ist so romantisch, schwärmte Kennedy, die Hände vor der Brust verschränkt. Ich wähle heute unser Wort des Tages, Leute. Es wird sein, romantischster. Romantischster? fragte Erika lachend. Ja, sagte Kennedy und nickte. Da Carrie total romantisch sein und losziehen wird, um diesen Kerl an ihrem 30. Geburtstag zu heiraten. Ey, wenn ich ihn finden kann, warf ich ein, wobei ich ein wenig lachte. Warum, was ist mit ihm passiert? fragte sie. Er ist weggezogen. Kurz nachdem wir uns das Versprechen gegeben hatten, antwortete ich und erinnerte mich daran, wie erschüttert ich gewesen war, dass Lukas nach Südkalifornien zog. Nachdem sich seine Eltern hatten scheiden lassen. Wow, das ist schon so lange her, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Lukas Carter mich angelächelt hatte, als wir unsere kleinen Finger beieinander einhakten und versprachen, immer füreinander da zu sein. Es war jedoch ein albernes Versprechen zwischen Kindern gewesen, als die 30 weit weg schienen und der Gedanke, in diesem Alter Single zu sein, geradezu unmöglich erschien. Wie sich herausstellte, nicht so sehr. Als ich ein Kind gewesen war, hatte er nebenan gewohnt und wir beide hatten unsere Sommer damit verbracht, miteinander zu spielen und abzuhängen. In der 9. Klasse hatten die Mädchen angefangen, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, aber er schien es nicht zu bemerken. Ich lächelte, als ich mich an diese haselnussbraunen Augen, diesen schlanken Körper, dieses zerzauste dunkle Haar und das Versprechen erinnerte, das wir uns gegeben hatten. Das alles schien jetzt so weit weg zu sein. Ich wusste nicht, was mit ihm passiert war. Wir haben uns vor langer Zeit aus den Augen verloren, sagte ich mit einem Seufzer. Nun, man weiß nie, was passiert, entgegnete Kennedy achselzuckend. Vielleicht taucht er an deinem 30. Geburtstag auf und will dich heiraten. Das wäre sehr romantischster. Wirst du romantischster sein, Steve? fragte Erika. Wir werden sehen, was passiert, sagte Steve mit einem lässigen Schulterzucken, das mich überraschte. Er hatte immer genauso viel Angst vor der Ehe gehabt wie ich. Ja, wir werden sehen, Kennedy klimperte mit den Wimpern, bevor sie sich mir zuwandte. Aber für Carrie wird es romantischster sein, wenn ihr Mann all die Jahre auf sie gewartet hat. Ich bin mir sicher, dass er dieses Versprechen längst vergessen hat, sagte ich, wobei ich das unbehagliche Gefühl bemerkte, das mir dieser Gedanke bereitete. Lukas und ich waren einmal wichtig füreinander gewesen und der Gedanke, dass er vergessen hatte, was wir miteinander geteilt hatten, fühlte sich falsch an. Nicht, dass es noch wichtig wäre. Glaub mir, er ist wahrscheinlich schon verheiratet und hat drei Kinder. Vielleicht hat er all die Jahre damit verbracht, sich nach der zu verzehren, die ihm durch die Finger geglitten ist, erwiderte Kennedy und legte den Kopf schief, als würde sie sich vorstellen, wie schön dieses fiktive Szenario sein könnte. Und an deinem 30. Geburtstag trefft ihr euch auf dem Empire State Building, er greift nach deiner Hand und du weißt einfach, dass er der Richtige ist. Du denkst an Schlaflos in Seattle, merkte ich an. Das wäre so romantisch, sagte sie. Wenn es nicht nur ein Film wäre, meinst du, meinte ich lächelnd und schüttelte den Kopf. Was ist eigentlich mit Meg Ryan passiert, fragte Erika, als der erste Kunde hereinkam. Guten Morgen, sagte ich und lächelte den Mann an, der seine Fitnessstudio-Karte an den Scanner hielt, bevor er mir zunickte und nach hinten ging, um zu trainieren. Zeit, an die Arbeit zu gehen, verkündete Steve, wobei er in meiner Richtung nickte. Viel Glück, Carrie, sagte Erika mit hochgezogenen Augenbrauen. Es wird alles gut, versprach Kennedy und legte mir im Vorbeigehen eine Hand auf die Schulter. Danke, sagte ich, bevor ich auf den Brief in meiner Hand hinunterblickte, der mich daran erinnerte, womit ich es gerade zu tun hatte. Ich musste mehr Geld verdienen, und zwar bald. Ja, die Erinnerung an mein Kindheitsversprechen hatte mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, aber ich konnte mich nicht länger damit aufhalten. Damals war ich ein naives Mädchen gewesen und jetzt lebte ich in der realen Welt. Ich musste meinen besten Freund aus der Kindheit aus meinen Gedanken verbannen. Ich musste mir alles aus dem Kopf schlagen, bis auf die Frage, wie ich mehr Geld verdienen konnte, um meine lächerlich hohe Miete zu bezahlen. Und mir diese Pizza auf dem Heimweg zu leisten. Kapitel 2 Während ich auf dem Flussschiff für Guinas und Chris' Verlobungsparty stand, konnte ich mir nichts Romantischeres vorstellen, als einen Abend mit all den Menschen zu verbringen, die man liebt und auf dem ruhigen Wasser des Sacramento River zu gleiten, während der Vollmond am Himmel steht. Lichterketten schmückten das Deck und tauchten alles um mich herum in einen sanften, romantischen Lichtschein. Es war perfekt für, naja, Paare. Das ist gut, sagte ich zu mir selbst, als ich einen Schnappschuss meiner sanft beleuchteten Umgebung machte, während die Gäste auf das Schiff strömten. Ich machte noch eine Aufnahme, diesmal eine Langzeitbelichtung, um sicherzustellen, dass die Lichterketten im Hintergrund unscharf erschienen. Da Guinas Fotograf in letzter Minute abgesprungen war, hatte ihre Mutter mich gebeten, statt Essen einzuspringen, da ich eine gute Kamera hatte und sie gerne benutzte. Niemand sagte Nein zu Tante Elaine, der Schwester meines Vaters, die den Leuten ihren Willen mit hohen Erwartungen aufzwang. Kein Druck oder so. Sie lud auch die Verantwortung für den Nachtisch auf mich ab, unter der Behauptung, das sei die Pflicht der Trauzeugin. Ehrlich gesagt fragte ich mich, ob Tante Elaine Gina gezwungen hatte, mich zur Trauzeugin zu machen, weil sie wusste, dass sie mich besser herumkommandieren konnte als Guinas andere Brautjungfern Christen, Rachel und Ellen. Eine Theorie, die ich sehr plausibel fand, so wie ich meine Tante kannte. Als ich meinen Hals reckte, um einen besseren Blick auf die Gäste zu werfen, kam jemand auf mich zu und packte mein Handgelenk, woraufhin ich nach Luft schnappte. Ach! Oh, Carrie! Es ist soweit, rief Gina, die meinen Arm so festdrückte, dass ich dachte, sie könnte mir einen Knochen brechen. Du hast mich erschreckt, sagte ich, presste eine Hand auf meine Brust und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Mein ganzes Leben lang habe ich auf diesen Tag gewartet und jetzt ist er endlich da, schwärmte sie, wobei sie quietschend in ihren High Heels auf und absprang. Ich wollte sie darauf hinweisen, dass der Hochzeitstag noch nicht gekommen war, dass dies nur die Verlobungsfeier war und die Heirat keine Garantie dafür war, dass der eigene Ehemann nicht drei Monate, nachdem man ins Gras gebissen hatte, eine andere Frau heiratete, aber ich glaubte nicht, dass die Realität hier hilfreich wäre. Außerdem hatte ich gestern Abend in meinem Poststapel einen Artikel aus einer Zeitschrift gelesen, in dem dieses Verhalten als zukünftige Brautsyndrom bezeichnet wurde. Das zukünftige Brautsyndrom sollte anscheinend behutsam behandelt werden. Zu den Symptomen gehörten schrilles Quietschen, ungewollte körperliche Gewalt, panische SMS an die Brautjungfer nach Mitternacht und im Grunde flippte die Braut die ganze Zeit aus. In diesen Momenten musste die Trauzeugin versichern, dass alles perfekt sein würde und dass die Braut etwas Besonderes war. Die Party ist perfekt und im Zeitplan, sagte ich und versuchte, mich an alles zu erinnern, was in dem Artikel über meine Pflichten als Trauzeugin gestanden hatte, während ich meinen Arm vorsichtig aus ihrem Griff befreite. Ich hatte jetzt keine Zeit, in die Notaufnahme zu gehen, nicht wenn Tante Elaine gute Fotos von mir erwartete. Das wird dein Tag, Gina, und du hättest dir keinen besseren zukünftigen Ehemann als Chris aussuchen können. So war, sagte Gina und rollte mit den Augen. Kaum zu glauben, dass ich so viele Jahre mit George verschwendet habe, obwohl Chris die ganze Zeit direkt vor meiner Nase war. Hast du dich um den Nachtisch gekümmert? fragte sie, wobei ihre Augen groß wurden. Keine Sorge, ich habe den Kup-Kake-Turm von Berniers Bäckerei abgeholt, genau wie du es wolltest, antwortete ich und deutete auf den Dessertisch hinter mir. Dabei ließ ich jedoch die Tatsache aus, dass ich auch einige der epischen Schoko-Marshmallow-Fudge-Riegel der Bäckerei mitgenommen hatte, die es schwierig machen könnten, in mein Brautjungfern-Kleid zu passen. Egal. Das war es auf jeden Fall wert. Es ist wunderschön. Berniers Bäckerei macht die besten Kup-Kakes in der Stadt, schwärmte sie und umklammerte wieder meinen Arm, sodass ich vor Schmerz zusammenzuckte. Pass nur auf den Essenstisch auf und lass Chris, Tante Agatha, nicht den ganzen Wein in Beschlag nehmen. Ähm, okay, murmelte ich, wobei ich mich fragte, wie ich Tante Agatha vom Wein abhalten sollte, wenn sie zweimal so viel wog wie ich und mich mit einem Blick vernichten konnte. Du bist eine Lebensretterin, Carrie. Du hast sogar den Tortenaufsatz genau so hinbekommen, wie ich ihn haben wollte, sagte sie und lächelte die beiden Miniaturfiguren an, eine von Gina und eine von Chris auf einem Knie. Sie winkte jemandem über meine Schulter zu. Ich drehte mich um und sah eine zierliche, brünette Frau auf uns zukommen. Sie hatte ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht, das fast hinter dem großen Blumenstrauß verschwand, den sie in der Hand hielt. Ich trat vor, um ihr damit zu helfen. Sie schenkte mir ein Lächeln, bevor sie sich an Gina wandte. So, das ist der Letzte. Vielen Dank, sagte Gina, als ich den Strauß auf den langen Tisch stellte, auf dem das Essen und die Getränke standen. Katie Ellis, das ist meine Cousine und Trauzeugin, Carrie Clark. Carrie, das ist Katie. Ihr gehört der Blumenladen Goldrauschblumen und sie ist für die wunderschönen Blumenarrangements verantwortlich. Die Tafelaufsätze sind wunderschön, sagte ich und trat vor, um ihr einige der Fotos zu zeigen, die ich gemacht hatte. Währenddessen ging Gina los, um eine Freundin zu begrüßen. Du bist so talentiert. Danke, Carrie. Diesen Laden zu besitzen ist mein Traumjob, sagte sie, während sie sich die Bilder ansah. Wow, wo wir gerade von Talent sprechen. Bist du professionelle Fotografin? Das ist nur ein Hobby von mir. Ich helfe Gina und plane, ihr ein Album als Hochzeitsgeschenk zu machen. Ich strich mir mit den Fingern über die Haare, denn ich hatte mir vorhin Locken gemacht und wollte Tante Elaine keinen Anlass geben, mein Aussehen zu kritisieren, so wie sie es mit Gina über die Jahre hinweg getan hatte. Die Fotos sehen toll aus, bemerkte Katie. Ich lächelte, dankbar für das Kompliment. Danke. Weißt du was? fragte Katie, deren Gesicht sich aufhellte. Ich brauche Inhalte für meinen Social Media Business Account. Offenbar ist es gut, eine Online-Präsenz zu haben. Ich habe mir überlegt, jemanden zu engagieren, und vielleicht könntest du das machen? Ich strahlte sie an. Ich würde dir gerne helfen. Wir tauschten Nummern aus und versprachen, uns bald zu treffen, um die Details zu besprechen. Bist du heute Abend allein? fragte sie. Ich nickte. Ja, ich habe mich kürzlich von jemandem getrennt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für Deling gemacht bin. Sie hob eine Augenbraue. Was meinst du? Der Typ, mit dem ich zusammen war, wollte mehr, als ich ihm geben konnte. Was ist falsch daran, einfach Zeit miteinander zu verbringen und Spaß zu haben? Katie lachte. Meinst du das ernst? Das klingt nach Rollentausch. Das ist mein voller Ernst, sagte ich schulterzuckend. Nach nur wenigen Wochen hat er mir ein Ultimatum gestellt, entweder wir fangen an, über die Zukunft zu reden, oder es ist vorbei. Ich habe mich für vorbei entschieden. Er war nett und so, aber ich glaube, seine Uhr hat getickt. Du bist witzig, sagte Katie, die vor Lachen prustete. Es war wohl die richtige Entscheidung, nicht mehr zu daten, seit mein Mann gestorben ist. Das tut mir so leid, sagte ich und berührte ihren Unterarm, denn ich wusste, wie schwer es war, jemanden zu verlieren, den Mann liebte. Meine Mutter war vor fünf Jahren gestorben und ich konnte mich immer noch nicht dazu durchringen, ihr Grab zu besuchen. Viel zu schwer. Ich schüttelte bei dem Gedanken den Kopf. Danke, Carrie, sagte sie und berührte sanft meine Hand. Es ist vier Jahre her und ehrlich gesagt kann ihm niemand das Wasser reichen. Hattest du auch so eine Beziehung, eine große Liebe? Ich wollte schon den Kopf schütteln, aber dann dachte ich an ihn. Ich hatte Lucas Carter nicht mehr gesehen, seit er vor fast 15 Jahren aus meiner Nachbarschaft weggezogen war. Aber unsere Verbindung war stark gewesen. Lukas, murmelte ich, mehr zu mir selbst. Oh, fragte Katie. Wer ist Lukas? Jemand, den ich aus meiner Kindheit kenne, erklärte ich und dachte daran, wie viele Mädchen in ihn verknallt gewesen waren, als wir in die Higgs-Schul kamen. Wir sind praktisch zusammen aufgewachsen, weil er neben mir wohnte. Sein Schlafzimmerfenster lag gegenüber von meinem. Ich begann meinen Tag, indem ich ihm zuwinkte, und beendete ihn, indem ich ihm winkend gute Nacht wünschte. Das schien einfach normal zu sein. Mir wurde erst klar, wie viel er mir bedeutete, als er nicht mehr da war. Seitdem habe ich nicht mehr mit ihm gesprochen. Hast du jemals versucht, ihn zu finden? Fragte sie, die Faust unter das Kinn gelegt. Ich habe einmal in den sozialen Medien und im Internet gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden, antwortete ich. Ich fühlte mich dumm, das zugegeben zu haben, aber Katie hatte eine angenehme Art an sich, bei der ich mich sicher fühlte, ihr alles zu sagen. Willst du etwas Lustiges hören? Als wir 15 waren, haben wir uns versprochen, dass wir einander heiraten, wenn wir mit 30 noch Single sind. Das ist so süß, sagte Katie und legte eine Hand auf ihr Herz. Wie alt bist du? Eigentlich fast 30, erwiderte ich, wobei ich über die Ironie lachte. Aber er ist weg. Ich bezweifle, dass ich ihn jemals wiedersehen werde. Plötzlich kam mir die Erinnerung in den Sinn, wie er den letzten Karton von der Veranda hob und zum Umzugswagen ging. Wenn er weg ist, dann war er nicht der Richtige, sagte sie mit einem Nicken. Wir finden immer zu den Menschen zurück, die für uns bestimmt sind, fuhr sie fort, wobei ihr Blick auf etwas hinter mir hängen blieb. Ich seufzte. Sind es meine Haare? Ich habe mich irgendwie beeilt, mir Locken zu machen. Sie schüttelte den Kopf. Sollte der Hund dort sein? Ich drehte mich um und sah einen vertrauten Hund, den Miniaturbiegel einer Brautjungfer, der auf seinen Hinterbeinen stand und mit seinen Knopfaugen auf die oberste Schicht der Torte starrte. Obwohl er kein Englisch sprechen konnte, wusste ich genau, was er dachte. Chester, sagte ich und fragte mich, warum in aller Welt Rachel ihren Hund zu einer abendlichen Schiffsreise mitnahm. Ich trat näher an den Tisch heran. Denk nicht mal dran, Kumpel. Ich hatte schon viele Geschichten über diesen schelmischen Hund gehört, unter anderem über einen Tiersitting, Vorfall und eine zerkaute Haarbürste, die damit endete, dass die andere Brautjungfer, Ellen, ihren zukünftigen Ehemann beim Tierarzt kennenlernte. Chester schien meine Warnung als Herausforderung aufzufassen, denn seine kleinen Augen funkelten förmlich, als er den Tortenaufsatz ins Maul nahm und davonrannte. Nein, kreischte ich, als ich ihm hinterherlief, wobei ich zwischen den Gästen hindurch huschte. Trotz meines Jobs im Fitnessstudio trainierte ich nicht viel und wurde von einem winzigen Biegel abgehängt. Aus. Bleib stehen. Chester verschwand zwischen einem Meer von Beinen. Mein Blick schweifte umher, bis ich ihn auf der anderen Seite des Decks entdeckte. Da ich wusste, dass ich ihn einholen musste, bevor er der zukünftigen Braut den Abend verdarb, sprintete ich so schnell wie möglich los. Plötzlich stellte sich mir eine Gestalt in den Weg. Was zum, mein Mund weitete sich, als ich gegen eine massive Brust prallte, was den mysteriösen Gast und mich auf den Holzboden fallen ließ. Ich landete mit Schwung auf der Seite. Uff. Nachdem ich ein paar Sekunden, während derer ich mich orientierte, setzte ich mich auf und starrte entsetzt auf einen Mann, der sich gerade vom Boden hochstemmte. Das Erste, was mir auffiel, war, dass der Typ heiß war. Seine zerzausten, dunklen Haare fielen ihm in die Stirn und seine vertrauten haselnussbraunen Augen trafen meine. Er blinzelte mich an. Carianne? Mein Herz schlug einen Salto in meiner Brust. Es gab nur eine Person, die mich jemals bei diesem Namen genannt hatte. Er hatte mich erkannt, bevor ich ihn erkannt hatte, Lucas Carter. Lucas? fragte ich, während mein Puls in die Höhe schoss. Bist du das? Höchstpersönlich, sagte er, stand auf und bot mir seine Hand an, um mir aufzuhelfen, während ich den Gurt der Kameratasche um meine Schulter legte. Schön zu wissen, dass du mich nicht ganz vergessen hast. Nein, ich, ich starrte ihn überrascht an und fragte mich, ob ich wach war oder träumte. Ein Schmerz in meiner Seite verriet mir, dass meine zukünftigen Blutergüsse nicht aus einem Traum stammten. Autsch! Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ich auch, sagte er, wobei er Anstalten machte, mich zu umarmen. Der Moment war etwa zwei Sekunden lang unangenehm, bevor die Vertrautheit unserer Kindheit zu mir zurückkam. Er roch noch genauso wie damals, nach Sandelholz mit einem Hauch von Sommer. Ich atmete tief ein. Es war, als käme ich nach Hause. Moment, klammerte ich mich ein wenig zu fest an ihn. Meine Wangen wurden heiß. Ich trat einen Schritt zurück und er stupste mich mit seiner Schulter an. Plötzlich merkte ich, dass ich Chester vergessen hatte, der nirgends zu finden war. Wo ist er hin, fragte ich mit einem Stöhnen. Ich habe einen Hund verfolgt. Lukas hob eine Augenbraue. Es gibt hier einen Hund? Das Geheimnis wird immer größer. Er ist ein schelmischer Miniaturbiegel und hat den Tortenaufsatz gestohlen. Ich wusste sofort, wie lächerlich das klang, als ich die Worte aussprach. Glaub mir, es wäre eine Katastrophe, wenn die zukünftige Braut davon erfährt. Und wenn ihre Mutter es herausfände. Meine Güte. Ein Hund hat deinen Tortenaufsatz gestohlen, fragte er mit zuckenden Mundwinkeln. Er streckte eine Hand aus und legte sie mir auf den unteren Rücken. Wir sollten ihn lieber suchen gehen. Wir? Mein Bauch schlug einen kleinen Salto. Das ist lieb von dir, dass du mir hilfst, sagte ich, trat einen Schritt vor und genoss das sanfte Gefühl seiner Hand auf meinem Rücken. Ich konnte nicht widerstehen, einen Blick auf ihn zu werfen. Als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, war er ein Schlagsiegerjunge von 15 Jahren gewesen. Jetzt war er zu einem großen, breitschultrigen Mann herangewachsen, der nur aus Muskeln zu bestehen schien, wenn der Aufprall auf seine massive Brust ein Hinweis darauf war. Wir waren schon immer ein tolles Team, sagte er, wobei er so beiläufig sprach, als wäre keine Zeit vergangen. Ja, das waren wir, stimmte ich zu und schaute nach vorne, wo ich den schwarz-weißen Hund in der Ferne entdeckte. Er saß neben seiner Besitzerin, einer hochschwangeren Frau, mit dem Tortenaufsatz im Maul. Ich eilte auf Rachel zu, die müde und erschöpft aussah. Hi, Rach. Hey, Carrie, sagte sie und legte eine Hand an ihre Stirn, wobei ihr Ehering an ihrem linken Ringfinger funkelte. Hast du Noah gesehen? Ich habe deinen Mann nicht gesehen, antwortete ich und warf einen beiläufigen Blick auf Lukas' linke Hand, um zu sehen, dass sein Ringfinger nackt war. Interessant. Nicht, dass mir Lukas' Familienstand wichtig sein sollte. Außerdem könnte er trotzdem eine Freundin haben. Oder sogar verlogt sein. Ich schüttelte den Kopf. Reiß dich zusammen, Carrie. Rach, dein Hund hat Ginas Tortenaufsatz gestohlen. Chester, bitte sag mir, dass du das nicht getan hast, rief Rachel und sah ihren Hund an, der ein leises Winseln von sich gab. Chester schien die drohende Gefahr zu wittern und wollte wieder abhauen, aber Lukas reagierte schnell. Mit schnellen Reflexen schnappte er ihm den Tortenaufsatz aus dem Maul. Das tut mir wirklich leid, sagte Rachel, stieß einen langen Seufzer aus und legte ihre Hand auf ihren runden Bauch. Er hat sich durch das Baby etwas vernachlässigt gefühlt. Wir haben versucht, ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken, deshalb haben wir ihn heute Abend mitgebracht. Ja, das machte absolut Sinn. Nicht. Das ist völlig in Ordnung, sagte ich und versuchte, nicht über die Ausrede zu lachen, die sie für ihren schelmischen Welpen gefunden hatte. Dieser Hund war schon immer ein kleiner Schlingel gewesen. Wir sehen uns später. Als wir weggingen, reichte Lukas mir den Tortenaufsatz, den ich säuberte und desinfizierte, bevor ich ihn wieder auf die Torte setzte. Als ich fertig war, sah ich Lukas neben dem Essens- und Getränketisch auf mich warten. Mein Bauch schlug einen Salto. Weiß, fragte er, wobei er mir ein Glas Wein reichte. Klar, danke, sagte ich und merkte, dass dies der erste Moment war, in dem ich mich entspannen konnte, seit ich an Bord des Schiffes gekommen war. Wir gingen nach draußen auf das Deck, stellten uns an die Reling und schauten auf den Fluss hinaus. Wunderschön. Du bist Hochzeitsfotograhin, fragte er, den Zeigefinger auf die Kameratasche gerichtet. Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich tue Gina nur einen Gefallen. Ich arbeite als Empfangsdame in einem Fitnessstudio in der Innenstadt. Nicht so aufregend. Nicht, fragte er. Ich hatte keine Ahnung, was ich darauf antworten sollte. Meistens langweilten sich die Leute und beendeten das Gespräch, wenn sie merkten, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiente. Na ja, es ist nur viel Begrüßen der Gäste und Papierkram, sagte ich achselzuckend, während ich mir eine Strähne meines roten, gelockten Haars hinter ein Ohr strich. Er neigte den Kopf zur Seite. Du hast dich verändert, Carrie Ann. Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden. Auf eine gute oder schlechte Art? Ist das überhaupt eine Frage? Komm schon, sieh dich an, sagte er kopfschüttelnd. Ganz erwachsen und schöner denn je. Du siehst auch großartig aus, erwiderte ich mit dem Gedanken, das sei die Untertreibung des Jahres. Das ist das Kompliment, auf das ich 15 Jahre lang gewartet habe, sagte er lächelnd. Ich rollte mit den Augen. Er war immer noch der scherzhafte Junge, den ich in Erinnerung hatte. Nur war er jetzt ein Mann. Ein sehr gut aussehender Mann, der mich anstarrte. Schluck. Wie läuft es bei dir, fragte ich so beiläufig wie möglich, auch wenn ich alles über ihn wissen wollte. Er lächelte. Ich bin erst letzten Monat nach Sacramento gezogen. Hast du einen guten Ort zum Wohnen gefunden, fragte ich, denn die Gegenden hier in der Umgebung reichten von städtisch über ländlich bis hin zu Flussnähe. Ich wohnte sogar in der Nähe des Parks, wo wir aufgewachsen waren. Ich würde dir mein Gebäude empfehlen, aber mein Nachbar würde dich vergraulen. Er gluckste. Wirklich, warum? Also, da ist dieser Typ, der direkt nebenan wohnt, erklärte ich und nahm einen Schluck von meinem Wein, um die Erinnerung an meinen neuen Nachbarn zu dämpfen. Ich habe ihn zwar noch nicht offiziell kennengelernt, aber der Nachbar auf der anderen Seite sagt, er sei ganz nett. Aber er macht Musik mit der höchstmöglichen Lautstärke. Das Plink-Plink-Plink ist so hart für die Ohren, dass ich vielleicht spezielle Ohrstipsel bestellen muss. Lukas sah plötzlich interessiert aus. Musik? Was spielt er denn? Meistens originale Sachen und ein paar Cover- oder Cover-Versuche, aber er ist laut, sagte ich, weil ich nicht glaubte, diesen Punkt genug betonen zu können, um mein Leiden in den letzten Wochen zu beschreiben. Vor etwa einem Jahr dachte ich, ich hätte einen lauten Nachbarn, aber dieser hier lässt ihn leise wirken. Dieser Typ ist schon vor Sonnenaufgang wach und sein einziges Ziel ist es, meinen Ohren Schmerzen zu bereiten. Ich meine, warum spielst du Musik, bevor die Sonne überhaupt aufgegangen ist, Kumpel? Ein seltsamer Ausdruck ging über sein Gesicht. Vielleicht muss er tagsüber arbeiten. Oder vielleicht kann er uns einen Gefallen tun und seine Gitarre wegwerfen, sagte ich und kicherte über meinen eigenen Scherz. Ich hatte eindeutig nicht genug Schlaf bekommen. Ich bin überrascht, dass er nicht taub geworden ist, wenn er den Ton so laut auftritt. Wenn du Ringe unter meinen Augen siehst, weißt du, wem du die Schuld geben kannst. Zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine Falte. Das ist schade, meinte er. Im Ernst, es war hart, zuerst der Lärm und jetzt die erhöhte Miete. Lukas wollte definitiv nicht in meinem Haus wohnen. Aber vielleicht würde er mir anbieten, meine Trommelfälle zu retten, so wie er den Tortenaufsatz gerettet hatte. Das wäre nett. Und dann gibt es noch dieses eine Lied, das er immer wieder spielt, vielleicht sein Lieblingslied, und das sich anhört, als würde ein Kindergartenkind versuchen, seine Gitarre zu stimmen. Plink, 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 sagte ich und hatte das Gefühl, dass ich das Lied besser klingen ließ, als es in Wirklichkeit war. Ich verstehe, murmelte er. Aber genug von meinem lärmenden Nachbarn, sagte ich, als ich merkte, dass er das Interesse an diesem Thema verloren hatte. Warum bist du nach Sacramento zurückgekehrt? Zuletzt habe ich gehört, dass du in Südkalifornien wohnst. Nun, Chris und ich sind zusammen aufs College gegangen, sagte er und gestikulierte durch den Raum, wo Chris und Gina mit meinem Vater und seiner Frau sprachen. Igit Ich hatte Dad und Jan vorhin nicht kommen sehen, aber natürlich waren sie eingeladen. Wo bist du hingegangen? Fragte ich. Oh, C Santa Barbara. Chris und ich waren Zimmergenossen. Wie lustig, erwiderte ich, aber ich fühlte mich unwohl dabei, über das College zu sprechen. Ich hatte das College abgebrochen, als meine Mutter krank wurde, um ihr zu Hause zu helfen, was auch der Zeitpunkt gewesen war, als ich den Job im TotalFit Fitnessstudio bekommen hatte. Und dann ging es ihr immer schlechter, bis sie schließlich starb. Ich war nie wieder ans College zurückgekehrt. Wo bist du gelandet? Fragte er. Mein Magen zog sich zusammen. Sonoma State, aber ich habe im zweiten Jahr abgebrochen. Er runzelte die Stirn. Warum? Meine Mutter wurde krank, meine Kehle schnürte sich zu und ich verzog den Mund, wobei ich seinen haselnussbraunen Augen auswich. Sie, ähm, ist gestorben. Oh, nein. Carrie. Es tut mir so leid, sagte er, die Stimme voller Emotionen. Das ist schon lange her, sagte ich und blinzelte die Tränen zurück, die mir in die Augen stiegen. Er starrte lange auf das Deck, bevor er tief einatmete und meinen Blick erwiderte. Deine Mutter war immer so nett zu mir. Mir wurde warm ums Herz, dass er sich daran erinnerte. Sie war ziemlich toll. Die Beste, bestätigte er und hielt meinen Blick einen Moment lang fest, wobei seine Augen kurz feucht wurden, bevor er lächelte. Sie hat immer Schokokekse gebacken, wenn ich zu Besuch kam, weil sie wusste, dass ich sie am liebsten mochte. Ein kleines Lachen entwich mir. Daran erinnere ich mich. Sie hat mir immer eine zusätzliche Tüte davon mit nach Hause gegeben. Ich nickte und blinzelte schnell. Klingt nach Mom. Was ist mit deinem Vater, fragte er. Ihm geht es gut, antwortete ich, weil ich nicht auf alle Probleme eingehen wollte, die ich mit meinem Vater hatte. Angefangen bei der Tatsache, dass er vier Monate nach dem Tod meiner Mutter wieder geheiratet hatte. Er war mehr als schnell darüber hinweggekommen. Hallo. Ist das an, sagte Chris, dessen Stimme aus dem Lautsprecher kam, als er auf das Mikrofon tippte. Ah, ja, das ist es. Wie geht es euch allen heute Abend? Ich hob den Kopf und schaute mich um, um Chris und Gina zu sehen, die auf einer behelfsmäßigen Bühne unter dem Überhang des Oberdecks standen. Gina und ich möchten uns bei euch bedanken, dass ihr hier seid, um mit uns zu feiern, und wir haben etwas ganz Besonderes für euch, verkündete er von seinem Platz inmitten der Lichterketten aus. Mein Freund Lukas ist hier und er wird ein Gitarren-Solo spielen. Oh, nein, Lukas stöhnte. Chris hat das nicht getan. Du spielst Gitarre, fragte ich und überlegte, warum er so ein cooles Talent verstecken würde. Er hatte in seiner Kindheit nicht gespielt und ich fragte mich, ob er es in der Schule gelernt hatte. Ja, aber wir unterhalten uns doch gerade und... Komm schon, Lukas! Ich habe deine Gitarre mitgebracht, drängte Chris und winkte allen Gästen zu. Lasst uns ihm alle applaudieren, um ihn zu ermutigen. Gina fing an zu klatschen und dann stimmten alle ein, bis der Applaus das Plätschern des Wassers hinter dem Boot übertönte. Wir unterhalten uns später, sagte ich, lachend und klatschend. Rauf mit dir, Lukas! Ich glaube nicht, dass wir uns unterhalten werden, wenn ich fertig bin, erwiderte er, bevor er in Richtung der Bühne ging. Ich runzelte die Stirn, während ich ihm zusah. Was genau meinte er? Als Lukas die Bühne erreichte, lächelte er und winkte der Menge zu, bevor er seinen Gitarrenkoffer auspackte und die ersten Akkorde spielte. Ich drängte mich durch die Menge, um einen besseren Blick aus der Nähe zu erhaschen. Unsere Blicke trafen sich und er begann, ein seltsam vertrautes Lied zu spielen, das ich nicht genau zuordnen konnte, und dann... Lukas schenkte mir ein kleines Grinsen, während er weiter die vertraute Melodie zupfte, die ich jeden Morgen um fünf Uhr hörte. Ich hielt mir die Hand vor den Mund, als mir das Herz in die Hose rutschte. Auf keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Mein unausstehlicher neuer Nachbar, der mit der lauten Musik, war Lukas Corder, was bedeutete, dass ich ihn, nachdem wir uns 15 Jahre lang nicht gesehen hatten, gerade offen und direkt beleidigt hatte. Wenn es eine Chance gegeben hatte, dass er sich an das Versprechen erinnerte, das wir uns gegeben hatten, einander zu heiraten, sobald wir 30 wurden, war ich mir sicher, dass er dieses Versprechen jetzt gerne in der Mülltonne entsorgen würde. Kapitel 3 Am Mittwoch nach der Verlobungsfeier fuhr ich zu einem Vorstellungsgespräch, das Ginas Verlobter Chris für mich in seinem Büro arrangiert hatte. Es ging um eine Stelle als Assistentin der Geschäftsführung, was sich nach fünf Jahren bei Total Fit wie der ideale Schritt anhörte. Auch wenn es mir widerstrebte, die Behaglichkeit der Clique hinter mir zu lassen, würde die Miete nächsten Monat steigen und ich brauchte mehr Einkommen. Alles um mich herum veränderte sich, die Leute heirateten und bekamen Babys und ich hatte das Gefühl, dass ich zurückgelassen wurde. Mein Handy summte im Becherhalter und ich drückte auf einen Knopf am Lenkrad, um den Anruf anzunehmen, wobei ich bemerkte, dass auf dem Display Katie Ellis aufleuchtete. Hi, Katie, sagte ich. Hey, Carrie, begrüßte sie mich, so fröhlich wie immer. Ich wollte wissen, ob dir Samstag für unser Social-Media-Fotoshooting im Blumenladen passt? Ich werde mich diesbezüglich bei dir melden, antwortete ich und bog an der Ampel rechts ab. Ich habe ein Vorstellungsgespräch für einen neuen Job, also muss ich in meinem Kalender nachsehen, wenn ich zu Hause bin. Ich wünsche dir viel Glück für dein Vorstellungsgespräch, Carrie, sagte sie. Das ist aufregend. Ich wollte dich auch fragen, was mit dem süßen Typen passiert ist, mit dem du letztes Wochenende auf der Bootsfahrt gesprochen hast. Was für ein süßer Typ, fragte ich. Der, mit dem du geflirtet hast, erklärte sie mit humorvollem Unterton. Ich verzog das Gesicht. War ich wirklich so offensichtlich? Seufz. Ja, ich glaube, ich habe es ruiniert, sagte ich und erzählte ihr kurz von meinem Gespräch mit Lukas und meinem epischen Fettnäppchen-Moment. Ich glaube nicht, dass ich ihn noch mehr hätte beleidigen können, wenn ich es versucht hätte. Katjes Lachen heilte durch das Auto. So schlimm war es doch sicher nicht. Das war der Stoff, aus dem Albträume sind, entgegnete ich und warf einen Blick auf mein Navigationssystem, bevor ich in das Parkhaus des Gebäudes einbog. Wie habt ihr beide es belassen, fragte sie, was mich aus meinen Gedanken riss. Ich habe ihn den Rest des Abends gemiegen wie die Pest, sagte ich, in dem Wissen, wie enttäuscht Kennedy gewesen war, als ich es ihr erzählt hatte. Sie sagte, so hätte es nicht laufen sollen. Wir hätten im Mondschein tanzen sollen, bevor wir uns verliebten. Alles hätte magisch sein sollen, und stattdessen war es ein totales Desaster gewesen. Vielleicht kannst du es noch in Ordnung bringen, sagte Katie. Auf keinen Fall, erwiderte ich und dachte an die extra laute Musik, die ich in den letzten Tagen gehört hatte. Er ist total passiv-aggressiv und spielt seine Musik lauter als je zuvor. Er hat mich heute Morgen um 5 Uhr geweckt. Vielleicht will er, dass du mit ihm redest, sagte sie, immer die Optimistin. Glaub mir, das tut er nicht, murmelte ich seufzend. Es gibt etwas, das ich dir nicht erzählt habe. Lukas ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, mein bester Freund aus der Kindheit. Der Typ, der versprochen hat, dich zu heiraten, fragte sie. Ich nickte, merkte dann aber, dass sie mich nicht sehen konnte. Ja, aber woher sollte ich wissen, dass er ein junger Musiker werden würde, oder dass ich ihn offen beleidigen würde, wenn ich ihn nach 15 Jahren wieder sehe? Das Universum will mir etwas sagen. Ich weiß nicht, Carrie. Von allen Wohnungen in Sacramento ist er in einer direkt neben dir gelandet. Wenn das kein Zeichen ist, weiß ich nicht, was es ist. Das Beste habe ich dir noch gar nicht erzählt, sagte ich, fuhr in eine Parklücke und stellte den Motor ab. Anscheinend hat Gina das Zu-vermieten-Schild in meinem Haus bemerkt und es an Chris weitergegeben, der es wiederum an Lukas weitergegeben hat. So ist er neben mir gelandet. Nicht durch das Schicksal, sondern durch die stille Post. Katie lachte. Trotzdem hattet ihr einmal eine starke Verbindung. So etwas geht nicht einfach weg. Hör zu, Katie, ich muss gehen, sagte ich, während sich ein Knoten in meinem Magen bildete. Wünsch mir Glück. Sie werden dich sicher lieben, versprach sie. Viel Glück. Ich hängte auf, richtete den Bleistoffdruck, den ich trug, und vergewisserte mich, dass die Bluse gut in die Hose gesteckt war. Im Fitnessstudio gab es keine Kleiderordnung, aber für dieses Treffen trug ich legere Geschäftskleidung und fühlte mich endlich wie eine Erwachsene. Für diese Erfahrung war ich nur sechs Jahre zu spät dran. Ich betrat das Gebäude und die Klimatisierung schlug mir entgegen, als ich mich dem Empfang näherte, an dem eine blonde Frau saß und auf einem Laptop tippte. Hallo, ich bin wegen des Vorstellungsgesprächs um zehn Uhr hier, sagte ich. Sie sah zu mir auf und musterte mich, bevor sie auf die Couch im hinteren Teil des Raumes deutete. Bitte nehmen Sie Platz und ich werde Bescheid sagen, dass Sie hier sind. Wenn es soweit ist, werde ich Sie rufen. Dort saßen noch zwei andere Kandidaten, die beide aussahen, als kämen sie frisch vom College. Ich kam mir neben ihnen uralt vor, aber ich brauchte diesen Job. Es war der einzige, den ich gesehen hatte, der so gut bezahlt wurde, dass ich mir meine Wohnung leisten konnte. Ich hatte stundenlang die Zeitungen und Onlineforen durchforstet, aber ich hatte keine anderen gefunden, die auch nur annähernd reichen würden. Nach einer halben Stunde Wartezeit war ich die Letzte, die zum Vorstellungsgespräch geschickt wurde. Sie sind bereit für sie, sagte die Empfangsdame, welche in den Flur deutete. Das letzte Büro auf der linken Seite. Danke, sagte ich und lächelte sie an. Sie hob eine Augenbraue, lächelte aber nicht zurück. Danke für nichts, Lady. Mein Herz flatterte wie Schmetterlinge, als ich den Flur hinunterging und mich der Tür näherte, während ich mich im Geiste auf den Schwall von Fragen vorbereitete, der sicher auf mich zukommen würde. Kurz vor der Tür blieb ich stehen, um tief durchzuatmen, und in diesem Moment bemerkte ich den Mann, der auf der Ecke des Schreibtisches saß und auf Handy blickte. Es war Lukas. Ich blinzelte schockiert. Was hatte er hier zu suchen? In diesem Moment schaute Lukas auf und winkte mir, hereinzukommen. Überrascht machte ich einen Schritt nach vorne und schlug mein Kinn gegen die Kante des Türrahmens. Autsch, sagte ich, rieb mir die Nase und fühlte mich wie ein Vollidiot. Ich meine, die Tür war offen und ich war direkt gegen den Türpfosten gelaufen. Was war nur los mit mir? Wie aufs Stichwort fiel die Mappe in meiner Hand auf den Boden. Gleichzeitig warfen Lukas und ich einen Blick auf die unschuldige Mappe, die dort lag. Lukas kniete sich auf den Boden und griff zur gleichen Zeit wie ich nach der Mappe. Er ließ sie langsam los, ohne den Blick von mir zu nehmen. Mein Magen schlug zwei Salty nacheinander, als würde er sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Eine sowas von nicht angemessene Reaktion. Alles in Ordnung, Carrie, fragte er. Alles in bester Ordnung, log ich, denn meine Nase pochte, als ich mich auf den Weg hineinmachte. Aber zum Glück schien sie nicht zu bluten. Ein Punkt für mich, Hurra. Gut, Lukas ließ sich in den Ledersessel hinter dem Schreibtisch fallen. Ich warf einen flüchtigen Blick auf das Namensschild, auf dem stand, stellvertretender Vertriebsdirektor. Du bist also hier, um dich für die Stelle der Assistentin der Geschäftsführung zu bewerben. Ich schaute mich um und wartete darauf, dass der Geschäftsführer zum Vorstellungsgespräch hereinkam, bevor mir der Schrecken dämmerte. Warte, ich bewerbe mich als deine Assistentin? Er schüttelte den Kopf. Ich bin in einer anderen Abteilung. Ich helfe nur aus, weil mein Kollege verreist ist. Deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wusstest du wohl nicht, dass ich hier arbeite? Nein, sagte ich kopfschüttelnd. Chris hat vergessen, diese kleine Information zu erwähnen. Fühlst du dich wohl damit, wenn ich dein Bewerbungsgespräch durchführe? Als Antwort ging ich zu dem Stuhl und setzte mich hin. Ich war hier, um einen Job zu bekommen, und weder Lukas noch mein katastrophaler erster Eindruck konnten mich davon abhalten, ihn zu bekommen. Außerdem war er einst mein Freund gewesen. Sicherlich würde er mir keine schlechte Empfehlung geben. Plink, 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 Plink. Ich war dem Untergang geweiht. Also gut, sagte er und setzte sich in seinem Stuhl nach vorne. Er bat mich um die Mappe mit meinem Lebenslauf, die ich ihm überreichte. Er setzte sich eine Brille auf und blätterte langsam durch meine Zeugnisse und Erfolge, von denen es nur wenige gab. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, wie niedlich er mit seiner Brille aussah und die Stirn runzelte, während er lass, Moment, runzelte er die Stirn über meine Vorgeschichte. Ich fing an, alles zu hinterfragen, was ich in die Akte geschrieben hatte. Vielleicht hätte ich den Kochkurs nicht erwähnen sollen, den ich in einem Semester belegt hatte, oder den Fotografiepreis, den ich im Sommer gewonnen hatte. In diesem Moment sah Lukas auf und ich schaute mich um und tat so, als hätte ich ihn nicht angestarrt. Alles sieht sehr gut aus, sagte er. Du bist ein gemeinschaftsorientierter Mensch mit einer Vielzahl von Interessen, und das ist es, was wir von einem Mitarbeiter erwarten. Wir legen Wert auf gute Beziehungen zu unseren Kunden. Wie ich sehe, hast du eine hervorragende Empfehlung von deinem jetzigen Arbeitgeber erhalten, was unterstreicht, dass das deine Stärke ist. Was ist mit deinen Schwächen? Nun, ich kann ein wenig zu hart mit mir ins Gericht gehen, weil ich nach Perfektion strebe, sagte ich und beschloss, nicht hinzuzufügen, dass das Beleidigen seiner Gitarrenkünste definitiv eine Schwäche von mir war. Schluck! Ich werde nicht lügen, ich bin neu im Softwaregeschäft. Lukas nickte und kritzelte etwas in seine Notizen. Schweiß glitzerte auf meiner Stirn. Vielleicht hätte ich das nicht erwähnen sollen, aber ich war nur ehrlich. Also, warum entlässt dein Chef dich? fragte er. Das tut er nicht, antwortete ich, wobei ich mich aufrechter hinsetzte. Ich bin aus meiner Position herausgewachsen und suche nach einer anspruchsvolleren Aufgabe. Und was an Douglas Systems Worldwide lässt dich denken, dass wir eine bessere Option sein werden? fragte er. Ich blinzelte ihn an und dachte, ich brauche ein höheres Gehalt. Nicht, dass ich das sagen sollte, oder? Lukas würde es mir nicht leicht machen, weil wir mal beste Freunde gewesen waren. Gut, meinetwegen. Ich erfülle alle Anforderungen für die Stellenbeschreibung, die interessant und herausfordernd aussieht. Ich habe mehrere Artikel über den Präsidenten, Walt Douglas, gelesen, der ein Wegbereiter zu sein scheint. Und Chris Bradley hat mich empfohlen, weil er sagt, dass dies ein großartiger Ort zum Arbeiten ist, sagte ich. Seine Mundwinkel zuckten. Das hat Chris auch zu mir gesagt. Ich lächelte zurück und begann mich zu entspannen. Was ist mit dem College? Ich sehe, dass du Informatik im Nebenfach studiert hast. Würdest du gerne zurückgehen und deinen Abschluss machen? Meine Schultern spannten sich an. Ehrlich gesagt, ist es ziemlich teuer. Wir haben ein Programm zur Erstattung von Studiengebühren für ein Studium in einem Verwandtenbereich, sagte er und sah zu mir auf. Würde dich das interessieren? Natürlich, platzte ich heraus. War das sein Ernst? Lukas beugte sich vor. Letzte Frage. Ist es wirklich das, was du tun willst? Ja, erwiderte ich, während mir ein Wort im Kopf herumschwirrte, Studiengebührenerstattung. Falten erschienen an seinen äußeren Augenwinkeln, als er lächelte, und in diesem Moment war er der Junge aus meiner Kindheit, auf den ich immer zählen konnte, dass er für mich da war. Dieser Moment verging, als er wechsah. Er warf einen weiteren Blick auf die Mappe. Also, sagte er. Hast du irgendwelche Fragen an mich? Wie schnell erfahre ich von der Stelle, fragte ich und erkannte in diesem Moment, dass ich diesen Job brauchte. Ich meine, Studiengebührenerstattung? Ich hatte nie auch nur davon geträumt, so etwas zu bekommen. Wir müssen noch ein paar Bewerbungsgespräche führen, aber es sollte nicht allzu lange dauern, er behielt den Lebenslauf und gab mir die Mappe zurück. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Carrie. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Übersetzung Wir schicken dir nächste Woche die E-Mail mit der Absage. Ich stand auf und schüttelte seine Hand, während ich dachte, dass ich den Job brauchte, dringend. Vielleicht hätte ich ihm das noch deutlicher mitteilen sollen, aber das Vorstellungsgespräch war vorbei und jetzt konnte ich nur noch warten. Kapitel 4 Am nächsten Morgen wachte ich auf und die Welt ging unter. Zumindest fühlte es sich so an. Ich hatte die ganze Nacht kaum schlafen können, da Lukas' Gitarre mich in meinen Träumen verfolgte, wortwörtlich. Eine Gitarre und schief gespielte Töne hatten mich durch mein Schlafzimmer gejagt. Plink, plink, plink. Nein, es ist Samstag, stöhnte ich, als ich das Kissen über mein Gesicht zog und versuchte, wieder einzuschlafen. In diesem Moment erregte ein seltsames Geräusch meine Aufmerksamkeit. Ich riss die Augen auf und versuchte herauszufinden, woher dieses schreckliche Geräusch kommen könnte. Es schien von meiner Terrasse zu kommen, also zog ich mir meinen Bademantel an und trat hinaus, wo mir beinahe die Augen aus dem Kopf fielen. Auf meiner Terrasse war eine fette, orange-getigerte Katze, die eine meiner Pflanzen in ihrem Todesgriff hatte. Ich machte langsam einen Schritt auf ihn zu, um ihn nicht zu erschrecken, bevor ich ihn fangen konnte. Zu meinem Entsetzen kippte er jedoch die kurze, stämmige Pflanze um und flüchtete auf die andere Seite der Terrassenmauer. Ich eilte auf ihn zu und schaffte es, ihn in meinen Armen zu fangen. Er war ziemlich schwer und ich konnte ihn kaum halten, da er immer wieder durch die Lücke zwischen meinen Armen rutschte. Meine Nase kitzelte und ich musste ein paar Mal niesen, bevor ich keine andere Wahl hatte, als die Katze loszulassen. Er landete anmutig auf den Hinterbeinen und fauchte mich an. Was habe ich dir jemals angetan, fragte ich und rieb mir die Nase. Die Gitarrenklänge von nebenan verstummten. Einen Moment später tauchte Lukas' hübsches Gesicht über der Terrassenmauer auf. In diesem Moment begannen die Niesanfälle ernsthaft. Meine Augen tränten und mein Bauch tat weh. Lukas warf einen Blick auf die Katze, bevor er sich zu mir umdrehte. Alles in Ordnung, Carrie, fragte er. Ja, das war alles, was ich herausbrachte, bevor ein weiterer Niesanfall einsetzte. Du siehst nicht gut aus, erwiderte er. Ich glaube, du bist vielleicht allergisch gegen Millie. Millie, fragte ich verwirrt. Zu meiner Überraschung hüpfte der Kater über die Terrassenmauer, ein todesmutiger Sprung, wenn man bedachte, wie schwer er war, und landete vor Lukas' nackten Füßen. Er miaute ihn an, während er sich an ihm rieb. Warte, das ist deine Katze, fragte ich und rieb mir mit dem Ärmel die Nase. Und er ist ein Mädchen? Ich meine, sie? Naja, sie ist sozusagen meine Katze, sagte er und fuhr sich mit der Hand durch sein zerzaustes Haar, als hätte er es heute Morgen noch nicht gekämmt. Letzte Woche stand sie ohne Halsband vor meiner Schiebetour, also habe ich ihr eins gekauft und füttere sie. Du hast sie aufgenommen, fragte ich mit offenem Mund. Das ist so nett. Ein kleines Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Ich bin ein netter Kerl. Oh, ich weiß. Ich meinte nur, ein weiterer Niesanfall hielt mich vom Sprechen ab. Lukas betrachtete mich mit zusammengekniffenen Augen. Ich habe ein paar Allergie-Medikamente in meinem Schrank. Ich bringe sie dir rüber. Dafür gibt es keinen Grund, fing ich an, aber er war bereits weg. Nachdem er verschwunden war, richtete die Katze ihren Blick wieder auf mich und fauchte erneut. Man musste kein Genie sein, um zu wissen, was sie dachte. Bleib von meinen Pflanzen weg, Milje, warnte ich, während ich das zerstörte Grün auf meiner Terrasse betrachtete. Es sah so aus, als wären drei Pflanzen zu Tode gekratzt worden und die Erde hatte sich auf dem Beton verteilt. Ich würde Stunden brauchen, um das in Ordnung zu bringen. Und ich war heute mit Käthi verabredet. Es klopfte an meiner Wohnungstier. Lukas. Ich ging hinein, schnürt meinen Bademantel über meinem Einhorn-Schlafanzug zu und öffnete ihm die Tür. Er lächelte mich strahlend an, als er hereinkam. Wenigstens hatte einer von uns beiden eine gute Nachtruhe gehabt. Als wäre er schon eine Million Mal hier gewesen, ging er in die Küche, öffnete einen Schrank und holte ein Glas heraus. Er füllte es mit Wasser. Du kannst... Ich werde es finden, sagte er, obwohl meine Wohnung nicht gerade organisiert war. Mein Bett war ungemacht. Ich war so erschöpft von der stressigen Jobsuche, ich hatte noch keine Antwort von Douglas Systems Worldwide bekommen, das ich auch nicht abgewaschen hatte. Und Lukas war hier, um das ganze Chaos zu sehen. Herrlich. Ich bin gleich wieder da, sagte ich und ging ins Bad, um mich zurechtzumachen. Als ich zurückkam, nachdem ich mein Gesicht gewaschen hatte, fand ich Lukas im Wohnzimmer. Er reichte mir ein Glas Wasser und zwei Tabletten. Danke, sagte ich. Kein Problem, erwiderte er und nahm auf dem Sofa Platz. Ich weiß noch, dass du allergisch gegen Katzen bist. Genau wie du, merkte ich an. Er tippte sich an die Schläfe. Deshalb musste ich Allergiemedizin besorgen. Kaum zu glauben, dass du nie ein Pfadfinder warst, sagte ich, bevor ich die Tabletten mit ein wenig Wasser schluckte. Lukas' Lächeln hältte sich auf. Tut mir leid wegen Milie. Ich hole dir nachher noch ein Allergiemittel. Nicht nötig. Aber danke für das Angebot. Ich wollte nur noch zurück in mein Bett kriechen, um ein wenig zu schlafen, aber Lukas sah aus, als hätte er nicht die Absicht zu gehen. Er schaute sich fasziniert um, als würde er ein wissenschaftliches Experiment beobachten. Es war eine lange Nacht, sagte ich in der Hoffnung, er würde den Wink verstehen und gehen. Okay, ich konnte seiner Katze verzeihen, dass sie meine Pflanzen zerstört hatte, aber warum hatte er sich nicht wegen des Jobs gemeldet? In der Woche seit dem Vorstellungsgespräch hatte ich mich auf drei weitere Stellen beworben, aber nirgends etwas gehört. Es stellte sich heraus, dass niemand eine Empfangsdame im Fitnessstudio mit mehr als fünf Jahren Erfahrung brauchte. Sein Blick fiel auf die regenbogenfarbenen Ohrenschützer auf meinem Bett. Die hast du noch? Ja, sagte ich, während ich mir wünschte, der Boden würde sich auftun und mich verschlucken. Ich konnte nicht glauben, dass er sich an diese Dinge aus unserer Kindheit erinnerte. Wenigstens war meine Star Wars Fanatical-Sammlung versteckt. Sie helfen mir beim Einschlafen. Die Nachbarschaft ist ziemlich ruhig. Wozu brauchst du Ohrenschützer? Meinst du das ernst? Fragte ich. Klar, für ihn war die Nachbarschaft ruhig. Er war der Lärm. Warte, sagte er, als ihm die Erkenntnis dämmerte. Ist es wegen meiner Gitarre? Bingo, sagte ich, setzte mich auf die andere Seite der Couch und trank mein Wasser aus. Er schaute verlegen. Tut mir leid, ich habe im Vorderzimmer geübt. Es soll schalldicht sein, zumindest hat Kat mir das gesagt. Ich rollte mit den Augen. Kat würde für bezahlte Mieter alles sagen. Der Mann war ein Immobilienhai. Ihm gehörten mehrere Gebäude in der Innenstadt. Deshalb übst du also immer noch so früh am Morgen? Weil du dachtest, es sei schalldicht? Richtig, bestätigte er, fuhr sich mit der Hand durch die Haare und brachte sie damit noch mehr durcheinander. Die Nachbarn haben sich nicht beschwert, also dachte ich mir, dass mein Plan funktioniert. Unsere anderen beiden Nachbarn sind über 80 Jahre alt. Ich bezweifle, dass sie dich hören, sagte ich. Tut mir leid, Carrie, murmelte er und zog ein Kissen in seinen Schoß. Morgens ist die beste Zeit zum Üben. Die Arbeit hält mich den Rest des Tages auf Trab und abends bin ich erschöpft. Dein Job muss ziemlich hektisch sein. Er nickte. Das ist genau der Grund, warum wir neue Leute einstellen. Mein Herz begann zu hämmern. Und wie läuft es mit der Suche nach der Chefassistentin, fragte ich, wobei ich versuchte, meine Stimme ungezwungen zu halten. Bevor er den Mund öffnen und antworten konnte, klopfte es an der Tür. Merk dir, wo wir stehen geblieben sind, sagte ich, als ich aufstand. Kat stand mit strenger Miene auf der anderen Seite der Tür. Ich hatte den Mann noch nie lächeln sehen. Seine Augenbrauen waren zusammengezogen. Hallo, sagte ich. Meine Stimme war förmlich ein Quieken. Was machst du denn hier? Er kam direkt zur Sache. Ich habe deine Unterschrift unter dem neuen Vertrag nicht erhalten, sagte er. Hast du meine E-Mails nicht bekommen? Nein, log ich, denn ich hatte sie gelöscht, nachdem ich gelesen hatte, dass in allen dasselbe stand. Dringende Kenntnisnahme für neuen Mietvertrag in Großbuchstaben, sodass es sich anfühlte, als würde er mich aus dem Inneren des Computerbildschirms heraus anschreien. Muss im Spam gelandet sein. Das dachte ich mir, sagte er, woraufhin er gefaltete Papiere aus seiner Gesäßtasche herforzauberte. Also habe ich sie ausgedruckt und dir persönlich vorbeigebracht. Das ist so aufmerksam von dir, entgegnete ich und nahm die Papiere. Ich meine, es war ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. Er drückte sie mir praktisch ins Gesicht. Ich habe einen Stift, sagte er. Du musst nur auf der untersten Zeile unterschreiben. Auf meiner Stirn bildeten sich Schweißperlen, ebenso wie auf meinen Handflächen. Ich konnte die Papiere nicht unterschreiben, nicht wenn ich kein Einkommen hatte, um die Miete im nächsten Monat zu bezahlen. Es gibt auch einige erhöhte Kosten für die Instandhaltung, sagte er. Ich starrte auf das Papier, das so viel zu wiegen schien wie ein Ziegelstein. Weißt du was, Kat? Ich würde das lieber einem Anwalt zeigen, bevor ich es unterschreibe, denn es ist ja rechtlich bindend und so. Ein Anwalt, spottete er. Ja, sagte ich, zwei Finger hinter dem Rücken überkreuzt. Ich habe einen. Er warf mir einen Blick zu, als würde er mir nicht glauben. Gut. Du hast Zeit bis nächste Woche. Zwei Wochen bitte. Zehn Tage gab er mit einem Ton der Endgültigkeit zurück, bevor sein Blick über meine Schulter wanderte. Hey, Lukas. Ich hoffe, du kommst mit deinem Gitarrenspiel gut voran. Ausgezeichnet, antwortete Lukas trocken. Mir wurde klar, dass Lukas wahrscheinlich das ganze Gespräch mit Kat mitgehört hatte. Toll, einfach toll. Ich verabschiedete mich, schloss die Tür und drehte mich zu ihm um. Was sollte das denn, fragte er. Nichts, sagte ich ausweichend. Es ist nur eine routinemäßige Vertragsverlängerung. Ist es Routine, dass er an deine Tür kommt und so mit dir redet, fragte er mit zusammengezogenen Augenbrauen. Keine große Sache, sagte ich. Ja, wir hatten uns als Kinder nahe gestanden, aber ich konnte ihm nicht von meinen finanziellen Problemen erzählen. Das wäre mir viel zu peinlich. Lukas schien mir nicht zu glauben, aber zumindest ließ er das Thema fallen. Stattdessen ging er auf die Terrasse. Milje hat deinen Pflanzen ganz schön zugesetzt, bemerkte er, während er die Ärmel seines Hemdes hochkrempelte. Was machst du da, fragte ich. Er griff über seine Terrassenmauer, schnappte sich einen Besen und begann, die Spuren der Katzenverwüstung zusammenzufegen. Betrachte das als Entschuldigung dafür, dass ich dich um deinen Schlaf gebracht habe. Du musst das nicht alles aufräumen, sagte ich, da ich die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens allein gewesen war. Ich bin eine erwachsene Frau und komme allein zurecht. Ich weiß, dass du das tust, aber es ist meine Katze und meine Verantwortung, erwiderte er. Lukas, bitte. Carrie, bitte, sagte er in demselben Tonfall wie ich und machte mich nach, wie damals, als wir Kinder gewesen waren. Ich schnaubte, dann hörte ich ihn glucksen. Was ist so lustig? Er zeigte auf eine der Pflanzen. Sieh mal, die Pflanze ist Katzenmünze. Kein Wunder, dass Milje beim Spielen damit durchgedreht ist. Klar, das ist der Grund, murmelte ich. Sicherlich lag es nicht daran, dass sie mich nicht mochte oder so. Ich konnte ihn die ganze Arbeit nicht alleine machen lassen, also setzte ich mich neben ihn und beobachtete ihn, wie er versuchte, die kaputte Pflanze in Ordnung zu bringen. Für einen Moment fühlte ich mich in meine Kindheit zurückversetzt, als er immer an meiner Seite gewesen war. Ein warmes Gefühl durchflutete mich. Was ist, was guckst du so? fragte er, wobei er mich am Arm anstupste. Nichts, sagte ich kopfschüttelnd, aber ich schloss die Erinnerung fest in mein Herz. Kapitel 5 Nachdem Lukas gegangen war, besuchte ich Katie in ihrem Blumenladen Goldrauschblumen. Ich wollte Fotos für ihre sozialen Medien machen. Katie erzählte mir, dass es ihr schwer fiel, mit den anderen Blumenhändlern in der Stadt mitzuhalten, da diese ihre Online-Präsenz immerwährend verbesserten. Gen Z-Albträume, hatte sie gesagt, was mich zum Lachen brachte. Der Plan war, den bestehenden Kundenstamm anzusprechen und gleichzeitig potenzielle Kunden zu gewinnen. Für mich klang das gut. Die Glocke über der Tür bimmelte, als ich ihren Laden betrat, und ich wurde von dem Moschusartigen Duft der bunten Blumen begrüßt, die in ordentlichen Reihen auf dem hinteren Tisch angeordnet waren. Der Laden war hell, und die Sonne schien durch die Fenster herein. Ein paar Kunden tummelten sich im Raum und sahen sich die fertigen Arrangements für alle möglichen Anlässe an. Als ich die Tür schloss, schaute Katie hinter dem Tresen zu mir hoch und winkte mir zu. Carrie, du hast es geschafft, sagte sie und kam zu mir rüber, um mich zu begrüßen. Natürlich, wir hatten doch ein Date, oder, sagte ich und umarmte sie kurz. Entschuldige die Unordnung, bat Katie, die das verschüttete Wasser auf dem Tisch hinter ihrem Tresen mit einem Lappen aufwischte. In einem Eimer stand ein Strauß violetter Blumen, daneben eine Schere, Zellaufwandpapier und eine Sprühflasche. Ich lehnte mich gegen den Tisch. Ist das ein schlechter Zeitpunkt? Nein, sagte sie. Ich packe nur meine letzte Bestellung für heute Nachmittag. Ich schielte nach draußen. Ich sehe keinen Lieferwagen. Der Kunde holt den Strauß selbst ab, sagte sie, während ich auf den Strauß starrte, den sie gebunden hatte. Er beinhaltete lila Blumen, darunter auch Flieder, die Lieblingsblume meiner Mutter. Als ich ihr dabei zusah, wie sie den wunderschönen Strauß zusammenstellte, zog sich mein Herz zusammen. Da muss jemand seine Freundin wirklich lieben, bemerkte ich, während ich mit dem Daumen über eines der zarten Blütenblätter strich. Katie nickte. Das wird nur eine Minute dauern. Ich sah zu, wie sie die Enden der Blumenstingel abschnitt, dann kam mir die Idee. Ich holte meine Kamera heraus und drückte auf den Auslöser. Das Bild wirkte natürlich und mühelos. Sie sah zu mir auf. Machst du schon Fotos? Ich zeigte ihr den Bildschirm meiner Kamera und summte ihr Gesicht ein wenig heran. Ihr Gesichtsausdruck verriet, wie sehr sie ihren Job liebte. Gibt es eine bessere Möglichkeit, deine Marke zu präsentieren, als dich zu zeigen? Schließlich bist du das Gesicht des Ladens. Sie errötete. Das weiß ich nicht so recht. Ich fühle mich uralt. Du bist umwerfend, erwiderte ich. Jetzt komm schon, schenk mir ein breites Lächeln. Sie lächelte und ich machte weitere Fotos in schneller Folge, bis wir von einem älteren Paar unterbrochen wurden, das eine Vase mit Rosen kaufte, die noch nicht blühten. Du kannst das wirklich gut, Carrie, bemerkte Katie, bediente das Paar und bedankte sich, bevor sie sich an mich wandte. Aber ich kann dich nicht umsonst arbeiten lassen. Lass mich dich bezahlen. Oh nein, winkte ich ab, obwohl ich das Geld brauchte. Aber es fühlte sich nicht richtig an, Geld anzunehmen, weil ich einer Freundin half. Cades Warnung über seine Deadline schwirrte mir im Kopf herum. Uck! Das ist lieb von dir, Katie, aber das hier geht auf mich, sagte ich, senkte meine Kamera und bemerkte ihren wehmütigen Blick, als draußen ein Paar Hand in Hand vorbeiging. Geht es dir gut? Sie nickte. Ja, mir geht es gut. Es schien ihr nicht gut zu gehen, aber ich beschloss, sie nicht zu drängen. Stattdessen forderte ich sie auf, sich neben einer Reihe von Blumengestecken zu stellen, damit ich mehr Fotos machen konnte. Plötzlich blinkte ein rotes Ausrufezeichen auf meinem Kameradisplay auf und verkündete das Ende meines Akkus. Ich stöhnte. Ich hatte ihn aufgeladen, bevor ich losgefahren war. Ich wusste, dass der Akku schlapp gemacht hatte, aber ich hatte kein Geld, um ihn zu ersetzen. Alles in Ordnung, fragte Katie. Der Akku meiner Kamera ist leer, gestand ich und zog eine Grimasse. Es tut mir leid. Sie winkte mit der Hand ab. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wir machen es an einem anderen Tag fertig. Außerdem macht es einfach Spaß, dich hier zu haben, während ich arbeite. Ich grenzte meine neue Freundin an. Hast du WLAN? Sie deutete auf ihren Laptop. Bedien dich. Danke, sagte ich und lockte mich in ihren Computer ein, wobei ihr Drehstuhl quietschte, als ich mich setzte. Wonach suchst du, fragte sie. Ich äh, sagte ich mit gerümpfter Nase. Eigentlich nach einem neuen Job. Das Vorstellungsgespräch hat nichts gebracht, fragte sie. Tatsächlich ist das eine lustige Geschichte, sagte ich und erzählte, wie Lukas derjenige gewesen war, der das Gespräche geführt hatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es vermasselt habe. Warum sagst du das, fragte sie, während sie das Fliederarrangement fertigstellte. Er wirkte am Ende verschlossen, sagte ich und erinnerte mich daran, wie enttäuscht ich mich gefühlt hatte. Ich glaube, ich habe ihn mit meinen nicht vorhandenen Fähigkeiten als Assistentin der Geschäftsführung nicht beeindruckt. Sie grinste. Er schien auf Ginas Verlobungsfeier sehr beeindruckt von dir zu sein. Glaubst du das, fragte ich mit schiefgelegtem Kopf. Er konnte seine Augen nicht von dir lassen, antwortete sie, wobei sie mir einen wissenden Blick zuwarf. Hat er es mit den Jam Sessions zu früher Stunde etwas ruhiger angehen lassen? Wie sich herausstellte, war das ein Missverständnis, sagte ich und erinnerte mich daran, dass der Vermieter ihm gesagt hatte, die Wände seien schalldicht. Ja, klar. Er hat alles erklärt, nachdem seine Katze die Pflanzen auf meiner Terrasse getötet hat und ich eine allergische Reaktion hatte. Erst ein Hund und jetzt eine Katze, sagte sie, eine Augenbraue hochgezogen. Das Universum hat sich verschworen, euch durch niedliche Tiere zusammenzubringen. So ist es nicht, erwiderte ich. Meine Wangen wurden heiß, als ich mich wieder dem Computer zuwandte. Jetzt hilf mir bitte, zu entscheiden, welchen dieser Job sich für eine Gehaltserhöhung ertragen kann. Was hast du, fragte sie, als sie neben mir auftauchte. Das sieht vielversprechend aus, ich betrachtete den Bildschirm mit zusammengekniffenen Augen. Museumsführer für ein lokales Museum gesucht, hohes Einstiegsgehalt. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Klingt perfekt, sagte sie und klatschte in die Hände. Muss bereit sein, in dunkle Räume zu gehen, mit Nagetieren klarkommen und Nachtschichten zu machen, sagte ich, woraufhin ich ihr einen Nein-Danke-Blick zuwarf. Meine Güte. Warum klingt das wie der Anfang eines Horrorfilms, scherzte sie. Eines wirklich schlechten Horrorfilms, fügte ich hinzu. Weiter zum nächsten. Assistentin für aufstrebenden Modedesigner mit lokalen Ausstellungen auf Abruf gesucht. Zum Job gehören Botengänge, regelmäßiges Kaffee holen und Fußfotos. Reisepass erforderlich und muss schöne Zehen haben. Ja, nein, sagte ich. Dem Fußkerl würde ich mich nicht nähern. Katie erschauderte. Gruselig. Okay, das klingt gut, sagte ich. Direktionsassistentin in einem örtlichen Gewächshaus, äh, nein, ich habe zu früh gesprochen. Ich müsste mit Bienen arbeiten. Sie stemmte die Hände in die Hüften. Erzähl mir mehr über diesen möglichen Job mit Lukas. Ich seufzte. Ich arbeite nicht mit ihm. Er hat nur bei dem Vorstellungsgespräch geholfen. Das interessiert mich nicht, sagte sie lächelnd. Ich denke, es ist Schicksal, dass ihr euch kurz vor deinem 30. Geburtstag begegnet seid. Ich bezweifle, dass er sich überhaupt an dieses Versprechen erinnert, murmelte ich, wobei ich das Ziehen in meiner Brust spürte. Warum hatte ich mich über seine Gitarre aufregen müssen? Ich gab dem Schlafmangel die Schuld. Und jetzt ist er wieder dein Nachbar? Ich meine, wie wahrscheinlich ist das? Die Situation erinnert mich an jemand anderen. Ich sah auf. An wen? Meinen Mann und mich, antwortete sie mit verträumtem Gesichtsausdruck. Wir sind uns im Sommer nach meinem Hickschulabschluss überall über den Weg gelaufen. Er war freundlich, aber schüchtern. Schließlich sagte ich ihm, dass das Universum will, dass wir uns eine Chance geben und dass wir es nicht enttäuschen dürfen, erzählte sie. Ich war sehr hartnäckig. Oh, sagte ich, eine Hand auf mein Herz gelegt. Das ist süß. Du und Lukas, ihr seid genauso, sagte sie. Ich weiß nicht, Katie, murmelte ich, aber tief in mir fragte ich mich, ob es die Wahrheit war. Konnte es sein, dass Lukas und ich aus irgendeinem kosmischen Grund kurz vor meinem 30. Geburtstag wieder zusammengekommen waren? Sie zwinkerte. Denk dran, ein Zufall ist nur eine Verschwörung des Universums zu unseren Gunsten. Meine Wangen wurden heiß, also drehte ich mich zum Schreibtisch, um mein Erröten zu verbergen. In diesem Moment läutete die Glocke über der Tür. Ich schaute auf und sah, dass Lukas hereinkam. Er blieb stehen, als er mich sah, dann grinste er. Was machst du denn hier? Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich helfe Katie aus, zumindest war das meine Absicht. Und was ist mit dir? fragte ich. Ich hole Blumen ab, entgegnete er, wobei sein Blick zu dem Tisch glitt, auf dem Katie gerade den fliederfarbenen Strauß in Zelloffernpapier eingepackt hatte. Da sind sie ja. Katie warf mir einen Blick zu, bevor sie sich an Lukas wandte. Abholung für Brent? Ja, das ist der Name meines Assistenten, der ihn für mich bestellt hat, erklärte er und bezahlte sie, bevor er den Strauß entgegennahm. Vielen Dank. Er machte einen Schritt auf mich zu, und mein Herz blieb fast stehen. Wollte er mir diese wunderschönen Blumen schenken? Mein Herz sehnte sich danach, es streckte sich nach ihm aus. Schön, dich zu sehen, Carrie, sagte er, womit er meine Illusion zerstörte. Mach's gut. Tschüss, sagte ich. Mein Blick fiel auf die Blumen, die er in der Hand hielt, als er winkte und dann ging. Ich stieß einen Atemzug aus, den ich unbemerkt angehalten hatte. Ich sah zu Katie auf, die mir einen mitfühlenden Blick zuwarf. Ich habe dir doch gesagt, dass er nicht an mir interessiert ist, sagte ich enttäuscht. Er war nicht mehr derselbe Junge aus meiner Kindheit und ich war nicht mehr die gleiche Carrie wie vor dem Tod meiner Mutter. Wie hatte ich nur erwarten können, dass unsere Beziehung dieselbe sein würde. Zum Glück drängte Katie nicht auf das Thema. Wie eine gute Freundin öffnete sie Dose und hielt mir den Inhalt vor die Nase. Möchtest du ein paar selbstgebackene Kekse? Ja, bitte, sagte ich, dankbar für die Ablenkung, bis ich merkte, dass es Schokokekse waren, Lukas' Lieblingskekse. Egal, was ich tat, ich schien ihm nicht entkommen zu können. Kapitel 6 Wenn du auf der Linie über deinem Namen, Philip Miller, unterschreibst, kannst du mit dem Training bei Total Fit beginnen, sagte ich enthusiastisch, als ich dem potenziellen neuen Mitglied die Haftungsverzichtserklärung überreichte. Sehr aufregend. Nicht. Nicht. Ich legte den Kopf schief und dachte darüber nach, dass Philip Miller Spitzname wahrscheinlich Phil war, was mich dazu brachte, mich zu fragen, ob seine Verbindungsbrüder im College seinen Nachnamen zu Mill verkürzt hatten, was ihm den Spitznamen Phil Mill einbrachte. Oh, Mann, ich drehte durch. Hatte ich mich schon so gelangweilt, bevor ich mich bei Douglas Systems Worldwide beworben hatte? Seufz. Warum muss ich dieses Dokument unterschreiben? fragte Phil Mill, auf dessen Stirn sich eine Falte bildete. Glaubst du, ich werde mich verletzen? Ist das dein Ernst? Unsere Versicherung verlangt es, sagte ich in der Hoffnung, dass Phil Mill aus dem Verbindungshaus rausgeworfen worden war. Viel zu verklemmt, um ein lustiger Mitbewohner zu sein. Er rollte mit den Augen. Ich werde nicht auf einem Laufband sterben. Das ist lahm. Ich wollte eigentlich gar nicht hierher kommen, aber meine Freundin besteht darauf, dass ich es tue. Du musst deiner Freundin sehr wichtig sein, sagte ich, obwohl ich bezweifelte, dass er eine Freundin hatte. Keine Frau würde sich eine solche Art gefallen lassen. Zumindest hoffte ich, dass uns bei Total Fit bist du auch wichtig. Das war sie, meine Verkaufsmasche. Wenn Nick mir eine Art Provision für Neuanmeldungen geben würde, könnte ich mir vielleicht meine neue Miete leisten. Ja, ich träumte offensichtlich. Aber ich werde mich nicht verletzen oder sterben, beharrte er. Dann solltest du kein Problem haben, das Formular zu unterschreiben, gab ich zurück und wies ihn auf die Logik hin, die ihm nicht zu gefallen schien. Was auch immer, Phil Million. Gibt es hier ein Problem, dröhnte eine strenge Stimme hinter mir. Ich schaute auf und sah den Besitzer von Total Fit, Nick Sembini, auf uns zukommen. Nick war groß, ehrgeizig und gut aussehend. Nicht, dass der letzte Teil von Bedeutung wäre, denn er war losgezogen und hatte das ehemalige Supermodel Missy Peters auf einer Insel in Italien geheiratet, glückliches Mädchen. Wir waren alle in ihn verknallt gewesen, als er den Laden gekauft hatte, aber bis Missy Peters gekommen war, hatte er sich nur für die Arbeit interessiert. Phil Mill schluckte sichtlich bei Nicks festem Tonfall. Ich wollte nur die Verzichtserklärung unterschreiben. Ja, das wollte er, bestätigte ich, obwohl der Kerl sich nur darüber beschwert hatte. Aber es war irgendwie traurig, ihm dabei zuzusehen, wie er sich wand, also unterstützte ich ihn ein wenig. Nick nickte. Du bist ein neues Mitglied? Herzlich willkommen! Danke, Phil Mill nickte und beeilte sich, zu der Stuhlreihe an der Wand zu kommen, um die Formulare zu unterschreiben. Ich schüttelte den Kopf. Dieser Job erfüllte mich nicht auf positive Weise. Ich musste lernen und wachsen. Ich brauchte eine Herausforderung, eine größere Herausforderung, als ein Mitglied dazu zu bringen, ein Routine-Dokument zu unterschreiben. Die Stelle bei Douglas Systems Worldwide wäre perfekt für mich. Ich musste einen Weg finden, Lukas zu überzeugen, mich einzustellen. Kann ich dir irgendwie helfen, Nick, fragte ich, wobei mir der goldene Ring an seinem Finger auffiel. Ich fragte mich, wie schnell er wieder heiraten würde, wenn Missy etwas zustieße. Ich bin nur vorbeigekommen, um zu sehen, wie dein Vorstellungsgespräch gelaufen ist, sagte Nick und legte eine Hand auf den Tresen. Ich war überrascht, dass er sich daran erinnerte. Es lief ganz gut, denke ich. Wir werden traurig sein, dich gehen zu sehen, sagte er und klopfte auf den Tresen, bevor er seine Hand in seine Tasche steckte. Aber ich wusste, dass du eines Tages weiterziehen würdest. Du scheinst mehr von deiner Karriere zu wollen. Wirklich, fragte ich, während sich eine nagende Stimme des Zweifels in meinen Kopf schlich und mir einredete, dass ich hier in meiner bequemen Routine sicher sei. Abgesehen davon, dass ich nicht in der Lage war, die Miete zu bezahlen. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich den Job bekomme, sagte ich. Nick schüttelte den Kopf. Wenn Sie klug sind, werden Sie dich einstellen. Danke, erwiderte ich, froh darüber, dass Nick meine Entscheidung zu gehen unterstützte, sonst wäre es mir unangenehm geworden. Ich liebte die Gemeinschaft hier. Nicht alle Mitglieder waren wie 4 Millionen. Die meisten waren locker und freundlich, wahrscheinlich waren es die Endorphine vom Training. Wie geht es deinem Vater, fragte Nick. Es geht ihm gut, sagte ich und erinnerte mich daran, dass Nick durch die Lobby gekommen war, als ich den Anruf erhielt, dass er sich beim Skifahren mit Jan das Bein gebrochen hatte. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der Stress, einen neuen Job zu bekommen, hat mich auf Trab gehalten, fuhr ich fort. Alles Ausreden für die Schuldgefühle. Er nickte. Wann bekommst du eine Rückmeldung wegen des Vorstellungsgesprächs? Ich bin mir nicht sicher, sagte ich, denn es war schon eine Woche vergangen und ich hatte immer noch nichts von Lukas oder der Firma gehört. An manchen Tagen aktualisierte ich meinen Laptop, in der Hoffnung auf möglicherweise gute Nachrichten, aber das schien mich nur noch unruhiger zu machen. Aber warum wartete ich? Lukas wohnte direkt nebenan. Ich musste nur vorbeischauen und ihn nach dem Status fragen, also ohne unprofessionell oder verzweifelt zu klingen. Und dann müsste ich mir überlegen, was ich tun würde, wenn ich den Job nicht bekam, da ich dann in eine günstigere Wohnung ziehen müsste. Nick, hast du irgendwelche Tipps für eine günstige Wohnung? Nein, aber Immobilien sind im Moment knapp. Es macht mehr Sinn, sie zu besitzen. Warum fragst du? Ich schluckte meine Enttäuschung hinunter. Äh, einfach so, murmelte ich. Viel Glück, Carrie. Danke, sagte ich in dem Wissen, dass ich es brauchte. Nachdem Nick gegangen war, rief ich Katie an. Wegen der Kekse, die du mir vor ein paar Tagen gegeben hast. Kannst du mir das Rezept verraten? Ich brauche mehr. Sehr viel mehr. An diesem Abend fing ich an, Schokokekse zu backen und dachte an die Begegnung mit Lukas in Katzies Blumenladen. Ich versuchte, mir den Fliederstrauß aus dem Kopf zu schlagen. Mit wem Lukas ausging, ging mich nichts an, aber es schmerzte, dass er keine Freundin erwähnt hatte. Vielleicht betrachtete er mich nicht mehr als eine Freundin. Als Kinder waren wir unzertrennlich gewesen, hatten nach der Schule Videospiele gespielt, zusammen Hausaufgaben gemacht oder stundenlang am Telefon geredet. Jetzt konnte ich ihn nicht einmal dazu bringen, mir mitzuteilen, ob ich ein Vorstellungsgespräch verbockt hatte oder nicht. Der Timer des Backofens piepte. Ich holte das Blech mit den Keksen heraus, in der Hoffnung, dass sie nicht verbrannt waren. Ich war keine gute Bäckerin und griff meistens auf die Mikrowelle zurück. Aber die Kekse dufteten köstlich, dank des detaillierten Schritt-für-Schritt-Rezepts, das Käthi mir gegeben hatte. Ich legte die Kekse auf einen Teller, atmete tief durch und ging dann nach nebenan, um sie abzuliefern. Lukas machte nicht auf, nachdem ich geklopft hatte, also klopfte ich ein bisschen lauter an die Tür. Oh, nein! Was, wenn seine Freundin gerade da war? Ich drehte mich um und wollte gerade gehen, als die Tür geöffnet wurde. Lukas, der nasse Haare hatte, erschien, und auf seinem hübschen Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Ist das ein schlechter Zeitpunkt? fragte ich, wobei ich seinen Duft einatmete. Nein, hast du vorhin geklopft? erwiderte er. Seine flachen Bauchmuskeln lugten unter einem offensichtlich hastig angezogenen Hemd hervor. Tut mir leid, ich war unter der Dusche. Wenn ich gewusst hätte, dass du vor meiner Tür stehst, hätte ich das Shampoo weggelassen. Eklig, sagte ich, aber ich spürte, wie mein Bauch flatterte. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Er warf einen Blick auf den Teller. Sind das Kekse? Ich hielt sie ihm hin. Frisch gebacken. Du bist die Beste, Carrie, sagte er und bedeutete mir, hineinzukommen, während er sich den Bauch rieb. Ich versuche es, sagte ich. Operation Keks war eine brillante Idee gewesen. Warum nimmst du nicht einen? Die zergehen dir garantiert auf der Zunge. Von mir aus gerne, sagte er, schloss die Tür hinter mir, nahm sich einen Keks und tat lautstark seine Begeisterung kund, als er ihn aß. Ich musste lachen, hielt aber inne, als ich bemerkte, dass die Katze auf einem ausklappbaren Liegestuhl im Wohnzimmer hockte. Was, fragte ich sie. Lukas warf einen Blick auf die orangefarbene Katze, die mich anstarrte. Sie mag dich. Ich hob eine Augenbraue. Magst du mich? Oder magst du es, meine Pflanzen zu zerstören? Milje miaute und schaute dann weg, als würde sie sich langweilen. Siehst du? Ihr zwei habt euch schon angefreundet, sagte er, als sie heruntersprang und mit einer dramatischen Bewegung ihres Schwanzes aus dem Zimmer ging. Wenn du meinst, sagte ich und stellte den Teller mit den Keksen auf eine Holzkiste, die in der Mitte von vier ausklappbaren Liegestühlen stand. Ich sehe, du hast meinen Couchtisch entdeckt, bemerkte er mit einem Nicken. Ich habe das Gefühl, dass bei deiner Einrichtung Sand im Spiel sein sollte, sagte ich und schaute mich in dem spärlich eingerichteten Zimmer um. Bist du nicht schon vor einem Monat eingezogen? Er kratzte sich an der Schläfe. Ja, ich bin nicht gut darin, Möbel zu kaufen. Die ganze Sache mit dem Einrichten verwirrt mich. Ich mag das nicht. Einkaufen ist Einkaufen. Was kann man daran nicht mögen, sagte ich, lehnte mich in einem der Stühle zurück und hatte das Gefühl, dem Boden viel zu nahe zu sein. Kannst du mir die Schnorchelausrüstung reichen, scherzte ich. Tut mir leid, der Wal hat sie gefressen, gab Lukas zurück, ließ sich auf einen Stuhl fallen und starrte mich lange mit zusammengekniffenen Augen an. Wenn du so gerne shoppen gehst, warum nimmst du dann nicht mich mit? Ich vertraue darauf, dass du einen besseren Geschmack hast als ich, auch wenn das nicht viel heißt. Wie bitte, ich blinzelte und fragte mich, warum er mich bat, ihm zu helfen, anstatt die Frau zu fragen, die den umwerfenden Strauß bekommen hatte. Er wandte den Blick von mir ab. Wenn es zu viel verlangt ist. Nein, ich helfe gerne, warf ich schnell ein. Der Gedanke, Stunden mit Lukas zu verbringen, war sehr verlockend. Aber nur, damit ich ihm helfen konnte, redete ich mir ein. Ich habe dieses Wochenende Zeit, oder jeden Abend nach der Arbeit, sagte ich. Toll, er strahlte mich an. Ich kaute auf meiner Lippe, da ich nach dem Job fragen wollte. Ehm, Lukas? Ja, fragte er, als Milje hereinkam und laut miaute. Hast du Hunger, Mädchen? Bleib von meinen Pflanzen weg, drohte ich mit strengem Blick. Sie warf mir einen gelangweilten Blick zu, miaute dann wieder und rieb sich an Lukas' Bein. Merk dir, wo wir stehen geblieben sind, sagte Lukas und schenkte mir ein Lächeln, bevor er sie in die Küche trug. Er holte eine Dose mit Nassfutter heraus, gab es in eine kleine Schüssel und stellte sie ab. Hier, bitte, sagte er, als er sich neben sie hockte. Milje miaute wieder und fraß dann fröhlich an ihrem Futter, während Lukas zusah. Ich wünschte mir, ich hätte meine Kamera dabei, um diesen zärtlichen und süßen Moment festzuhalten. Ich brauchte dringend einen neuen Akku, was mich wieder zu dem Thema führte, dass ich einen besser bezahlten Job brauchte. Ich räusperte mich. Also, Lukas, wegen. Sein Telefon begann zu klingeln und er warf mir einen entschuldigenden Blick zu. Ich erwarte einen Anruf von der Arbeit. Macht es dir was aus, wenn ich da schnell rangehe? Kein Problem, ich nickte, während er zu seinem Handy ging, das auf dem Küchentisch lag. Lukas Carter, sagte er, das Telefon am Ohr. Ja. Das funktioniert. Kein Problem. Tschüss, sagte er, legte den Hörer wieder auf und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Entschuldige bitte. Der Chef wollte für morgen ein Vorstellungsgespräch ansetzen. Vorstellungsgespräch, fragte ich, wobei ich innerlich über meine piepsige Stimme zusammenzuckte. Ja, antwortete er, während er sich wieder hinsetzte. Walt will, dass ich ein Vorstellungsgespräch mit einer Nichte führe, die gerade auf den Arbeitsmarkt kommt. Er meint, es wäre eine gute Übung für sie. Ah, das bedeutet, dass ihr euch also bezüglich der offenen Stelle noch nicht entschieden habt, entgegnete ich. Vermutlich bedeutete es auch, dass mein Bewerbungsgespräch nicht gut gelaufen war. Er lächelte schief. Noch nicht, aber wir. Höher auf, sagte ich und hielt eine Handfläche hoch. Ich muss nichts weiter wissen. Er nickte. Wahrscheinlich besser. Ich will nicht, dass meine Kollegen denken, ich würde jemanden bevorzugen. Genau, stimmte ich zu, obwohl ich wollte, dass er genauer erklärte, was er damit meinte. Als ich in seine haselnussbraunen Augen blickte, verspürte ich plötzlich den starken Drang, ihn zu fragen, ob er Popcorn machen und bis Mitternacht Filme schauen wollte, so wie wir es früher immer getan hatten. Aber als ich mir vorstellte, wie wir uns den Film ansahen, stellte ich mir vor, wie er mich an sich zog und küßte. Sein Mund wäre warm auf meinem und ein fehlendes Stück meines Herzens würde endlich geheilt werden. Moment, was? Ich stand sofort auf. Ich muss gehen. Okay, sagte überrascht, als ich zur Tür stürmte, wobei er mir dicht auf den Fersen war. Er hielt an der Tür inne, als ich den Flur hinunter eilte. Wie wäre es mit Samstagmorgen, rief er. Ich drehte mich um. Im, was? Möbel kaufen, erklärte er. Oh, richtig. Mein Herzschlag beschleunigte sich bei dem Gedanken, den Tag mit ihm zu verbringen, aber ich erinnerte mich daran, dass er mich nur gefragt hatte, weil er keinen Geschmack für Innenarchitektur hatte. Nicht, weil er mich mochte. Toll, einfach toll. Jetzt hoffte ich, dass er Gefühle für mich hatte? Samstags geht klar, ich gehöre ganz dir, sagte ich und wollte mich schon dafür treten, wie das klang. Ich meine, ich gehöre zum Einkaufen ganz dir. Ja, das klang besser. Nicht. Toll, sagte er. Er stand in seiner Tür, als ich nach der Klinke der meinen griff. Hey, Carrie, zwei. Ich blieb stehen und drehte mich um. Ja? Danke für die Kekse, sagte er lächelnd. Erinnert mich an alte Zeiten. Gern geschehen, erwiderte ich und merkte, wie ich sein Lächeln erwiderte. Als ich in meiner Wohnung war, schloss ich die Tür und lehnte mich dagegen. Es ging also nicht nur mir so. Lukas erinnerte sich auch an alte Zeiten. Mein Herz flatterte in meiner Brust. Was hatte das zu bedeuten? Ich wusste es nicht, aber ich erinnerte mich daran, dass wir im Leben nicht immer bekamen, was wir wollten und dass ein neuer Job ausreichen müsste. Kapitel 7 Remis Hausmöbel war eines der größten Möbelhäuser in Sacramento, das jede erdenkliche Art von Möbeln anbot. Der weitläufige Komplex war von außen minimalistisch gestaltet, und über dem Eingang hing eine riesige Plakatwand mit lächelnden Familien. Ich fuhr in eine Parklücke, stellte den Motor ab und wir stiegen aus. Lukas und ich überquerten gemeinsam den Parkplatz, gingen durch die automatischen Schiebetüren und traten ein. Ich nahm einen letzten Schluck von dem Kaffee, den Lukas mir gekauft hatte, und versuchte, meine Nerven zu beruhigen. Ich schaute zu Lukas hinüber, der nur mit einem T-Shirt und einer Jeans bekleidet war. Sein dunkles Haar fiel ihm in die Stirn, seine haselnussbraunen Augen waren hell und aufmerksam. Er drehte sich zu mir um und schien zu bemerken, dass ich ihn anstarrte. Meine Wangen wurden heiß. Ich kann es kaum erwarten, dein Wohnzimmer zu verschönern, scherzte ich, damit er nicht vermutete, dass meine Augenringe davon herrührten, dass ich lange mit Gedanken an ihn aufgeblieben war. Ich musste mich wirklich zusammenreißen. Das weiß ich zu schätzen, sagte er. Wir gingen tiefer in den Laden hinein. Der Gang war gesäumt von Regalen mit Nippes, Kerzen und kleineren Gegenständen, während sich die Möbel im hinteren Teil des Geschäfts befanden. Auf dem Weg nach hinten nahm ich einen der umfangreichen Kataloge des Ladens in die Hand. Remis ist der Beste in der Stadt, sagte er und seine Wange streifte meine, als er sich über meine Schulter beugte, um einen Blick in den Katalog zu werfen. Warum sagst du mir nicht, für welches Zimmer du zuerst einkaufen möchtest, fragte ich, während ich versuchte, mich auf die Möbel zu konzentrieren und nicht darauf, dass das Gefühl seiner Wange an meiner meine empfindliche Haut gewärmt hatte. Zitter! Du hast das Sagen, sagte er und grinste mich an. Was denkst du denn? HMM, ich dachte an die Liegestühle, in denen wir gesessen hatten, und an den behelfsmäßigen Couchtisch. Warum fangen wir nicht mit den Wohnzimmermöbeln an? Er nickte. Klingt nach einem Plan. Wir gingen in den hinteren Teil des Ladens, wo ich mich auf eine weiße Couch plumpsen ließ. Wie wäre es hiermit? Wahrscheinlich nicht das Beste für Millie. Sie hat die Angewohnheit, den Dreck von draußen reinzuschleppen, sagte er und ging zu einer grauen, ellförmigen Sitzgruppe mit ausziehbarem Bett hinüber, auf die er sich setzte. Gemütlich? fragte ich. Er klopfte auf den Platz neben sich. Setz dich zu mir. Wir müssen testen, wie bequem die Couch für Popcorn und Filme ist, sagte er, als hätte er meine Gedanken gelesen. Okay, ich setzte mich auf die Couch, sah zu Lukas hinüber und lachte, als er mit der Fernbedienung den Fernseher einschaltete. Schau, sagte er und berührte meinen Arm. Die haben einen Film für uns laufen. Der fragliche Film entpuppte sich als Rimmewerbung, in der Eltern zu sehen waren, die mit ihren Kindern in den Laden gingen, um Möbel zu kaufen. Der Werbespot hatte eine fröhliche Melodie und am Ende schien die Familie mit ihren Einkäufen sehr zufrieden zu sein. Es ist wie ein Filmdate, sagte er. Ich sah ihn scharf an. Was? So wie wir es jeden Samstag gemacht haben, während meine Mutter uns Makaroni mit Käse gekocht hat? Erinnerst du dich? Ja, natürlich tue ich das, sagte ich und fühlte mich wieder in die Vergangenheit zurückversetzt. Es ist so schön, wieder hier zu sein, sagte er, wobei er seinen Körper in meine Richtung neigte. Unsere Knie berührten sich, als er sich bewegte, und ich fragte mich, ob das beabsichtigt war. Als Kinder haben wir immer viel Zeit miteinander verbracht. Korrektur, erwiderte ich mit erhobenem Finger. Ich habe immer meine ganze Zeit mit dir verbracht, während du auch andere Freunde hattest. Er schaute mich an. Hat dich das gestört? Manchmal, gestand ich wahrheitsgemäß. Ich war schon immer eher introvertiert gewesen und er als Extrovertierter hatte keine Probleme gehabt, viele Freunde zu finden. Aber von allen, sagte er und sah auf, um meinen Blick zu treffen, habe ich mit dir immer am liebsten Zeit verbracht. Ich auch, sagte ich. Mein Herz schmolz bei dem Ausdruck in seinen sanften, haselnussbraunen Augen dahin. Sein übliches Lächeln war verschwunden und wurde durch eine ernste Miene ersetzt. Bevor wir noch etwas sagen konnten, hörte ich eine vertraute Stimme im Gang. Ich drehte mich um und sah zu meinem Entsetzen Kat. Er war am Telefon und schien mich nicht zu bemerken, also vergrub ich meinen Kopf an Lukas' Hals, in der Hoffnung, dass Kat mich hier nicht bemerken würde. Was, begann Lukas, aber ich brachte ihn mit einem Finger zum Schweigen. Ich hielt den Atem an, als Kat an uns vorbeiging, ohne uns zu bemerken. Ich wartete, bis die Luft rein war, bevor ich mich wieder aufrichtete. Das war knapp gewesen, aber ich brauchte keine weitere Konfrontation wegen des nicht unterschriebenen Mietvertrags, bevor ich einen besser bezahlten Job hatte. Lukas hob die Augenbrauen. Was sollte das denn? Ich, äh, mag diese Couch wirklich, sagte ich, während ich über den weichen Stoff strich. Klar, sie ist toll, entgegnete er mit zuckenden Mundwinkeln. Aber es schien fast so, als würdest du Kat aus dem Weg gehen. War Kat hier? Ich schätze, die Schönheit dieser Couch hat mich geblendet. Lukas lachte und stand auf, dann streckte er mir eine Hand entgegen, um mir aufzuhelfen. Gut, dann nehmen wir die Couch-Garnitur. Was als nächstes? Ich blinzelte ihn an. Einfach so? Er hatte sich nicht einmal den Preis angesehen. Ich tat es für ihn und das Schild ließ mich scharf einatmen. Bist du dir da sicher? fragte ich. Ja, sagte er. Er legte mir eine Hand auf den Rücken, als wir losgingen. Ich vertraue auf dein Urteilsvermögen, Carrie Ann. Okay, murmelte ich, betrachtete den nächsten Gang und wies auf einen quadratischen Couchtösch aus Massivholz mit passenden Beistelltischen hin, die gut zur Couch-Garnitur passen würden. Wie wäre es damit? Er nickte. Das gefällt mir. Es ist so süß, wie ihre Frau ihnen beim Aussuchen der Möbel hilft, bemerkte eine Frau, die neben Lukas auftauchte. Sie schien Ende 60 zu sein und trug einen grauen Bob, der sie keck aussehen ließ. Seine Frau? Ich blinzelte. Oh, wir sind nicht. Sie ist fantastisch, nicht wahr? antwortete Lukas, legte einen Arm um mich und drückte mich an seine Seite, während ich ihn mit großen Augen ansah. Genießt diese Zeit, Kinder. Ich weiß noch, wie es ist, jung und verliebt zu sein, sagte sie, bevor sie in einen anderen Bereich ging. Nachdem sie gegangen war, drehte ich mich zu ihm. Warum hast du sie nicht korrigiert? Das war völlig harmlos, sagte er, wobei er mich lachend losließ. Schau nicht so besorgt. Sie fand uns süß. Wer sind wir denn, dass wir ein Kompliment abweisen? Ah, du wolltest also ein Kompliment, erwiderte ich nickend. Es ist aber nicht so, dass ich gelogen hätte. Du bist fantastisch, Carrie Ann. Mein Bauch schlug einen Salto. Da war wieder dieses Gefühl, das winzige Pflänzchen der Hoffnung, dass Lukas etwas für mich empfinden könnte. Mach mir weiter solche Komplimente und ich suche dir einen Esstisch, sagte ich, um diese Hoffnung mit der Realität zu ersticken. Ein paar Stunden später waren wir endlich fertig. Lukas zögerte nicht einmal, als er seine Kreditkarte zum Bezahlen an das Gerät hielt. Ich fragte mich, wie sich diese Art von finanzieller Stabilität wohl anfühlte. Wäre es für mich auch so gewesen, wenn meine Mutter nicht krank gewesen wäre und ich das College abgeschlossen hätte? Der Laden versprach die Lieferung nach Hause, also gingen wir beide mit leeren Händen zurück zum Parkplatz. Die Sonne ging gerade unter und eine leichte Brise wehte um uns herum. Lukas streckte seine Arme in den Himmel. Das war ein erfüllender Tag. Ich glaube nicht, dass ich das ohne dich geschafft hätte. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, sagte ich lächelnd. Wir gingen gemeinsam zu meinem Auto und stiegen ein. Ich steckte den Schlüssel in die Zündung und drehte ihn, aber der Motor sprang nicht an. Stattdessen gab er für einige Sekunden ein stotterndes Geräusch von sich, bevor er verstummte. Ich versuchte es noch ein paar Mal, aber nichts passierte. Nein, 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 murmelte ich leise. Das dürfte nicht sein. Ich hatte kein Geld für so etwas. Ich versuchte es wieder und wieder, aber der Motor sprang nicht an. Das Herz rutschte mir vor Verzweiflung in die Hose, als die Realität schließlich über mich hereinbrach. Mein Auto war kaputt. Kapitel 8 Ich bin so aufgeregt, sagte Gina, die mich anlächelte. Wir waren in einer kleinen Boutique namens Brautglück in der Innenstadt, die eine riesige Kollektion der neuesten Brautkleider, Brautjungfernkleider und formellen Kleider führte. Der Laden war gemütlich und die Wände waren in einem süßen Pastellrosa gehalten. Warum dauert da so lange, fragte Tante Elaine mit einem Blick auf ihre Uhr. Vielleicht sind sie heute beschäftigt, ich sah mich um. Es gab noch ein paar andere Kunden sowie eine sehr aufgeregte Gruppe von Angehörigen einer Braut und die Mitarbeiter des kleinen Ladens schienen Schwierigkeiten zu haben, alles zu bewältigen. Ich bin sicher, dass sie jeden Moment hier sein werden, um uns zu helfen, sagte ich aufmunternd. Außerdem hat Gina das Hochzeitskleid schon. Es sollte ein Kinderspiel sein, die Brautjungfernkleider auszusuchen. Vorausgesetzt, du wählst ein Kleid, in dem du nicht aussiehst, als wärst du gerade aus dem Bett gekommen, sagte Tante Elaine, die mit hochgezogener Augenbraue meine Yoga-Hose und mein T-Shirt musterte. Sie war schon immer kritisch mir gegenüber gewesen und allen anderen auf der Welt außer meinem Vater, der in ihren Augen nichts falsch machen konnte, aber unsere Beziehung hatte sich verschlechtert, seit mein Vater und ich uns auseinandergelebt hatten, nachdem er wieder geheiratet hatte. Aber Elaine musste für mich ein gutes Wort bei der örtlichen Bibliothek einlegen. Ich hatte mich um eine Teilzeitstelle beworben, um mein Einkommen aufzubessern. Das höhere Einkommen würde nicht ausreichen, um die Autoreparatur sofort zu bezahlen, aber ich würde gerade so durch den Monat kommen. Es heißt ja, man solle den Fortschritt anstreben, nicht die Perfektion, und das schien ein guter Schritt zu sein. Tante Elaine war Vorstandsmitglied und ich wusste, dass eine gute Referenz von ihr wie Gold sein würde. Jeder, vor allem die Trauzeugin, muss bestmöglich aussehen, sagte Tante Elaine, da ich nicht auf ihren vorherigen Seitenhieb reagiert hatte. Mum, Gina drehte sich zu mir um. Ignorier sie. Es ist in Ordnung, winkte ich ab. Na, das wurde aber auch Zeit, sagte Tante Elaine, als die Verkäuferin einen Kleiderständer mit Brautjungfernkleidern in die Sitzecke schob, wo wir auf einer Plüschcouch saßen. Sie hatte sichtlich damit zu kämpfen, ihr Gesicht war gerötet. Ich stand auf und ging auf sie zu. Hier, lass mich dir damit helfen. Danke, sagte die Frau und lächelte mich an. Ich bin Ava. Es ist meine zweite Woche hier. Die Besitzerin ist krank und wir haben heute viel zu tun. Die Verzögerung tut mir leid. Kein Problem, sagte ich und überlegte, ob ich nach einer offenen Stelle fragen sollte. Gina setzte sich aufrecht hin und klatschte vor Freude in die Hände. All diese Kleider sehen so hübsch aus. Das hat einen herzförmigen Ausschnitt und Spitzenärmel, erklärte Ava, wobei sie Gina anlächelte. Ich bin mir nicht sicher, sagte ich, da ich dachte, dass Igitt wahrscheinlich keine gute Antwort war. Gina ging zum Ständer und begann, mit ihrer Hand über das Kleid zu streichen. Warum probierst du es nicht an, schlug Ava vor und reichte mir das rosa Kleid, das wie eine Kopie von Molly Ringwalds Kleid aus Pretty in Pink aussah? Mit den langen Ärmeln könnte es mir zu heiß sein, sagte ich, während ich es zurück an den Ständer hängte. Was ist mit diesem hier, fragte Gina und deutete auf ein blaues Kleid. Nun, plötzlich hatte ich die Vision, an Ginas Hochzeitstag wie die bauschige ältere Schwester von Alice im Wunderland auszusehen. Wie wäre es mit etwas Eleganterem, das zu deinem Hochzeitskleid passt, aber nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich lenkt? Carrie, du wirst in diesem Kleid wunderschön aussehen, beharrte Gina, die das Alice im Wunderland Kleid wehmütig betrachtete. Ich wusste, dass in dem von mir gelesenen Artikel gestanden hatte, man sollte der Braut immer zustimmen, aber ich wollte in Ginas Fotoalbum nicht für immer wie eine Kinderbuchfigur aussehen. Ich schätze, ich kann es anprobieren, lenkte ich ein, auch wenn ich innerlich erschauderte. Juhu, rief sie und schlug die Hände zusammen. Tante Elaine rollte mit den Augen, sagte aber nichts, als ich in die Umkleidekabine ging. Es stellte sich heraus, dass das Kleid an mir noch schlimmer aussah als auf dem Bügel. Ich sah aus wie ein sehr unvorteilhafter blauer Cupcake, der zum Leben erwacht war. Noch schlimmer war, dass das Kleid mit Glitzer besetzt war, was ich vor dem Anziehen gar nicht bemerkt hatte. Gina rümpfte die Nase. Ja, das wird nicht funktionieren. Gute Wahl, sagte Tante Elaine dankend. Ich will nicht, dass die Hochzeitsgäste die Trauzeugin mit einer Zirkusakrobatin verwechseln. Ich stieß einen lauten Atemzug aus. Ich werde mich umziehen. Irgendwas wird schon passen. Mach dir keine Sorgen, sagte Ava und legte eine Hand auf Ginas Arm. Können wir in der Zwischenzeit für eventuelle Änderungen deine Maße überprüfen? Das scheint in meinem Ordner zu fehlen. Natürlich, sagte Gina, die besorgt aussah. Bitte geh voraus. So blieb ich mit Tante Elaine allein. Ich zog mir schnell das Kleid aus, bevor ich mich neben sie setzte. Zwischen uns herrschte peinliche Stille. Danke, dass du mir beim Abschleppen geholfen, begann ich, als sie gleichzeitig sagte, ich habe gehört, du bewirbst dich. Ich räusperte mich. Bitte, du zuerst. Sie warf mir einen Blick zu. Du hast dich in der Bibliothek für eine Teilzeitstelle beworben. Ich nickte. Ich könnte an den Wochenenden und jeden Dienstagabend arbeiten. Arbeitest du nicht immer noch als Empfangsdame bei Total Fit? fragte sie. Ihr Tonfall deutete darauf hin, dass sie meine Berufswahl nicht billigte. Wie lange arbeitest du schon dort? Fünf Jahre, antwortete ich. HMM, murmelte sie, als wäre sie in Gedanken versunken. Ich werde ein gutes Wort einlegen und sehen, was ich tun kann, Carrie. Erleichterung machte sich in mir breit. Vielen Dank, Tantchen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Dein alter Freund hat deinen Vater besucht, weißt du, sagte Tante Elaine und warf mir einen bedeutungsvollen Blick zu, den ich nicht ganz verstand. Ich blinzelte verwirrt. Wer? Dein alter Freund, Lukas. Hat er das? fragte ich, denn das war neu für mich. Als wir Kinder gewesen waren, hatten Lukas und mein Vater unheimlich viel Zeit in der Garage verbracht, wo er ihm beim Ölwechsel oder anderen Arbeiten half. Ich brachte ihnen immer Limonade, wenn sie schwer am Arbeiten waren. Die Tatsache, dass er ihn besuchte, hätte also keine Überraschung sein sollen. Ich hatte keine Ahnung, sagte ich, überrascht darüber, dass er es nicht erwähnt hatte. Vielleicht solltest du deinem Vater auch mal einen Besuch abstatten, bemerkte Tante Elaine demonstrativ. Ich war einfach so beschäftigt, sagte ich, obwohl ich keinerlei Bedürfnis verspürte, meinen Vater und seine Frau zu sehen, die ihr glückliches Leben in der Vorstadt führten. Ich fragte mich, ob Lukas sie getroffen hatte. Was hatte er von ihr gehalten? Ich schüttelte den Kopf. Seit dem Vorfall mit meinem Auto hatte ich nicht mehr mit ihm gesprochen, zum Teil aus Verlegenheit und zum Teil, weil seine Nähe alle möglichen komischen Gefühle hervorrief. Außerdem war er wahrscheinlich mit jemandem zusammen, also musste ich mich von ihm fernhalten. Bevor Tante Elaine mich weiter bedrängen konnte, meinen Vater zu besuchen, kam Gina zurück. Und auch Ava kehrte mit einem weiteren Ständer voller Brautjungfernkleider zurück. Das hier ist wunderschön, sagte Gina, die ein marineblaues Kleid hochhielt. Schlicht und unkompliziert. Ich hielt das Kleid an meine Brust und schaute in den Spiegel. Es war elegant ausgestellt und endete knapp unterhalb des Knies. Das könnte funktionieren, sagte ich, während ich in die Umkleidekabine schlüpfte. Eine Minute später kam ich heraus und drehte mich vor den bodenlangen Spiegeln. Der Rock war bauschiger als erwartet und wogte förmlich beim Gehen. In Gedanken stellte ich mir vor, wie Lukas mir sagte, ich sehe aus wie eine Ballerina, was mich zum Lächeln brachte. Amüsiert dich etwas? fragte Tante Elaine, womit sie mich aus meinem Tagtraum riss. Ich glaube, das ist es, sagte ich und zeigte auf das Kleid. Das dachte ich auch gerade, stimmte aber zu. Ich weiß nicht, murmelte Gina nachdenklich. Ist es zu schlicht? Nein, entgegnete Tante Elaine, ohne mich beim Sprechen anzusehen. Zum ersten Mal verspürte ich das Bedürfnis, meine Tante zu umarmen. Es ist die perfekte Ergänzung zu deinem Kleid. Ich wollte etwas Auffälligeres, aber da dies der allgemeine Konsens zu sein scheint, soll es so sein, sagte Gina. Als ich in die Umkleidekabine ging, um mich umzuziehen, steckte Tante Elaine den Kopf hinein, kurz bevor ich den Vorhang zuzog. Bevor ich ein gutes Wort für dich beim Personalchef der Bibliothek einlege, möchte ich, dass du eine Sache tust. Klar, sagte ich, auf den Haken an der Sache wartend. ISS mit deinem Vater zu Abend und sorge dafür, dass es angenehm wird, sagte sie. Nein, ich, ich, begann ich, aber sie unterbrach mich. Es wird Zeit, dass diese Fede zwischen euch beiden beendet wird. Ich habe keine Fede mit ihm, antwortete ich wahrheitsgemäß. Die Dinge sind einfach kompliziert. Aber es würde mir wirklich viel bedeuten, wenn du mich empfehlen könntest. Nun, das würde ich gerne tun, entgegnete sie fast schon herablassend. Nachdem du deine Meinung darüber geändert hast, dich mit deinem Vater zu treffen, ihre Antwort für mich war klar und deutlich. Kapitel 9 Als es an der Tür klopfte, öffnete ich sie und sah Lukas mit einer weißen Tüte in der einen und einer Topfpflanze in der anderen Hand vor mir stehen. Bei seinem Anblick begann mein ganzer Körper zu strahlen und ich lächelte. Was machst du denn hier, fragte ich. Ich bin hier, um den Schaden zu reparieren, den meine Katze auf deiner Terrasse angerichtet hat, erklärte er, wobei er die weiße Tüte mit Essen darin hochhielt. Außerdem habe ich Abendessen mitgebracht. Weil ich Hunger habe. Du hast besser auch genug für mich, sagte ich nickend. Er grinste. Keine Sorge, ich habe genug mitgebracht, um uns eine Woche lang zu ernähren. Dürf ich reinkommen? Natürlich. Er trat ein und eine Sekunde später folgte ihm Milie, die eine neue, fröhlich bimmelnde Glocke um den Hals trug. Ich hob eine Augenbraue. Du hast die Pflanzenzerstörerin mitgebracht? Sie ist hier, um sich zu entschuldigen, sagte er grinsend. Und weil sie an meiner Tür geschrien hätte, wenn ich sie allein zu Hause gelassen hätte. Wo soll ich das Essen hinstellen? Ich führte ihn in die Küche, wo er mehrere große Behälter auspackte. Ich stellte die Teller auf den Tresen und er begann, uns zu servieren. Der Name auf der Tüte wies auf das koreanische Restaurant am Ende der Straße hin, das ich schon seit längerer Zeit ausprobieren wollte. Auf dem Teller stapelte er weiche Reiskuchen mit einer Soße, Brötchen mit eingelegtem Ingwer und frisch gekochten, fluffigen Reis. Lecker. Das sieht so gut aus, schwärmte ich, während Milie um meine Beine herumschlich, offensichtlich in der Hoffnung darauf, einen Bissen abzustauben. Träum weiter, Kätzchen. Das Beste daran, wieder nach Hause gekommen zu sein, ist das Essen, sagte er, wobei er nach einem weiteren Reiskuchen griff. Nicht, mich wiederzusehen, scherzte ich. Er warf mir einen Blick zu, den ich nicht entziffern konnte. Nun, das versteht sich von selbst. Bist du froh, dass ich zurück bin? Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll, schoss sie spielerisch zurück. Wenn man bedenkt, dass deine Katze meine Terrasse zerstört hat. Hey, es tut ihr sehr leid. Lüg nicht für sie, sagte ich und schaute zu Milie hinunter, die uns beide mit ihren großen grünen Augen anschaute. Ich glaube nicht, dass ihr jemals in ihrem Leben irgendetwas leidgetan hat. Zu ihrer Verteidigung, ich glaube nicht, dass das irgendeine Katze jemals getan hat, meinte er. Erinnerst du dich an die getigerte Katze, die bei uns in der Straße gewohnt hat? Die von Mrs. Dolores adoptiert wurde? Ja, sagte ich und schnippte mit den Fingern. Die, die den Postboten von der Tür weggejagt hat? Genau die, sagte er, hob eine Schulter und machte ein lustiges Gesicht. Ich glaube, diese Katze ist repräsentativ für die meisten Katzen. Das erklärt Milie, erwiderte ich und betrachtete das pelzige Wesen zu unseren Füßen mit zusammengekniffenen Augen. Ehrlich gesagt konnte ich ihre Entschlossenheit nur bewundern, auch wenn sie sich durch die meisten meiner Pflanzen gefressen hatte. Vielleicht sollte ich mein Leben mit der gleichen Unverfrorenheit leben. Hast du jemals darüber nachgedacht, dir ein Haustier zuzulegen? fragte er. Manchmal, wenn es mir zu ruhig ist, sagte ich achselzuckend. Früher, als meine Mutter noch lebte, konnte ich sie anrufen und hatte jemanden, der mir Gesellschaft leistete. Aber jetzt? Es schmerzte noch immer so sehr wie eh und je, über meine Mutter zu sprechen. Manchmal fühlte sich die Leere, die sie hinterließ, so groß an, dass ich nicht wusste, ob ich damit umgehen konnte. Nicht, dass ich eine Wahl hätte. Es tut mir leid, dass sie von uns gegangen ist, entgegnete er kopfschüttelnd. Weißt du, eine der ersten Sachen, die ich bei meiner Rückkehr hierher getan habe, war, ihre Lieblingsblumen auf ihr Grab zu legen. Wirklich? fragte ich. Mir lief ein Kribbeln über den Rücken. Der Strauß, den du in Katziers Laden gekauft hast? Der war für meine Mutter? Er nickte. Für wen denn sonst? Ich weiß nicht, eine Frau oder mehrere Frauen. Woher sollte ich das wissen? Immerhin war der Kerl süß, erfolgreich und immer noch so gut aussehend wie eh und je. Das war das Mindeste, was ich tun konnte, sagte er und setzte sich zu mir an den Tisch. Ich habe deine Familie immer geliebt. Es hat mir das Herz gebrochen, als ich von deiner Mutter hörte. Das ist wirklich süß von dir, murmelte ich und kaute auf meiner Unterlippe. Ich mied noch immer das Grab meiner Mutter, weswegen ich ein schlechtes Gewissen hatte. Es erschien mir falsch, dorthin zu gehen, als würde ich sagen, dass es in Ordnung war, dass sie nicht mehr da war, was nicht der Fall war. Es bedeutete mir viel, dass Lukas an sie dachte, besonders nachdem mein Vater so schnell weitergezogen war. Daran wollte ich nicht denken. Ich lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf das köstlich gewürzte Essen und unser Gespräch wieder auf seine Katze. Wir aßen auf und er ging kurz zurück zu seiner Wohnung, um weitere Töpfe und Pflanzen zu holen, die er gekauft hatte, um mir zu helfen, meinen Garten wieder aufzubauen. Das hättest du nicht tun müssen, sagte ich, als er sie alle auf dem Boden meiner Terrasse ausbreitete. Nachdem, was Milje getan hat, ist das das Mindeste, was ich tun kann, erwiderte er, schüttelte den Kopf und warf seiner Katze, die an der Tür hockte und uns beobachtete, einen vorwurfsvollen Blick zu. Nun, ich werde nicht widersprechen, bemerkte ich. Weißt du, was du da tust? Man setzt die Pflanzen einfach in die Töpfe, oder, sagte er mit gerunzelter Stirn. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, wir sollten darauf achten, dass die Töpfe, die du ausgesucht hast, groß genug sind, dass sie Platz für Wachstum lassen, sagte ich und kniete mich neben ihn. Also, diese Tomatenpflanze braucht mehr Platz. Lass uns diesen größeren Topf nehmen. Er hörte zu, während ich versuchte, ihm meine spärlichen Gärtnertechniken so gut wie möglich zu erklären, und wir machten uns an die Arbeit. Er schien keine Angst zu haben, Dreck unter die Nägel zu bekommen, und machte sich daran, meine neuen Pflanzgefäße mit Samen zu füllen, damit daraus Kräuter und Blumen werden konnten. Es hatte etwas Friedliches, mit Lukas zu pflanzen, auch wenn ich ihn ab und zu korrigieren musste. Milje putzte sich, als würde sie uns nicht beobachten, bevor sie sich an einem sonnigen Platz in meiner Wohnung zusammenrollte, und schon bald hatten wir die Terrasse wieder mit Pflanzen gefüllt. Wie willst du Milje davon abhalten, die kaputt zu machen, fragte ich. Ich werde sie mir einfach zur Brust nehmen, sagte er, als wäre das eine brillante Idee. Ich bin sicher, sie wird deine Standpauke sehr ernst nehmen, sagte ich. Ja, ich bin gut in solchen Sachen, stimmte er grinsend zu. Du hast so ein tolles Lächeln, sagte ich, denn ich liebte es, wie es sein ganzes Gesicht zu erhellen schien, was mein Herz ein wenig zum Flattern brachte. Deins ist auch nicht schlecht, erwiderte er mit einem Zwinkern. Danke für das Abendessen, sagte ich, plötzlich ein wenig schüchtern. Ich war mir nicht sicher, woher das kam, aber ein Teil von mir fühlte sich, als kämen wir von einem Date zurück, das sich vor seiner Tür verweilte und wartete, ob er mich küssen würde. Es war nur bestelltes Essen, winkte er achselzuckend ab. Besser als die Macaroni mit Käse, die ich geplant hatte. Wenn du jemals eine Ausrede brauchst, um viel zu viel Essen von diesem Restaurant zu bekommen, sag mir Bescheid, sagte er. Ich teile gerne mit dir. Bei dieser Einladung wurde mir ganz warm ums Herz, aber ich wusste, dass er es nicht so gemeint hatte. Ich meine, er war einfach nur nett. Lukas war schon immer nett gewesen. Er blickte von dem Topf auf, den er bepflanzt hatte, und seine Augen verweilten einen Moment lang auf meinen. In diesem Moment herrschte Elektrizität zwischen uns, so greifbar, dass ich sie fast spüren konnte. Ich war mir sicher, dass er sich zu mir beugen und mich küssen würde. Mein Blick wanderte hinunter zu seinen Lippen, die sich zu einem Lächeln verzogen. Er schien mich zu beobachten, als würde er auf eine Einladung warten, weiterzumachen. Ich neigte meinen Kopf, in der Hoffnung, damit zu signalisieren, dass ich für einen Kuss offen war. Ich spürte, wie sich die Haare in meinem Nacken aufstellten, als er mich musterte. Mein Herz klopfte und ich fragte mich, ob das wirklich passierte oder ob ich mir diese Verbindung nur einbildete. Und gerade als ich mir sicher war, dass er den Abstand zwischen uns verringern und mich in seine Arme ziehen würde, ertönte ein leises Knirschen hinter uns. Wir drehten uns beide um und sahen, wie Millie in eines der Blätter der Tomatenpflanze biss, die wir gerade eingetopft hatten. Millie, sagte er und scheuchte sie von ihrem neuesten Snack weg, sehr zu ihrer Enttäuschung. Ich hätte nicht lachen sollen, aber ich war geschockt von dem, was fast passiert wäre. Meine Kehle fühlte sich trocken an und ich war mir sicher gewesen, dass er mich küssen würde, ganz sicher, und dann. Millie. Es tut mir leid, sagte er kopfschüttelnd. Ich sollte sie nach Hause bringen. Sie scheint einen Rachefeldzug gegen deine Pflanzen zu führen. Das sehe ich, scherzte ich und hoffte, dass er die Überraschung und Enttäuschung nicht sehen konnte, die mir ins Gesicht geschrieben standen. Er nahm Millie in seine Arme und ging zur Tür. Wir sehen uns später, okay, sagte er in einem freundlichen, aufmunternden Tonfall, bei dem ich mich fragte, ob ich mir den ganzen Moment, den ich glaubte, zwischen uns erlebt zu haben, nur eingebildet hatte. Wenn du noch mehr Hilfe mit deinen Pflanzen brauchst, sag einfach Bescheid. Solange du deine Katze von ihnen fernhältst, denke ich, dass ich klarkomme, erwiderte ich in der Hoffnung, meine Gefühle so gut wie möglich zu verbergen. Er winkte, und einfach so war er weg. Er musste es auch gespürt haben, oder? Diese Anziehungskraft, dieser Sog, der uns zusammenzuziehen schien? Ich konnte jetzt fast seinen Mund auf meinem spüren. Vielleicht hätte ich ihn einfach küssen sollen. Egal, wie chaotisch mein Leben im Moment war, ich hatte offensichtlich Gefühle für Lukas entwickelt. Was war falsch daran, sie einfach auszuleben? Gott sei Dank hatte ich diesen Job nicht bekommen. Ich würde das als Zeichen dafür nehmen, dass Lukas und ich nach all den Jahren vielleicht über die Freundschaft hinauskommen würden. Ich brauchte das Geld, klar, aber ich würde schon etwas finden. Das, oder ich würde umziehen müssen. Seufz. Ich spürte, wie mein Handy in meiner Tasche vibrierte und zog es heraus. Hm. Eine Sprachnachricht von vor ein paar Stunden, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Lukas angekommen war. Ich tippte auf die Nachricht und hörte sie ab. Hallo, hier ist Annie Adden, zwitscherte sie in die Leitung. Ich bin die Personalleiterin bei Douglas Systems Worldwide. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für die Stelle als Assistentin der Geschäftsführung beworben haben. Mein Herz zog sich zusammen. Jetzt kam die offizielle Absage. Auch wenn ich wusste, dass es das Beste war, weil Lukas mein Nachbar war und ich heimlich für ihn schwärmte, fühlte es sich trotzdem wie eine Enttäuschung an, dass ich nicht gut genug für den Job gewesen war, dass Lukas gedacht hatte, ich sie nicht gut genug für den Job. Jedenfalls freue ich mich, Ihnen sagen zu können, dass wir Ihnen die Stelle anbieten möchten. Für die Zukunft brauchen wir Sie um. Ihre Stimme verklang, obwohl sie immer noch sprach, und ich versuchte mein Bestes, um zu begreifen, was ich da hörte. Mir wurde die Stelle angeboten? Mein Herz schlug höher. Sie fanden, ich sei gut genug für den Job. Ich würde das Geld haben, um meine Miete zu bezahlen, und oh nein! Ich würde mit Lukas zusammenarbeiten. Was angesichts meiner Anziehung zu ihm die reinste Folter sein würde. Ich wollte diesen Job und brauchte ihn, also würde ich das Angebot natürlich annehmen. Aber gleichzeitig wusste ich, dass mein Leben gerade sehr viel komplizierter geworden war. Kapitel 10 Als ich mich zum letzten Mal hinter den Empfang von Total Fit setzte, stieß ich einen Seufzer aus. Hier hatte ich mich über die Jahre wohlgefühlt und es würde seltsam sein, dieses Fitnessstudio zu verlassen. Ich erinnerte mich daran, wie sehr sich meine Mutter für mich gefreut hatte, als ich diesen Job bekam. Und wie sie mich an meinem ersten Tag abgeholt und zum Mittagessen ausgeführt hatte. Aber sie war weg. Der Gedanke schmerzte mich. Wenigstens würde mein neuer Job eine deutliche Gehaltserhöhung mit sich bringen. Es war nervenaufreibend, irgendwo neu anzufangen, und ich hatte schon Zweifel, wie ich das Zusammenarbeiten mit Lukas bewältigen würde. Kein Teil von mir wollte bei Total Fit aufhören, aber ich hatte keine Wahl. Noch ein Tag hier, dann würde ich eine neue Karriere beginnen. Ein Teil von mir wollte die Herausforderung dieser neuen Stelle und ich wollte aufgeregt sein. Warum fühlte es sich dann so an, als hätte ich am Rande einer Klippe gesessen und würde jetzt heruntergeschubst? Mein Chef, Nick, hatte mir einen Blumenstrauß auf der Rezeption hinterlassen, mit einem Zettel, auf dem viel Glück stand. Ein wortkarger Mann, aber ich wusste die Geste zu schätzen. Ich stellte die Vase hinter den Tresen, damit ich ihren süßen Blumenduft für den Rest des Tages riechen konnte. Guten Morgen, trällerte Kennedy, als sie durch die Eingangstür kam. Ich schaute auf und winkte ihr zu, als sie in ihrem schicken Trainingsoutfit auf mich zuhüpfte. Ich hatte keine Ahnung, wie sie es schaffte, den ganzen Tag in so einem sexy Outfit zu verbringen. Wenn es um mein Training ging, bevorzugte ich etwas Großes und Schlabberiges, das meinen Schweiß verbarg. Hallo, sagte ich, grinste sie an und stellte fest, dass ich es vermissen würde, sie jeden Tag zu sehen. Traurigkeit machte sich in mir breit. Ich kann nicht glauben, dass dies dein letzter Tag ist, sagte sie, woraufhin sie mir eine Flasche Wein und eine riesige Schachtel Pralinen überreichte. Hier, das ist von Steve und mir. Ihr hättet nichts für mich besorgen müssen, erwiderte ich gerührt. Das ist, um dich bis zu deiner Abschiedsparty am Freitag über Wasser zu halten, erklärte Steve, als er in die Eingangshalle kam und einen Arm um seine Freundin legte. Hast du mich vermisst? Fragte er sie. Sie lehnte sich an ihn und lächelte. Immer. Abschiedsparty? Fragte ich, während ich angesichts ihrer Niedlichkeit mit den Augen rollte. Ich konnte mich noch gut daran erinnern, wie lange sie gebraucht hatten, um sich ihre Gefühle füreinander einzugestehen, nachdem sie jahrelang hier zusammengearbeitet hatten. So viel zu sturer Verleugnung. Freitag, in der Oase, sagte er, hielt eine Hand hoch und deutete mit dem Finger auf mich. Du musst da sein. Die ganze Clique wird dir einen schönen Abschied bereiten. Das klingt perfekt, ich spürte, wie ein Kloss der Gefühle in meiner Kehle aufstieg. Ich ging. Dies war mein letzter Arbeitstag hier. Das war eine Menge zu verkraften. Wenigstens hatte ich etwas Wein und Schokolade, um den Schlag zu mildern. Am Freitag kannst du uns den ganzen Klatsch und Tratsch über die neun Leute erzählen, mit denen du zusammenarbeitest, sagte Kennedy, eine Hand auf die Brust gelegt. Ich bin mir sicher, dass sie großartig sind, aber bei weitem nicht so großartig wie wir. Stimmt, sagte ich und drückte einen Finger auf meine Wange. Aber was ist, wenn sie Klatsch und Tratsch über euch hören wollen? Dilemma, Dilemma. Eh, wir sind nicht so interessant, entgegnete sie lachend. Ich bin mir sicher, dass dir nichts einfallen wird. Ich werde einfach einen Skandal erfinden, das könnte lustig werden, scherzte ich und tippte mir ans Kinn. Hm. Was würde mich bei den neuen Mitarbeitern beliebt machen? Jeder liebt guten Tratsch. Sag ihnen, dass ich in einem anderen Fitnessstudio Zumba unterrichte, sagte Kennedy und legte mit vorgetäuschtem Entsetzen eine Hand auf ihre Brust. Ich habe meinen Arbeitgeber betrogen. Der Horror. Als würde Nick das bemerken, bei dem tollen Job, den du hier machst, ich kicherte und neigte den Kopf, als Erika hinter ihnen durch die Tür kam. Sie trug eine Yoga-Hose und einen Kapuzenpulli. Ihre Haare hatte sie zu einem hohen Dut hochgesteckt, um sie für die vielen Vinyasas, die sie heute machen würde, aus dem Gesicht zu halten. Oh, Carrie, ich kann nicht glauben, dass du uns verlässt, sagte Erika, als sie herkam, um sich an die Rezeption zu lehnen. Es war noch ruhig, bevor das Fitnessstudio offiziell öffnete, also musste ich mir keine Sorgen machen, dass ich Kunden ignorieren würde. Ich wusste, dass ich großes Glück gehabt hatte, diese Leute zu finden, mit denen ich so gerne gearbeitet hatte, und ich hatte keine Garantie, dass ich an meinem neuen Arbeitsplatz dasselbe erleben würde. Ich weiß, mir geht es genauso, entgegnete ich kopfschüttelnd. Ich weiß nicht, wo ich so ablenkende Leute wie euch finden soll, um mich zu unterhalten. Wir lachten alle. Ich spürte bereits, wie schwer es sein würde, diesen Ort zu verlassen. Der Duft der Blumen erfüllte meine Sinne und ich fragte mich, ob ich mir noch einen Tag stehlen könnte, bevor ich endgültig ging. Nur noch einen. Das wäre doch nicht unfair, oder? Wir blieben beieinander, bis die ersten Kunden kamen. Ich begrüßte sie, als sie ihre Karten scannten, bevor sie nach hinten ins Studio gingen, um ihr Training zu absolvieren. Ein paar von ihnen warfen einen Blick auf die Geschenke auf meinem Tresen, aber niemand sagte etwas. Zweifellos wollten die meisten von ihnen vor ihrem Arbeitstag so schnell wie möglich in das Fitnessstudio und wieder heraus. Hey, wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben, sagte Kennedy, während alle mit mir an ihrem Morgenkaffee nippten. Was denn, fragte ich. Das Wort des Tages, antwortete sie. Ich lachte. Ich weiß nicht, ob wir das müssen. Komm schon, es ist nur fair, dass du uns etwas Spektakuläres gibst, damit wir uns an dich erinnern, sagte sie. Dir fällt doch bestimmt etwas ein, oder? HMM, gib mir eine Sekunde, sagte ich und tippte theatralisch mit einem Finger auf meine Unterlippe. Ich versuchte, mit dem Gefühlschaos, das mich heute durchströmte, zu denken, die Aufregung, einen neuen Job zu beginnen, die Sorge, es zu vermasseln und die Traurigkeit, diesen Ort zurückzulassen. Wie wäre es mit ner Vorregung, sagte ich nickend. Steve neigte seinen Kopf zur Seite, eine Augenbraue hochgezogen. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, dass ich irgendwie ausflippe, weil ich einen neuen Job anfange, erklärte ich, wobei ich eine Hand höher als die andere hob, bevor ich die andere Handfläche höher streckte. Aber ich freue mich auch auf die neue Stelle. Nervosität. Aufregung. Nervorregung. Das ist ziemlich gut, sagte Erika. Ich nickte. Inspiriert durch die aktuellen Umstände. Kennedy beugte sich vor, um mich zu umarmen. Ich werde dich hier vermissen, weißt du das? Sie drückte mich so fest, dass ich einen plötzlichen Gefühlsausbruch zurückhalten musste. Dann hast du wenigstens eine Person weniger, die dich jeden Morgen mit erfundenen Wörtern quält, scherzte ich, woraufhin alle lachten. Ja, aber dann habe ich eine Person weniger, die ich mit meinen erfundenen Worten quält, quälen muss, merkte sie an. Außerdem fängt morgen eine neue Person an. Diese Vorstellung gefällt mir überhaupt nicht. Ich schätze, ihr werdet mich im Gruppenschat auf dem Laufenden halten müssen, sagte ich. Keine Sorge, ich werde diese Woche eine Liste für dich führen, damit du nichts verpasst, versprach Steve. Wir werden dich am Freitag über alles informieren, ja? Ich kann mir keine bessere Art vorstellen, meinen Freitagabend zu verbringen, sagte ich und meinte es auch so. Wenn ich hier war, fühlte es sich wie ein Zufluchtsort vor dem Rest der Welt an. Vielleicht könnte ich solche Beziehungen auch in meinem neuen Job haben, aber es gab keine Garantie dafür. Ich hoffte, dass ich mich mit allen dort gut verstehen würde. Ich sollte euch an die Arbeit lassen, oder? sagte ich. Steve zuckte mit den Schultern. Nick kann dich ja nicht feuern, wenn du uns ablenkst. Gutes Argument, erwiderte ich lachend. Wir wollen nicht, dass Nick uns Stress macht, Steve, sagte Kennedy, während sie die Karte lass, die an meinem Blumenstrauß befestigt war. Außerdem hat Nick ihr Blumen geschenkt. Das ist süß. Okay, sagte Erika und umarmte mich. Wir lassen dich weitermachen. Aber geh nicht, ohne dich von uns zu verabschieden, okay? Das werde ich nicht, versprochen, sagte ich, als Steve mich als Letzter zum Abschied umarmte. Ich grinste, als ich ihnen beim Gehen zusah und fragte mich, wie ich es schaffen würde, diesen Ort zu verlassen. Morgen würde ich eine brandneue Stelle als Assistentin der Geschäftsführung antreten und mit dem Mann zusammenarbeiten, in den ich mich mehr oder weniger verliebt hatte. Und ich wusste ohne Zweifel, dass das eine viel größere Bedrohung für meinen Verstand darstellen würde, als alles andere es ihr je getan hatte. Kapitel 11 Im Aufzug richtete ich meine Bluse, überprüfte meine Zähne im Spiegel und strich mein Haar glatt, um sicherzugehen, dass es sich nicht aus dem Dud löste, den ich gesteilt hatte. Ich konnte mit diesem neuen Job umgehen. Ich wusste, dass ich das tun konnte. Alles, was dieser Tag mir abverlangte, konnte ich bewältigen, und ich würde mir nichts in die Quere kommen lassen. Sie hätten mir diese Stelle nicht gegeben, wenn sie nicht glauben würden, dass ich sie bewältigen konnte, oder? Ich meine, so schwer es auch zu glauben war, dass irgendjemand mich ansah und die Kompetenz in Person in der Softwarebranche erkannte, würde ich all diese Unternehmenssachen im Handumdrehen lernen. Zumindest hoffte ich, dass es so laufen würde. Die Aufzugstür öffnete sich und ich biss mir auf die Lippe, in der Hoffnung, dass mir meine Nervosität nicht ins Gesicht geschrieben stand. Ich traf mich mit Ernie Adden, der Leiterin der Personalabteilung, die mir mitteilte, dass meine Chefin Linda Schofield nicht in der Stadt sei und ich mich allein an alles gewöhnen müsse. Mein Schreibtisch befand sich in einer Nische den Flur hinunter von den anderen stellvertretenden Direktoren. Ich hatte einen kleinen Stuhl hinter einem glänzenden Schreibtisch und ein nagelneuer Laptop wartete auf mich. Ich klappte ihn auf, kramte in meiner Tasche nach dem Passwort und rief die E-Mail mit der Liste meiner neuen Aufgaben auf. Als ich einen Blick auf Lindas Kalender mit den anstehenden Meetings und Veranstaltungen warf, konnte ich auch die Zeitpläne der anderen stellvertretenden Direktoren sehen. Ich musste einen Weg finden, den Lukas, den ich in meiner Wohnung hatte küssen wollen, von dem zu trennen, der hier arbeitete. Ja, das war alles andere als ideal, aber ich musste konzentriert bleiben. Nachdem ich die E-Mail-Größe meiner neuen Chefin gelesen hatte, tippte ich einige diktierte Briefe ab, die sie mir gemailt hatte, und überprüfte sie dann noch einmal auf Fehler. Ich warf einen Blick auf den Terminkalender und sah, dass Lukas ein weiteres Meeting hatte, sobald das zu Ende war, in dem er sich aktuell befand. Als Dankeschön dafür, dass er mich für diesen Job empfohlen hatte, beschloss ich, einen Kaffee für ihn bereit zu haben, sobald er hier oben ankam. Konnte nicht schaden, oder? Wie mochte er seinen Kaffee? Es war ja nicht so, als wären wir am Dreifeln, wo ich aus einer Liste von Espresso-Getränken bestellen konnte. Vielleicht könnte ich anstelle des Pausenraum-Kaffees schnell nach draußen gehen. Bei meiner Ankunft hatte ich einen Kaffeewagen auf der Straße gesehen. Also nahm ich den Aufzug zurück nach unten und schlenderte nach draußen, wobei ich mein bestes Geschäftsgesicht aufsetzte, als ich am Stand ankam. Hallo, begrüßte ich den Mann hinter dem Wagen fröhlich. Ich habe gerade angefangen, hier zu arbeiten und wollte fragen, ob sie mir einen Gefallen tun können? Und der wäre, fragte er, wobei er mich von oben bis unten musterte, als versuchte er herauszufinden, ob ich die Wahrheit sagte oder nicht. Wissen Sie, welchen Kaffee Lucas Carter für gewöhnlich bestellt, fragte ich und deutete auf das Gebäude, in dem wir arbeiteten. Er hat erst vor ein paar Monaten hier angefangen zu arbeiten. Netter Typ, ungefähr so groß. Ah, natürlich, ich kenne Lukas, erwiderte er, ohne zu zögern. Er trinkt einen Hafermilchlatte mit Karamellsirup und etwas Zimt. Oh, und Metcherpulver. Das ist anders, sagte ich, aber ich zuckte mit den Schultern. Der Typ wusste besser als ich, was er bestellte, und ich würde nicht mit ihm diskutieren. Okay, können Sie das für mich machen? Ich brauche es ziemlich schnell. Er bereitete das Getränk zu, was mich eine übertriebene Summe Geld kostete. Lukas hatte wirklich einen teuren Geschmack, was Espressogetränke anging. Vielleicht würde mir so etwas auch gefallen, wenn ich mir mehr als einen schwarzen Kaffee mit einem Schuss Milch leisten könnte. Ich schaffte es gerade nach oben, als er von seinem Termin zurückkehrte. Stolz lächelte ich, als ich ihm seinen Kaffee hinhielt. Ich habe dir deine übliche Bestellung gebracht, genau so, wie du ihn magst. Ey, das ist nett von dir, Carrie. Ich brauche das wirklich, er hob den Becher seine Lippen, nahm einen Schluck und verzog das Gesicht. Was ist los, fragte ich stirnrunzelnd. Der Typ am Kaffeewagen draußen hat gesagt, dass du normalerweise das hier bestellst. Ich hole keinen Kaffee bei ihm, sagte er und zog die Augenbrauen hoch. Wie viel hast du dafür bezahlt? Ey, wahrscheinlich zu viel. Ja, ich glaube, er hat dir nur die teuerste Bestellung gegeben, um an deinem ersten Tag schnelles Geld von dir zu bekommen, sagte er und zog eine Grimasse. So sehr ich das auch schätze, ich bin mir nicht sicher, ob ich das trinken kann. Es schmeckt wie Gras. Willst du es haben? Klar, ich komme damit klar, ich nahm den Kaffee mit an meinen Schreibtisch, aber sobald ich ihn probiert hatte, musste ich zugeben, dass er wie Rasenschnitt schmeckte. Igitt Ich warf ihn in den Mülleimer. Ich war reingelegt worden. Das war nicht der beste Start, aber ich konnte damit umgehen. Neun Leuten waren schon schlimmere Dinge passiert, oder? Ich überprüfte meine E-Mails und fand ein Software-Handbuch, das ich laut den Kommentaren meiner Chefin bearbeiten sollte. Also machte ich mich an die Arbeit und tippte. Als Lukas an meinem Schreibtisch erschien, schaute ich auf die Uhr, und es waren bereits einige Stunden vergangen. Er warf mir ein Lächeln zu. Ich spürte einen kleinen Blitz in meinem Bauch, den ich so gut es ging ignorierte. Geht es dir gut? fragte er. Ja, ich arbeite gerade Lindas Termine für den Rest der Woche aus, antwortete ich so entspannt wie möglich. Klang ich wie eine Assistentin der Geschäftsführung? Ich hoffte es. Gibt es etwas, das ich wissen muss? fragte er lächelnd. Ich kann dir ihren Terminplan schicken, wenn du willst, sagte ich und hatte das Gefühl, dass ich langsam den Dreh in dieser neuen Rolle als Assistentin der Geschäftsführung raus hatte. Ich kann den neuen Terminplan schon sehen, erwiderte er, wobei er ein Lächeln unterdrückte. Ich bekomme Echtzeit-Updates über den Gruppenkalender. So bin ich immer auf dem Laufenden. Meine Augen weiteten sich vor lauter Panik. Oh, nein! Es konnte doch nicht sein, dass alle die kleinen Notizen sahen, die ich dort hineingeschrieben hatte, damit ich mich an Dinge erinnern konnte, oder? Aber laut Lukas bekamen sie Echtzeit-Updates. Ich verspürte das starke Bedürfnis, mir mit der Hand auf die Stirn zu schlagen. Ich habe deine Notizen gesehen, sagte er und zog eine Augenbraue hoch. Ey, sehr interessant. Gut zu wissen, welche Meinung du zu allem hast. Ich konnte spüren, wie meine Wangen brannten. Erst der Kaffee, und jetzt das? Ich musste geradezu inkompetent wirken. Ich konnte nicht glauben, dass ich nicht gewusst hatte, dass sie die Updates sehen konnten, was eigentlich auch Sinn machte. Das Unternehmen war schnelllebig und die stellvertretenden Direktoren konnten nicht riskieren, dass sie etwas verpassten. Als Lukas zurück in sein Büro ging, klickte ich auf dem Laptop zur Tabelle und löschte all meine schnippischen Bemerkungen. Wie peinlich. Als sich Lukas' Tür wieder öffnete, war ich bereits in die Tabellen vertieft und begann, mich wirklich produktiv zu fühlen. Ich sah auf und spürte Schmetterlinge im Bauch, als wir uns in die Augen sahen. Hey, sagte er und blieb vor meinem Schreibtisch stehen. Willst du mit mir zu Mittag essen? Ich hielt einen Moment inne und meine Augen füllten sich mit Tränen, die ich schnell wegblinzelte. Reiß dich zusammen, Carrie. Es war nur die Einladung eines stellvertretenden Direktors. Er war nicht einmal offiziell mein Chef. Aber einen Moment lang erinnerte es mich daran, wie stolz meine Mutter immer auf mich war. Ich hoffte, dass sie auch jetzt stolz sein würde. Mittagessen hört sich gut an, sagte ich und spürte dieses kleine Flattern in meiner Brust. Vielleicht kannst du mir zeigen, wo du dir tatsächlich Kaffee holst. Damit ich nicht wieder von dem Typen am Wagen übers Ohr gehauen werde. Ja, das ist wahrscheinlich ein guter Plan, erwiderte er lachend. Die Straße runter gibt es ein Lokal, das mir gefällt. Komm schon, lass uns hier verschwinden. Ich bin am Verhungern. Er bot mir eine Hand an, um mir beim Aufstehen zu helfen. Ich zögerte einen Moment, bevor ich sie annahm. Denn das Gefühl seiner Haut auf meiner war einfach zu köstlich, um es abzulehnen. Ich riss ein Stück von meinem Panini, während ich darauf wartete, dass Lukas mit seiner Bestellung von der Theke zurückkam. Ich hoffte, dass er mich nicht fragte, wie es mit dem Job lief, denn dann könnte ich herausposaunen, dass ich mich aufgrund der gut sichtbaren Notizen, die ich eingegeben hatte, inkompetent fühlte und befürchtete, dass er seine Empfehlung, mich einzustellen, bereuen würde. Nicht gerade eine gute Sache, die man einem stellvertretenden Direktor gegenüber zugeben sollte. Er grinste, als er sich zu mir gesellte, und dieses entspannte Lächeln beruhigte etwas in meiner Seele. Geht es dir gut? Ich weiß, die ersten Tage können hart sein, sagte er. Mir geht's gut, sagte ich mit hohem, piepsigem Tonfall. Zu viel des Guten? Ich wollte, dass er sicher war, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte, mich einzustellen, damit ich nicht gefeuert wurde, arbeitslos wurde und mir eine neue Wohnung suchen musste. Details Du weißt, dass das nur Mittagessen mit einem alten Freund ist, oder, sagte er mit hochgezogener Augenbraue. Sei ruhig ehrlich, wenn es etwas gibt, das du mir sagen willst. Ehrlich? Nein, keine gute Idee. Ganz und gar nicht. Doch eine unerwartete Wärme erfüllte meine Brust, denn Lukas schien zu ahnen, wie sehr ich mich den ganzen Tag abgemüht hatte. Wirklich, Carrie. Ich bin's nur. Ehrlich gesagt, fällt es mir schwer, platzte ich heraus und wollte mit den Augen rollen. Aber die Schleusen waren jetzt offen und ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Ich habe jahrelang im Fitnessstudio gearbeitet und mich dort so wohl gefühlt. Außerdem erforderte mein Job nicht viel Hirnleistung und war super einfach und gemütlich. Ich hatte noch nie so einen professionellen Job und es fühlt sich an, als wäre ich langsam, was sich schrecklich anfühlt und mich fragen lässt, ob ich nicht einfach in meinem alten Job bleiben und mir eine billigere Wohnung hätte suchen sollen. Nicht, dass es hier in Sacramento billigere Wohnungen gäbe. Er nickte und schien nicht gerade schockiert zu sein. Ich fragte mich, ob ich meinen Stress schlecht verborgen hatte. Es ist okay, wenn du Schwierigkeiten hast, sagte er, nahm sein Sandwich und bis hinein, als hätte ich nicht gerade etwas Schreckliches zugegeben. Es ist nicht leicht, eine neue Stelle anzunehmen, vor allem, wenn du neu in der Softwarebranche bist. Ich fühle mich so besiegt, sagte ich. Das Herz rutschte mir in die Hose. Vergiss nicht, dass es erst dein erster Tag ist, entgegnete er und sah ganz entspannt aus, was mich auch ein wenig entspannte. Weißt du noch, als wir jung waren und gespielt haben, dass wir einen Job in einem großen Unternehmen haben? Ich nickte. Ja, es war viel einfacher, so zu tun. Du warst so selbstsicher in deiner Rolle, sagte er und erinnerte mich daran, wie wir herumgealbert und so getan hatten, als würden wir ein Unternehmen führen. Ich war immer diejenige gewesen, die die Kontrolle übernahm. Vielleicht musst du dich wieder auf dieses Mädchen besinnen. Ich meine mich zu erinnern, dass du kein Problem damit hattest, das Sagen zu haben. Ja, wahrscheinlich, weil ich keine Rechnungen zu bezahlen hatte, sagte ich seufzend. Ich schüttelte den Kopf. Ich wollte ihm nicht die Wahrheit sagen müssen, aber ich dachte mir, dass er mir die Chance gab, ihm zu sagen, was ich wirklich fühlte. Ich will dich nicht enttäuschen, gab ich schließlich zu. Carrie. Es war so nett von dir, es zu wagen, mich für diese Stelle zu empfehlen. Ich weiß, dass alle von mir erwarten, dass ich von Anfang an voll bei der Sache bin. Ich mache mir Sorgen, dass ich durch jemand anderen ersetzt werde. Jemand Besseres. Jemanden, der wirklich weiß, was er tut. Jemanden, der auch seinen ersten Arbeitstag haben wird und sich erst einarbeiten muss, er warf mir einen Seitenblick zu. Seit wann bist du so hart zu dir selbst? Du machst einen guten Job. Ich würde das nicht sagen, wenn es nicht wahr wäre. Ich brachte ein kleines Lächeln zustande, in dem Wunsch, ich könnte ihm glauben, aber meine Gedanken kreisten immer noch vor Sorge. Er sagte das als mein Freund, nicht als stellverstretender Vertriebsdirektor, und die Arbeitsversion von ihm könnte eine andere Meinung haben. Hat deine Mutter nicht früher als Assistentin gearbeitet? fragte er. Ja, das hat sie, bestätigte ich. Meine Stimme war so leise, dass ich die Worte kaum herausbekam. Ich vermisse sie so sehr, jeden einzelnen Tag. Die Worte waren heraus, bevor ich sie stoppen konnte, und ich konnte ihn einen Moment lang nicht einmal ansehen. Ich wollte das alles nicht bei ihm abladen, wo er doch so nett war, mich zum Mittagessen einzuladen, aber er hatte meine Mutter gekannt. Er verstand. Es tut mir leid, Carrie, sagte er, griff über den Tisch und legte seine Hand auf meine. Deine Mutter war fantastisch. Natürlich vermisst du sie. Es tut mir leid, murmelte ich mit feuchten Augen. Ich blinzelte die Tränen zurück und zog meine Hand weg, um meine Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. Ich griff nach einer Serviette und riss sie in meinen Händen auseinander, um mich abzulenken. Ich will kein Spielverderber sein. Das bist du nicht, erwiderte er sanft. Wie ist es dir ergangen? Wie hast du weitergemacht, ohne sie, meine ich? Diese Frage war so gewaltig, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort, aber ich hatte keine. Irgendwo tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich Schwierigkeiten damit hatte, dass ich nach vorne schauen wollte, aber gleichzeitig nicht ohne sie weitermachen wollte. Ich weiß nicht, gestand ich und hatte keine Ahnung, wie ich alles ausdrücken sollte, was mir durch den Kopf ging. Es ist schwer, ohne sie weiterzumachen und es fühlt sich falsch an, es zu versuchen. Selbst mit dieser neuen Stelle fühlt es sich schrecklich an, nicht mit ihr darüber reden zu können. Es fühlt sich fast so an, als würde ich sie vergessen, wenn ich etwas Neues mache und sie nichts davon weiß. Sie hat immer gesagt, dass du gut darin wärst, ein Unternehmen zu führen, sagte er, was mich an diese Wahrheit erinnerte. Als wir gespielt haben, unser eigenes Unternehmen zu haben, sagte deine Mutter immer, du wärst in deinem Element. Sie sagte immer, du hättest das Zeug zum Manager. Ich lächelte und erinnerte mich dunkel daran, wie sie zu mir sagte, dass ich eine gute Managerin sein würde, wahrscheinlich weil ich so ein herrisches kleines Mädchen gewesen war. Ich nickte. Ja, ich glaube, sie wäre stolz auf mich, sagte ich, wobei sich dieses überwältigende Gefühl wieder über meine Schultern legte. Ich wünschte, sie wäre hier. Ich verstehe dich, sagte er. Seine Augen waren ehrlich. Aber ich kannte deine Mutter und sie wäre stolz auf dich. Das denke ich auch, sagte ich und schaffte es, meinen Kopf zu heben, um ihn wieder anzusehen. Wusste er, wie sehr mir dieses Gespräch geholfen hatte. Ich war mir sicher, dass er keine Ahnung hatte, wie viel es mir bedeutete, in der Nähe von jemandem zu sein, der sich an meine Mutter erinnerte. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Er nickte. Ich bin für dich da. Mir wurde warm ums Herz und die Anspannung ließ nach. Willst du noch einen Nachtisch? Fragte ich und bemerkte, dass er sein Sandwich fast aufgegessen hatte. Ups, ich hatte kaum einen Bissen von meinem Panini genommen. Ich muss erst aufholen, aber etwas Süßes klingt perfekt. Würde es dir etwas ausmachen, etwas auszusuchen? Es wäre mir nicht recht, wenn du warten müsstest, bis ich fertig bin. Das stört mich nicht, erwiderte er. Die Schlange ist im Moment kurz, merkte ich an. Gutes Argument, sagte er und stand auf. Ich suche etwas für uns beide aus, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich nickte und sah ihm zu, wie er zum Tresen des Kaffees schlenderte. Erstaunlich, wie er es geschafft hatte, mich aus der schlechten Stimmung zu holen, in der ich bei unserer Ankunft gewesen war. Er hatte recht, meine Mutter hätte mir gesagt, dass ich diesen Job auf jeden Fall schaffen würde, und diese Unterstützung war genau das, was ich brauchte, um den Rest des Tages zu überstehen. Lukas hatte recht. Das war mein erster Tag und ich sollte nicht so hart zu mir sein. Ich schaute wieder zu ihm hinüber und mein Herz setzte einen Schlag aus. In diesem Moment wusste ich, dass alles, was ich in Bezug auf ihn zu verbergen versucht hatte, für immer verschwunden war. Kapitel 12 Die Glocke über der Tür läutete, als ich Goldrauschblumen betrat, und Katie schaute hinter der Theke auf und zog die Augenbrauen hoch. Wie ist dein neuer Job? fragte sie. Ich habe meinen ersten Tag überlebt, sagte ich und zog einen Hocker heran, damit ich mich neben sie setzen konnte. Ich störe dich doch nicht, oder? Würde ich dich aufhalten, wenn du es tätest? Du bist gute Gesellschaft. Oh, danke, sagte ich und legte den Kopf schief. Wie läuft die Arbeit in der Welt der Floristen? Sie verstaute die Papiere, an denen sie gearbeitet hatte, wieder unter dem Schreibtisch und stützte ihr Kinn auf ihre Faust. Der Duft der Blumen erfüllte die Luft, den ich begierig einatmete. Ich weiß nicht, wie es läuft, gestand sie mit einem Säufzer. Ich meine, die Arbeit ist okay, aber. Ich hob eine Augenbraue. Aber? Sie fuhr sich mit der Hand durch die Haare und ich bemerkte, dass sie ein wenig aufgewühlt aussah. Ich spürte eine Welle der Besorgnis über mich hereinbrechen. Seit sie mir erzählt hatte, dass sie ihren Mann verloren hatte, bemerkte ich die kleine Wolke hinter ihren Augen, die selbst ihrem strahlendsten Lächeln zu folgen schien. Ich wollte, dass sie wusste, dass ich hier war, um ihr zu helfen, wenn sie es brauchte. Ich wusste, wie es war, jemanden zu vermissen. Ein Kerl hat mich heute auf ein Date eingeladen, sagte sie schließlich. Oh, erwiderte ich überrascht. Ich hatte nicht erwartet, dass sie das sagen würde. Ist das eine gute Sache? Oder, das muss das viel sein, oder? Ja, ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte, erklärte sie und stieß einen langen Säufzer aus. Er scheint ein netter Kerl zu sein, aber ich habe mich nicht mehr verabredet seit, naja, du weißt schon. Seit. Es kann doch nicht schaden, einmal essen zu gehen, oder, sagte ich und biss mir auf die Unterlippe. Es ist lange her, und es muss nichts Ernstes sein. Es kann auch nur ein Date sein. Oder einfach nur ein Essen. So oder so, selbst wenn es furchtbar ist, hast du das erste Date hinter dir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich all meine Gefühle bei diesem Kerl abladen will, antwortete sie und verzog das Gesicht. Ich schätze, das ist nicht gerade das, wonach er sucht. Hey, sprich nicht so über meine Freundin. Du wärst ein toller Fang, du weißt schon, wenn du bereit bist. Was hast du zu ihm gesagt, als er dich um ein Date gebeten hat? Sie warf mir einen Blick zu. Ich habe ihm gesagt, dass ich darüber nachdenken werde. Hat er seine Nummer hinterlassen? Ja, genau hier, sagte sie und schob den Zettel in meine Richtung, während ihre Wangen ein wenig rosa wurden. Ich meine, er war sehr nett. Lustig. Und süß. Siehst du, wie viel Positives du über ihn zu sagen hast, rief ich, wobei ein Lächeln meine Lippen umspielte. Du willst doch nicht, dass dein erstes Date mit einem Typen stattfindet, der dich nervt, weil du das hier abgelehnt hast, oder? Geh mit ihm aus. Nur einmal, um zu sagen, dass du es getan hast. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, murmelte sie mit gerümpfter Nase. Es braucht schon eine Menge, damit ich wieder da raus will, weißt du? Aber du willst doch eines Tages wieder heiraten, oder? Sie zog eine Grimasse. Äh, naja. Vergiss es. Du willst dich doch irgendwann wieder verabreden, oder? Ich meine, du wirst doch nicht zum Einsiedler werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das schon erledigt hat, sagte sie und lachte ein wenig. Aber um deine Frage zu beantworten, ja. Theoretisch möchte ich mich wieder verabreden. Das könnte deine Chance sein, erwiderte ich und nahm den Zettel in die Hand. Katie war so ein Schatz und der Gedanke, dass sie mit jemandem zusammen war, machte mich glücklich. Vielleicht kann ich indirekt durch dich leben, denn mein eigenes Liebesleben ist im Moment nicht existent. Ich werde darüber nachdenken, sagte sie. Das solltest du auf jeden Fall machen, drängte ich, wobei ich das kleine Stück Papier musterte. Siehst du, er hat sogar eine schöne Handschrift. Das ist ein gutes Zeichen. Sie nahm mir den Zettel wieder ab und schüttelte den Kopf. So sehr sie sich auch bemühte, das Gegenteil zu behaupten, konnte ich an der rosa Farbe ihrer Wangen erkennen, dass sie den Typen mochte. Warum bist du plötzlich zur Kupplerin geworden, fragte sie lachend. Musst du nicht an dein eigenes Liebesleben denken? Ich glaube, ich bin in Lukas verliebt, platzte ich heraus und spürte, wie meine Wangen heiß wurden. Wir waren heute die Zwillinge mit den rosigen Wangen. Warte, der Lukas, fragte sie. Ich nickte. Ja, er. Du hast mir gesagt, dass zwischen euch nichts läuft, entgegnete sie und beugte sich vor. Wir haben hier Zeit mit mir vergeudet, während du mir diese pikanten Details vorenthalten hast. Zwischen uns läuft nichts, beharrte ich, denn diese Tatsache ließ sich nicht leugnen. Leider. Aber ich habe echte Gefühle für ihn. Ich wusste es, rief Katie triumphierend aus. Ähm, Entschuldigung. Ich wollte nicht, dass es um mich geht. Was wirst du jetzt tun? Ich glaube nicht, dass ich etwas tun kann, sagte ich und ließ mein Kinn auf die Faust sinken. Wir arbeiten jetzt zusammen, also kann ich es ihm nicht einfach so sagen. Warum nicht, fragte sie. Du bist den ganzen Tag um ihn herum, jetzt ist ein besserer Zeitpunkt als je zuvor, um. Meinen neuen Job komplett ruinieren, beendete ich den Satz und sah zu, wie sie in ihren Sitz zurücksank. Da hast du recht, stimmte sie zu. Aber du kannst deine Gefühle für ihn nicht einfach ignorieren, oder? Ich werde es tun müssen. Auf keinen Fall, erwiderte sie kopfschüttelnd. Du kannst mir nicht sagen, dass ich mein Leben leben soll, wenn du dich zurückhältst. Das ist nicht fair. Lass mich indirekt durch dich leben, okay, bat ich, bevor ich schwer seufzte. Ich habe einen Deal für dich, sagte sie, wobei sie mir einen sündhaften Blick zuwarf. Ich verzog das Gesicht. Was? Ich gehe mit dem Typen aus, der mich heute gefragt hat, wenn du Lukas sagst, was du für ihn empfindest, erklärte sie mit einem Seitenblick. Das ist kein fairer Kompromiss, beschwerte ich mich, als mir die Kinnlade herunterfiel. Ich könnte meinen Job verlieren. Ich könnte einen Kunden verlieren, also gleicht sich das aus, sagte sie achselzuckend. Komm schon, du musst es ihm sagen. So etwas kannst du doch nicht einfach verheimlichen, oder? Bis jetzt habe ich einen ziemlich guten Job gemacht, scherzte ich. Früher oder später wirst du es ihm sagen müssen, fuhr sie fort. Warum? Ich werde richtig gut darin, meine Gefühle zu verstecken. Es wird nicht ewig funktionieren, beharrte sie. Du musst es ihm sagen. Wenn ich mit ihm darüber spreche, was ich fühle, sagte ich langsam. Gehst du dann zu dem Date? Ja, wenn du es ihm also nicht sagst, verdammst du mich im Grunde zu einem Leben als Single, sagte sie und legte eine Hand auf meinen Arm. Das wäre nicht gerade das Verhalten einer guten Freundin, oder? Du spielst nicht fair, murmelte ich, aber ich lächelte. Ehrlich gesagt, gefiel mir ihre Idee. Eine Chance für uns beide, aus unserem Trott herauszukommen. Wenn wir schon scheiterten, dann konnten wir es wenigstens gemeinsam tun und uns gegenseitig trösten, wenn es schief ging. Abgemacht, sagte ich und hielt ihr meine Hand hin. Sie nahm sie und nickte. Abgemacht, stimmte sie zu. Und gerade als ich überlegte, wie ich mit unserer neuen Vereinbarung umgehen sollte, klingelte mein Telefon. Lass mich schnell rangehen, sagte ich, als ich sah, dass es Gina war, die anrief. Hey, zukünftige Braut! Was gibt's? Du wirst es nicht glauben, Carrie, platzte Gina heraus, und es war sofort klar, dass sie geweint hatte. Ich sah auf und Katie und ich blickten einander in die Augen, beide schockiert über die Verzweiflung in Ginas Stimme. Was ist hier los? fragte ich mit sanftem Tonfall. Geht es dir gut? Was ist mit Chris? Die Hochzeit ist abgesagt, sagte sie. Mir fiel die Kinnlade herunter. Wie konnte ein perfektes Paar wie Chris und Gina seine Liebe verlieren? Wovon sprichst du? fragte ich, wobei ich das Handy fester umklammerte. Wir werden nicht heiraten, sagte sie. So wie sie sprach, würde ich darauf wetten, dass sie nicht diejenige gewesen war, die die Hochzeit abgesagt hatte. Warum nicht? fragte ich. Gina, geht es dir gut? Nein, ich muss mich mit dir treffen. Kann ich zu dir nach Hause kommen? Natürlich, ich kann in 20 Minuten zu Hause sein. Ich legte auf und setzte Katie ins Bild, während ich versuchte, es zu begreifen. Chris und Gina schienen das perfekte Paar gewesen zu sein und hatten sich getrennt? Nur ein paar Wochen vor ihrer Hochzeit? Ich hätte nicht überrascht sein sollen. Es schien nicht so, als würde die Liebe wirklich ewig halten. Man musste sich nur meine Eltern ansehen. Und die Eltern von Lukas. Und über 50% aller Ehepaare. Aber ich musste zugeben, dass Gina und Chris solide gewirkt hatten. Wenn etwas passieren konnte, um ein Paar wie sie zu zerstören, welche Chance hatte dann alle anderen? Meine Gedanken überschlugen sich, als ich all das auf den Deal, den ich gerade mit Katie gemacht hatte, bezog. War ich wirklich so arrogant zu glauben, dass meine Gefühle für Lukas zu mehr als nur einer flüchtigen Affäre führen würden? Das bestätigte nur, dass das Versprechen, das Lukas und ich uns als Kinder gegeben hatten, die lächerlichste Art von Optimismus der Welt und völlig unrealistisch war. Kapitel 13 Nachdem Gina mir von der Trennung von Chris erzählt hatte, versprach sie mir, sofort zu mir zu kommen. Auf keinen Fall würde ich sie diese Verlobungsauflösung allein durchstehen lassen. Sie brauchte jetzt Unterstützung und ich war die beste Schulter zum Ausheulen, die sie finden konnte. Eiscrim? Check. Wein? Check. Kekse? Check. Kuschelige Decke? Check. Meine Wohnung war bereit für Gina und den Zustand, in dem sie sich befinden musste. Am Telefon hörte sie sich am Boden zerstört, panisch und verärgert an. Keine gute Kombination. Sie brauchte jetzt vor allem Ruhe. Was konnte ich noch tun, um mich auf ihrer Ankunft vorzubereiten? Tee, sagte ich, schnippte mit den Fingern und ging in die Küche. Ich öffnete den Schrank und stöberte in der kleinen Sammlung von Teesorten, die ich hatte. Etwas Beruhigendes, oder? Vielleicht Lavendel? Gab es überhaupt Lavendeltee? Was hatte ich denn da? Pum, Pfefferminz. Das könnte funktionieren. Ich meine, bei funktionierte es, wenn ich Bauchschmerzen hatte, und wenn diese Nachricht nicht dazu führte, dass Ginas Bauch ein Wrack war, dann wusste ich nicht, was es sonst sein sollte. Ich füllte den Teekessel mit Wasser, stellte ihn auf die Herdplatte und zündete die Flamme an. Dann holte ich ein paar große Tassen aus dem Schrank, falls sie heute Abend Tee statt weinen wollte. Klopf, Klopf, Klopf. Ich schaute zur Wohnungstier, als ich das Klopfen hörte. Oh, nein. Sie war schon da. Ich atmete tief durch und versprach mir selbst, alles zu tun, was sie jetzt brauchte. Sie würde diesen Schlamassel durchstehen, nachdem sie sich von dem Mann getrennt hatte, den sie heiraten sollte. Auf der Verlobungsfeier hatten sie so glücklich gewirkt. Ich konnte mir nicht vorstellen, was passiert war und wie schwer es war, zu akzeptieren, dass sie ohne Chris weiterziehen würde. Aber besser jetzt als in zehn Jahren, wie ich fenn. Ich öffnete die Tür mit einem hoffentlich mitfühlenden Gesichtsausdruck, und meine Augen weiteten sich, als ich sah, wer im Flur stand. Lukas, sagte ich und runzelte die Stirn. Was machst du hier? Ich habe ein Geschenk für dich, erklärte er, fuhr sich mit der Hand durch sein zerzaustes Haar und hielt mir einen Blumenstrauß mit Pfingstrosen und Flieder hin, dessen Duft den Raum erfüllte. Jetzt fange ich an zu zweifeln, ob das eine gute Idee war. Sie sind wunderschön, sagte ich. Mein Herz schmolz angesichts dieser Nettigkeit. Ich dachte darüber nach, ihm zu sagen, dass ich ihn liebte und ihn dann rauszuschmeißen. Damit würde ich meine Verpflichtung gegenüber Katie erfüllen und sie könnte ihr erstes Date genießen, oder? Ich seufzte. Ich wollte nicht enttäuscht aussehen, dich zu sehen. Es ist nur so, dass Gina auf dem Weg hierher ist. Du willst vermutlich nicht bei dem Gemetzel anwesend sein, das hier stattfinden wird, weil etwas Schreckliches passiert ist. Ich weiß, sagte er und ging an mir vorbei hinein. Ich habe es gehört. Wirklich? Fragte ich, schloss die Tür und folgte ihm in den S-Bereich, wo er die Blumen auf den Tisch stellte. Ich starrte ihn an und überlegte, warum er ausgerechnet jetzt vorbeikam und warum er mir Blumen mitgebracht hatte. Gina war aufgebracht, nicht ich. Wenn du weißt, was hier los ist, dann bin ich froh, dass du hier bist. Seine Mundwinkel zuckten. Danke, denke ich. Du weißt, was ich meine, sagte ich und dachte, dass ich ihn wenigstens ausfragen könnte, was mit Gina und Chris los war, damit ich vorbereitet war, wenn sie kam. Er wusste offensichtlich mehr als ich. Gina war so verzweifelt gewesen, dass ich kaum etwas aus ihr herausbekommen konnte. Ich dachte mir, dass ich mich besser um Gina würde kümmern können, wenn ich im Vorneherein ein wenig informiert war. Hast du eine Ahnung, was passiert ist? Er öffnete den Mund. Nun. Der Teekessel auf dem Herd fing an zu pfeifen und unterbrach ihn. Merk dir, wo du stehen geblieben bist, rief ich, als ich zum Herd eilte. Ich dachte, Gina und Chris wären total verliebt ineinander. Ich konnte es nicht glauben, als sie mir sagte, dass die Hochzeit abgesagt ist. Ich habe nicht alles verstanden, was passiert ist, dass sie die Hochzeit abgesagt hat, sagte er, wobei er sich an den Küchentisch lehnte. Nur, dass es etwas mit seinem neuen Auto zu tun hat. Ich legte meinen Kopf schief. Sie haben ein neues Auto? Ja, er hat einen Porsche gekauft, sagte er und seine Augen leuchteten bei dieser Neuigkeit. Ich weiß nicht, warum sie das so aufregt. Es ist eine gute Investition, ein silberner 911 4S von 2005 mit breiter Karosserie und ja, er ist sexy, aber er ist praktisch und kein Anhängerfahrzeug. Chris hat einen Zweisitzer-Sportwagen gekauft, fragte ich und stemmte die Hände in die Hüften, um zu verhindern, dass meine Kinnlade zu Boden fiel. Kurz bevor er heiratet? Na ja, eigentlich gibt es hinten zwei Sitze, erwiderte er, unbeeindruckt von meiner Reaktion. Oh, bitte! Wer passt schon auf so winzige Sitze? Eines Tages wird er beim Abholen vor dem Kindergarten der coole Vater sein, sagte Lukas, wobei er einen träumerischen Ausdruck in den Augen hatte, als würde ihm diese Vision gefallen. Es ist kein Familienauto, gib es zu. Ich kann nicht glauben, dass Chris ihr das antun würde, sagte ich kopfschüttelnd. Ich werde mehr als den Beruhigungstee brauchen, damit es Gina wieder besser geht, wenn er wirklich so etwas Lahmes getan hat. Wenn du denkst, dass ein Porsche lahm ist, müssen wir uns unterhalten, erwiderte er grinsend. Verstehst du es wirklich nicht, Lukas? Bist du wirklich so begriffsstutzig? Fragte ich. Er warf mir einen Blick zu, dann hob er die rechte Hand. Ich verweigere die Aussage, euer Ehren. Er hat ein nicht gerade familienfreundliches Fahrzeug gekauft. Kannst du das zugeben? Fragte ich und ging zurück zum Schrank, um einen noch beruhigenderen Tee zu holen. Ich will nicht unhöflich sein, aber du musst jetzt gehen. Gina braucht keinen Chris-Sympathisanten, der ihr in dieser Zeit auf die Nerven geht. Ich darf den Porsche nicht mögen, fragte er mit einem Blick, der ausdrückte, dass er das lächerlich fand. Ich glaube nicht, dass sie vorhaben, gleich eine Familie zu gründen. Ja, diese Nachricht hat sie nach seinem Kauf laut und deutlich verstanden, sagte ich und fragte mich, ob es falsch wäre, einen Teebeutel nach Lukas zu werfen. Wenn sie beschlossen hat, dass das ein Grund ist, ihre Verlobung zu beenden, dann werde ich, fuhr ich fort und hob meinen Zeigefinger, um zu zeigen, dass nur einer von uns vernünftig denken konnte, sie unterstützen. Also weil er ein Auto gekauft hat, deutet er irgendwie damit an, dass sie keine Kinder bekommen werden, sagte er. Seine Augenbrauen hoben sich fast bis zu seinem Haaransatz, bevor er den Kopf schüttelte. Es tut mir leid, aber das ergibt keinen Sinn. Das sage ich nicht, erwiderte ich und holte einen Zerstäuber aus dem Küchenschrank. Verzweifelte Zeiten erforderten verzweifelte Maßnahmen. Die Wohnung musste nach ätherischem Lavendelöl duften, bevor die ehemalige zukünftige Braut eintraf. Wenn ich nur Lavendeltee hätte, seufzt's. Was sagst du dann, fragte Lukas, der hinter mir auftauchte, um meine Schultern zu massieren. Er drückte meine verspannten Muskeln zusammen und begann dann, seine Daumen in beruhigenden, kreisenden Bewegungen zu reiben, die meine Beine zu Spaghetti werden ließen. Das ist nicht fair, sagte ich, denn ihn wegzuschieben war keine Option. Obwohl ich das sollte, aber, oh, da, die Stelle, ja. Höre auf, mich abzulenken, wenn ich mich über dich ärgere. Über mich? Ich habe mir keinen Porsche gekauft, sagte er und sah aus wie ein Kind, das gerade Hausarrest bekommen hatte und es nicht fair fand. Wir sind nicht verlobt, gab ich zurück. Das könnten wir sein, sagte er, legte seinen Arm um meine Taille und zog mich an sich. Ich bin 30 und dein Geburtstag steht vor der Tür. Ich kaufe einen schönen Minivan für uns. Oder einen von diesen großen Geländewagen. Kein Porsche, bis die Kinder auf dem College sind. Ich stellte mir sofort einen Geländewagen voller Kinder mit Haselnussbraunen vor, in dem Lukas und ich auf den Vordersitzen saßen und über einen Witz lachten, den einer von uns gerade gemacht hatte. Bei der Vorstellung wurde mir ganz warm ums Herz, bis mir einfiel, dass das kein realistisches Szenario war. Ich muss mich für Gina fertig machen, sagte ich, löste mich widerwillig von Lukas und schloss den Zerstäuber an. Ich füllte Wasser in den Behälter und viel zu viele Tropfen ätherisches Lavendelöl, ich dachte, es wäre nicht der richtige Zeitpunkt, um Tropfen zu sparen, und schaltete ihn ein. Das Blubbern begann und der angenehme Duft von Lavendel stieg mir in die Nase. Ich brauche mehr Snacks. Ich kehrte zu meinen Schränken zurück, um mehr Leckereien für den Tisch zu finden. Wenn diese Porsche-Sache wirklich passierte, brauchte sie eine Ladung Zucker und Salz, die groß genug war, um ein ausgewachsenes Pferd auszuschalten. Ich seufzte. Ist dir nicht klar, dass das nicht die Art von Kauf ist, die er kurz vor ihrer Hochzeit tätigen sollte? Aber er arbeitet hart und es ist so schön, damit zu fahren. Du bist mit ihm mitgefahren, rief ich, warf meine Hände in die Luft und schleuderte dabei versehentlich eine Packung Kartoffelchips in seine Richtung. Er duckte sich und die Tüte landete hinter ihm auf dem Boden. Ich werde so tun, als wäre das ein Versehen gewesen. Das war es nicht, log ich. Mein guter Freund wollte mit mir eine Spritztour machen, erwiderte er, die Arme ausgebreitet. Was sollte ich denn machen? Was ist falsch an einer Autofahrt? Das bedeutet, dass du auf seiner Seite stehst, sagte ich, auf das Offensichtliche hinweisend. Du kannst nicht in dem Auto herumfahren, das eine Ehe zerstört hat. Er zuckte mit den Schultern. Es ist ein schönes Auto. Es wäre eine schöne Hochzeit gewesen, erwiderte ich. Ehe ich mich versah, waren wir beide in einen Streit verwickelt, der intensiver zu sein schien, als er sein musste. Aber ich konnte streiten und Multitasking betreiben. Ich eilte in der Küche hin und her, während ich meine Argumente mit ihm ausdiskutierte, bis sich Snacks auf dem Tisch türmten und der Duft von Lavendel aus dem Zerstäuber den Raum erfüllte, aber das trug nicht gerade dazu bei, dass ich mich besser fühlte. Wie konnte ich mich besser fühlen, wenn Lukas es nicht verstand? Er behauptete, er würde sich keinen Porsche kaufen, aber würde er das? Würde er drei Monate, nachdem ich mein Leben durch Krebs verloren hatte, wieder heiraten? Klopf, klopf, klopf. Sie ist hier, zischte ich ihn an und drängte ihn zur Schiebetier, die zur Terrasse führte. Du musst gehen. Jetzt. Geh. Ich muss über die Terrasse verschwinden, fragte er, wobei seine Stimme lauter wurde. Es gibt keine Tür. Ich muss über die Mauer klettern. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass Gina dich in meiner Wohnung erwischt, da du eindeutig auf Chris' Seite stehst, sagte ich, schob die Glastür auf und führte ihn nach draußen. Ich wollte gerade die Tür hinter ihm schließen, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Moment, bildete ich mir das nur ein, oder wackelte eine meiner Pflanzen? Nicht schon wieder deine Katze, sagte ich und stöhnte auf, als ich mich umdrehte und sah, wie seine Katzenfreundin meine neuen Pflanzen zerkratzte. Tut mir leid, sagte er und nahm sie in seine Arme. Du musst sie trainieren oder so, murmelte ich, genervt von dem Streit, den wir gerade geführt hatten, und fragte mich, warum mich das so sehr beschäftigte. Sie dezimiert mein Eigentum. Ich hätte nicht überrascht sein sollen. Ich würde wetten, dass Milje Chris' neues Auto auch schön fand. Ich werde für den Schaden, den sie angerichtet hat, aufkommen, versprach er und zog eine Grimasse. Ich warf einen Blick zurück zur Haustür, in dem Wissen, dass Gina sich fragen würde, warum ich noch nicht geöffnet hatte. Das Letzte, was ich wollte, war, dass sie sich zurückgewiesen fühlte, nach allem, was sie schon durchgemacht hatte. Behalte deine Katze einfach auf deinem eigenen Grundstück, erwiderte ich, während ich ihn zum Rand der Terrasse trieb. Vielleicht kann ich dir mit Gina helfen, schlug er mit aufrichtiger Miene vor. Vielleicht kann ich eine andere Perspektive auf das Auto bieten. Das Letzte, was sie jetzt braucht, ist jemand, der ihr sagt, wie sie sich fühlen soll, gab ich zurück und schubste ihn zur Wand. Besonders von jemandem, der in diesem Auto herumfährt und es in den höchsten Tönen lobt. Das wäre ein Tritt, wenn sie am Boden liegt, verstehst du? Das hört sich an, als wäre ich derjenige, der die beiden getrennt hat, sagte er und er nahm mein Gesicht in seine Hände. Süße, ich habe versucht, dir einen Einblick zu geben. Okay, aber du musst zurück in deine Wohnung, beharrte ich und wieder stand dem starken Drang, mich nach vorne zu beugen und ihn zu küssen. Seine Hände fühlten sich wie eine süße Liebkosung auf beiden Seiten meines Gesichts an und sein Blick war voller Aufrichtigkeit. Wir sind noch nicht fertig damit, darüber zu reden, sagte er und strich mir mit den Fingerknöcheln über die Wange, bevor er sich bückte, die Katze aufhob und sie unter seinen Arm klemmte. Dann kletterte er über die Terrassenmauer und ging zurück zu seiner Wohnung. Ich wollte einen Seufzer der Erleichterung ausstoßen, sobald er weg war, aber stattdessen überkam mich ein trauriges Gefühl. Es war ja nicht so, dass ich wollte, dass er ging, und er hatte so niedergeschlagen ausgesehen. Ein weiteres Klopfen an der Wohnungstier brachte mich jedoch wieder zur Besinnung und ich ging hinein, um zu öffnen. Kapitel 14 Okay, tief durchatmen, sagte ich zu Gina, während ich ihr den Rücken rieb und versuchte, sie zu beruhigen. Willst du darüber reden? Ich kann nicht glauben, dass er so etwas Großes tut, ohne mich zu fragen, sagte sie und tupfte sich mit den Taschentüchern, die ich ihr gereicht hatte, die Tränen weg. Ich meine, ich weiß, dass er normalerweise nicht impulsiv ist, wenn es um Geld geht, aber das übersteigt bei weitem das, was wir uns im Moment leisten können. Sie biss noch einmal in den Keks, den sie in der Hand hielt, drückte die Taschentücher wieder an ihr Gesicht und schüttelte den Kopf. Seit ihrer Ankunft war sie völlig aufgelöst, und das konnte ich ihr nicht verdenken. Was Chris getan hatte, war rücksichtslos. Ich war enttäuscht, dass er so etwas Egoistisches getan hatte. Bei der Trennung ging es anscheinend um das Auto, genau wie Lukas es mir erzählt hatte. Es war wahnsinnig teuer und auch unpraktisch gewesen. Gina hatte sich mit allem vollgestopft, was ich für sie vorbereitet hatte, während der Zerstäuber auf dem Tresen vor sich hin pumpte und die Luft mit dem sanften Duft von Lavendel erfüllte. Ich war mir nicht sicher, ob sie den Duft überhaupt wahrnahm. Sie war so aufgewühlt, dass ich bezweifelte, dass sie an viel mehr denken konnte, als sich die Tränen abzuwischen und ihre Gefühle zu zügeln. Ich tat mein Bestes, um sie davon abzuhalten, noch weiter in den Wahnsinn abzusteigen, aber ich hatte das Gefühl, dass hier noch etwas anderes vor sich ging. Ob sie es nun zugeben wollte oder nicht, ich hatte das Gefühl, dass mehr im Spiel war als nur der verrückte Autokauf ihres Verlobten. Sie schien zu aufgebracht zu sein, und obwohl es ein unglaublich unüberlegter Kauf war, hatte sie keine anderen Beschwerden über Chris. Nicht, dass das ein Trend wäre oder so. In einer Pause ihres Schluchtsents beschloss ich, weiter nachzubohren. Gibt es noch etwas, das dich bedrückt, fragte ich so behutsam, wie ich konnte. Ich wollte ihr nicht das Gefühl geben, dass sie verrückt war, weil sie so auf ein Auto reagierte, aber ich spürte, dass noch etwas anderes unter der Oberfläche brodelte. Ich weiß es nicht, platzte sie heraus, während sie sich eine weitere Träne wegwischte, die über ihr Gesicht gelaufen war. Vielleicht war das alles zu viel, weißt du? Das Planen der Hochzeit? fragte ich stirnrunzelnd. Als ich sie das letzte Mal gesehen hatte, schien sie das alles zu genießen, aber in dem Artikel, den ich gelesen hatte, war beschrieben worden, wie gestresst werdende Bräute sein konnten, wenn sie ihre Traumhochzeit planten. Vielleicht hatte sie das alles zu sehr belastet und ihre Wut auf Chris noch verstärkt. Ja, räumte sie ein. Und meine Mutter, sie hat mich die ganze Zeit genervt und so getan, als wäre sie diejenige, die heiratet, und dass sich die Hochzeit um sie drehen sollte. Glaubst du, dass das, was deine Mutter tut, dazu beiträgt, dass du dich, du weißt schon, wegen des Porsche so fühlst? fragte ich. Das glaube ich nicht, antwortete sie kopfschüttelnd. Chris hat mich nicht einmal gefragt, ob ich ein neues Auto will. Es ist, als ob ihn meine Meinung nicht interessiert, weißt du? Genau wie meine Mutter. Und ich bin die Braut. Sollte meine Meinung nicht auch etwas zählen? Natürlich, sagte ich, denn es schien keine andere Antwort zu geben, die sie glücklich machen würde. Wenn es jetzt nicht mein Tag ist, dann wird es nie mein Tag sein. Niemals. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir noch nicht einmal den Hochzeitstag erreicht hatten, also wäre es weit mehr als ein Tag, wenn nicht Monate, die ihr gehören sollten. Aber ich hielt mich zurück. Vermutlich war es keine gute Idee, meine Gedanken in diesem Moment auszusprechen. Chris will dich heiraten, sagte ich, da ich das Gefühl hatte, dass das ein besserer Ansatz war, um ihr das Gefühl zu geben, gehört zu werden. Nicht deine Mutter. Ich bin sicher, deine Meinung ist ihm wichtig. Außer wenn es darum geht, ein Auto auszusuchen. Er hat nicht einmal mit mir darüber gesprochen, Carrie, sagte sie, während ihr dicke Tränen über die Wangen kullerten. Wird unsere ganze Ehe so verlaufen? Er gibt einen großen Batzen Geld aus, ohne mich zu fragen? Hat er so etwas schon einmal gemacht? Fragte ich. Sie blinzelte. Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht gab es mildernde Umstände, sagte ich und versuchte mich daran zu erinnern, welche Ausrede Lukas für Chris vorgebracht hatte. Ach ja, richtig. Vielleicht ist so ein Porsche eine gute Investition. Klar, er ist sexy, aber er ist praktisch und kein Anhängerfahrzeug. Sie starrte mich an, als wären mir drei Köpfe gewachsen. Was ist ein Anhängerfahrzeug? Ich hatte keine Ahnung. Mein Punkt ist, dass er vielleicht gute Absichten hatte. Meinst du, fragte sie, wobei ihre Stimme immer noch ein wenig zitterte. Wenn ihm meine Gefühle wichtig wären, würde er mir das alles nicht antun. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Fragte ich. Nicht wirklich, murmelte sie und sah auf ihre Hände hinunter. Ich war so wütend. Und es ist so stressig, eine Hochzeit zu planen, und dann noch meine Mutter, die in mir den Wunsch auslöst, mir die Haare auszureißen, weshalb dieses Auto dazu einfach lächerlich. Klopf, klopf, klopf. Als es an der Tür klopfte, sprang ich auf. Sie sah verwirrt zu mir auf. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung, sagte ich und überlegte, ob Lukas etwas vergessen hatte. Ich werde denjenigen aber loswerden, keine Sorge. Setz dich einfach hin und entspann dich. Ich bahnte mir einen Weg durch die Snack-Verpackungen auf dem Boden und öffnete die Tür. Als ich sah, wer auf der anderen Seite stand, fiel mir die Kinnlade herunter. Chris platzte ich heraus, während sich meine Augen weiteren. Ginas Verlobter stand direkt vor mir, mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck, während er versuchte, an mir vorbeizuschauen. Ich habe einen Zettel von Gina gefunden, auf dem steht, dass sie hier ist, sagte er und machte Anstalten, an mir vorbeizukommen. Kann ich reinkommen und mit ihr reden? Was? Nein. Ich habe von dem Porsche gehört, entgegnete ich, als wäre das ein Schimpfwort. Um ehrlich zu sein, hatte sich meine anfängliche Verärgerung über den Porsche gelegt, als ich erfuhr, dass Tante Elaine ihre Tochter in den Wahnsinn getrieben hatte, welche Überraschung, was die Braut wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben hatte. Nicht das sportliche kleine Auto, von dem ich mir wünschte, es mir leisten zu können. Ich meine, ich wollte nicht einmal heiraten, also wäre ein Zweisitzer genau das Richtige für mich. Gina ist hergekommen, um etwas Ruhe vor ihren Problemen zu haben. Du musst ihr Raum zum Nachdenken geben. Mein Blick schweifte hinter Chris und ich entdeckte Lukas, der so aussah, als wollte er überall sein, nur nicht hier. Offensichtlich hatte Chris ihn mitgebracht. Er hob betont die Augenbrauen und ich verspürte plötzlich das Bedürfnis zu lachen. Stattdessen runzelte ich die Stirn und erinnerte mich daran, dass ich eigentlich meine Cousine verteidigen sollte. Aber bevor ich ihnen sagen konnte, dass sie abhauen sollten, tauchte Gina an meiner Seite auf. Chris, fragte sie. Bist du gekommen, um mich zu sehen? Ja, natürlich bin ich das, sagte er und schob mich praktisch aus dem Weg, damit er mit ihr reden konnte. Ich weiß, ich habe Mist gebaut, aber. Du hast mehr als nur Mist gebaut, du hast mir das Herz gebrochen, unterbrach sie ihn dramatisch. Du kennst den Stress, den ich mit meiner Mutter hatte, und dann gibst du deine Ersparnisse für ein Auto aus, das zu nichts anderem taugt als zur Beruhigung einer Pre-Midlife-Crisis. Ich sah, wie Lukas sich ein Grinsen verkneifen musste und traute mich nicht, Blickkontakt mit ihm aufzunehmen, damit ich nicht auch lachte. Ich wusste, dass es in dieser Situation nicht angebracht war, wenn einer von uns in Gelächter ausbrach, obwohl Gina ihm gerade etwas wirklich Lustiges entgegengeschleudert hatte. Süße, ich wollte ein Auto, das Spaß macht, damit wir zusammen lange Fahrten machen können, sagte er ihr, als er über die Türschwelle trat. Ich wollte mit dir zum Lake Tahoe fahren, damit wir in unseren Flitterwochen gemeinsam um den See fahren können. Wäre das nicht schön? Du hättest vorher mit mir darüber reden können, sagte sie, bevor sie mit verschränkten Armen zurück zur Couch stürmte. Chris eilte ihr hinterher und warf seine Schlüssel und sein Portemonnaie auf den Couch-Tisch. Oh, er würde also länger hier bleiben, ja? Seufz. Ich hätte mit dir darüber gesprochen, aber das hätte die Überraschung ruiniert, erklärte er. Außerdem dachte ich, dass ich dir bei allem, was mit deiner Mutter und der Hochzeit passiert ist, ein bisschen Stress abnehmen würde. Du weißt schon, eine lustige Überraschung, um deren Planung du dich nicht kümmern musst. Er setzte sich zu ihr auf die Couch und Gina sah hin mit zusammengekniffenen Augen an, die Arme noch immer vor der Brust verschränkt. Ich warf einen Blick auf Lukas, der meine Wohnung betrat. So wie er mich ansah, war ich mir sicher, dass er sich genauso als Eindringling fühlte wie ich bei ihrem privaten vorehelichen Streit. Ich wollte überall sein, nur nicht hier. Er schlüpfte an mir vorbei und nahm die Schlüssel, an denen ein Porsche-Schlüsselanhänger hing, von meinem Couch-Tisch. Als er die Schlüssel zwischen seinen Fingern hielt, zog er eine Augenbraue hoch und forderte mich praktisch heraus, auf sein Angebot einzugehen. Und auch wenn es eine schreckliche Idee war, konnte ich auf keinen Fall herumsitzen und diesen verrückten Streit zwischen Gina und Chris schlichten. Bevor ich mich aufhalten konnte, nickte ich und rannte zur Tür. Ich war hier raus. Und was noch besser war, ich hatte einen Sportwagen, um zu fliehen. Kapitel 15 Das Fenster auf der Beifahrerseite war heruntergekurbelt und ich neigte meinen Kopf nach hinten, um mir den Wind durch die Haare wehen zu lassen, während der Porsche über die ruhigen Landstraßen raste. Okay, vielleicht waren Sportwagen doch nicht so schlimm, wie ich anfangs gedacht hatte. Das ist der Wahnsinn, rief ich über das Geräusch des dröhnenden Motors hinweg. Siehst du, ich habe dir gesagt, dass das Spaß machen kann, Lukas grinste mich an, verlangsamte beim Abbiegen auf eine kleinere Nebenstraße und trat dann aufs Gas. Ich strich mir eine Haarsträhne hinters Ohr. Wie schnell kann das Baby fahren? Wahrscheinlich fast 300, aber ich will keinen Strafzettel bekommen, sagte er und legte den nächsten Gang ein. Sag die Wahrheit, sagte ich, während ich ihn musterte. Hast du dieses Auto auf 300 gebracht? Nein, antwortete er, den Blick auf die Straße gerichtet. Mein Mund verzog sich zur Seite. 250 Nein, sagte er, als er hochschaltete. Ich hob eine Augenbraue. 200? Kein Kommentar Ich lehnte meinen Kopf zurück und lachte. Wir fuhren 120 Kilometer pro Stunde, was sich bereits so anfühlte, als würden wir fliegen. Wahnsinn! Wir waren schon mindestens eine halbe Stunde unterwegs und befanden uns südlich der Stadt. Ich hatte Chris und Gina schon fast vergessen, die wir in meiner Wohnung zurückgelassen hatten, um sich zu streiten, und die Befreiung von ihrem Drama ließ eine köstliche Freiheit durch meine Adern pulsieren. Sieh mal! Ist das nicht der alte Jahrmarkt, zu dem wir als Kinder immer gegangen sind? Rief ich und zeigte auf ein Schild, das uns weiter raus ins Land führte. Ja, ich glaube, das ist er, antwortete er und schaute auf das Schild. Er schüttelte den Kopf und lachte. Ich weiß nicht, ob ich riskieren will, dass das Heu überall in diesem Auto verteilt ist, sonst würde ich hinfahren. Chris könnte verärgert sein, wenn er merkt, dass ich mit seinem Baby abgehauen bin. Siehst du? Es ist ein Ersatzkind. Er lachte. Nur für den Moment. Mann, wann waren wir das letzte Mal auf dem Jahrmarkt? fragte ich laut. Ich will gar nicht an diese Zeit denken, sagte er, wobei er mich angrenzte. Genau, sagte ich und schnippte mit den Fingern, als du vom Traktor gefallen bist und dir den Teil eines Zahns abgebrochen hast. Er lachte. Danke für die Auffrischung. Oh, du warst in Ordnung, nickte ich ihn. Du hast nur gern Wirbel gemacht. Meine Gesundheit war in ernster Gefahr, gab er ausgelassen zurück. Das hat mich jahrelang von Traktoren ferngehalten. Und du bist stattdessen auf Sportwagen umgestiegen, sagte ich und fuhr mit meiner Hand über das glatte schwarze Armaturenbrett vor mir. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so gefahren bin, sagte Lukas mit einem zufriedenen Seufzer. Als ich jung war, nahm ich mein Vater immer mit auf eine Fahrt. Nur er, ich und der Wind. Ah. Ja, ich weiß noch, wie sehr dein Vater Autos liebte, sagte ich. Seiner Frau wäre es egal, wenn er einen Porsche kaufen würde, bemerkte Lukas, der mich mit einem verschmitzten Grinsen ansah. Sie könnte sogar diejenige sein, die ihn kauft. Oh, wirklich? Ja, sie ist verrückt nach diesen Dingen, sagte er, weiterhin grinsend. Sie passen gut zusammen. Ich fummelte an etwas auf meinem Shirt herum. Ich war froh, dass sein Vater jemanden gefunden hatte, der so gut zu ihm passte, aber der Gedanke, dass seine Eltern wieder geheiratet hatten, erinnerte mich daran, wie schnell mein Vater nach dem Tod meiner Mutter weitergezogen war. Es war, als würde er sich kaum noch an sie erinnern. Als hätte er erraten, was ich dachte, drehte sich Lukas zu mir. Verstehst du dich mit der Frau deines Vaters? Ich kenne sie nicht sehr gut, gestand ich. Er runzelte die Stirn. Sind sie nicht schon seit fünf Jahren verheiratet, Carrie? Ja, aber es ist viel für mich zu verarbeiten, sagte ich leise. Nach dem Tod meiner Mutter ging alles ganz schnell. Als hätte ihre Ehe ihm nicht genug bedeutet, um ein Jahr zu warten, bevor er sich wieder verabredete. Ich wollte nichts mit ihm zu tun haben, als ich erfuhr, dass er sich mit Jan traf. Es fühlte sich einfach zu früh an. Das verstehe ich, sagte er. Als meine Mutter wieder heiratete, bin ich ausgeflippt. Aber als ich den Mann kennenlernte, merkte ich, dass er viel besser zu ihr passte, als mein Vater es getan hatte. Meine Mutter war die Beste, sagte ich mit fester Stimme. Niemand könnte sie ersetzen. Natürlich nicht, murmelte er sanft. Aber du willst doch nicht, dass dein Vater für den Rest seines Lebens alleine ist, oder? So hatte ich noch nie darüber nachgedacht. Tut es nicht weh, wenn deine Eltern mit anderen Leuten verheiratet sind? Am Anfang war es unangenehm, aber jetzt? Warum sollte es, fragte er achselzuckend. Meine Eltern waren jung, als sie geheiratet haben. Ja, es war hart, als sie sich trennten, aber ich bin froh, dass sie Partner haben, die sie glücklich machen. Hat es lange gedauert, bis du dieses Gefühl hattest? Fragte ich. Du musst dir keine Sorgen darüber machen, den gleichen Zeitplan zu haben, sagte er mit einem Blick zu mir. Du darfst dich seltsam fühlen, dass er weitergezogen ist. Ich antwortete nicht. Ich wusste zu schätzen, was er sagte, aber manchmal war die Realität zu viel für mich. Ich wollte mich für meinen Vater freuen, aber mir wurde schlecht, wenn ich daran dachte, wie schnell er weitergemacht hatte. Ich hatte gedacht, meine Mutter sei seine wahre Liebe gewesen, nicht seine erste Frau. Ich weiß nicht, ob ich nach all dem noch an die Ehe glauben kann, gestand ich, als er den Wagen in einer großen Kurve am Straßenrand zum Stehen brachte. Vor uns lag ein offenes Feld und dahinter eine Baumgruppe, die sich kilometerweit zu erstrecken schien. Ich finde, wahre Liebe sollte für immer halten und nicht nur so lange, wie ein Mensch braucht, um einen anderen zu heiraten. Er warf mir einen ernsten Blick zu. Du glaubst nicht, dass du heiraten wirst? Fragte er. Das bezweifle ich. Was ist mit dem Versprechen, das wir im ersten Jahr an der Higgs-Schul gegeben haben? Ich öffnete überrascht den Mund. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich daran erinnerst. Natürlich tue ich das, sagte er. Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Wir waren 15 und dachten, doppelt so alt wie wir sind, wäre alt. Wenn wir mit 30 noch Single sind, dann heiraten wir. Das machte damals so viel Sinn, nicht wahr? Ja, das stimmt, sagte ich und spürte ein Flattern in meiner Brust. Seine Hand lag immer noch auf dem Lenkrad und ich wollte mich am liebsten strecken und sie festhalten. Er drehte sich zu mir um. Kann ich dir etwas sagen? Ich nickte. Klar. Ich war derjenige, der Chris gebeten hat, mir einen Job hier in Sacramento zu besorgen, sagte er und beugte sich zu mir. Und als Gina erwähnte, dass du einen neuen Job suchst, habe ich Chris gesagt, er solle die Stelle in unserem Büro empfehlen. Das hast du getan? Fragte ich. Er nickte. Ich wollte zurückkommen und dich wiedersehen. Mein ganzer Körper bewegte sich in seine Richtung. Du hast dich nach all der Zeit an mich erinnert? Ich habe dich nie vergessen, sagte er, seine Stimme war sanft. Und als ich dich wieder sah, wurde alles wieder klar. Wie viel besser das Leben ist, wenn wir zusammen sind. Ich weiß, was du meinst, sagte ich und sah ihm in die Augen. Ich hatte Katie versprochen, es ihm zu sagen und jetzt war meine Chance gekommen. Ich, ich glaube, ich bin in dich verliebt, Lukas. Die Worte waren raus und ich konnte sie nicht mehr zurücknehmen. Meine Augen weiteten sich, als mir klar wurde, was ich in dem nun stillen Auto gesagt hatte. Ich saß hier draußen fest, mitten im Nirgendwo, und wenn er nicht genauso empfand, stand mir eine äußerst schmerzhafte Heimfahrt bevor. Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, streichelte seine Hand meine Wange. Ich hob meine Wimpern und die Sanftheit in seinen Augen brachte mich zum Schmelzen. Lukas, es ist okay, wenn du nicht dasselbe fühlst wie. Seine Lippen waren auf meinen, bevor ich ein weiteres Wort herausbekam. Mein Herz explodierte vor köstlichem Prickeln, als wir uns zum ersten Mal küßten, und es war so viel besser als in meinen Träumen. Ich griff nach seiner Hand und er verschränkte seine Finger mit den meinen. Die kühle Brise wehte mir die Haare aus dem Gesicht, aber ich fühlte mich hier bei ihm ganz und gar geerdet. Passierte das hier wirklich? Solange er mich küßte, solange ich ihn so nah bei mir spürte, war alles andere auf der Welt egal. Und vielleicht, nur vielleicht, musste ich meine Meinung über Sportwagen ändern. Denn sie machten eine Menge Spaß, wenn man die richtige Person hatte, die einen auf eine Spritztour mitnahm und sanft und süß küßte, sodass man vergaß, dass man all die Jahre getrennt gewesen war. Kapitel 16 Bist du sicher, dass du das schaffst? Fragte ich, als wir auf dem Messegelände parkten. Solange du mich nicht in die Nähe der Traktoren lässt, scherzte er. Ich komme schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann, sagte ich, nahm seine Hand und führte ihn zum Eingang. Ich hatte immer noch das Gefühl, dass meine Füße nicht ganz den Boden unter mir berührten. Wie sollten sie auch, nach dem, was gerade zwischen uns passiert war? In dem Moment, in dem seine Lippen meine gefunden hatten, war alles andere weggefallen. Als seine Hand meine umschloss, fühlte ich mich wieder wie ein Teenager, in dieser prickelnden, aufregenden Erregung, die man erlebte, wenn man total verknallt war. Lukas hatte Chris eine SMS geschickt, in der er ihm mitteilte, dass wir mit dem Auto zum Jahrmarkt fuhren. Ich war seit unserer Kindheit nicht mehr hier gewesen. Damals schien der Jahrmarkt groß und dramatisch zu sein, aber im Grunde bestand er nur aus Heuwagenfahrten, Spielen und einem Riesenrad, das aussah, als würde es sich verzweifelt festklammern. Es stand immer noch und war das Einzige, was man von der Straße aus sehen konnte, abgesehen von einem Schild mit leicht abblätternder Farbe, das uns hierher geführt hatte. Ich kann nicht glauben, dass wir wieder am Ort meines Traumas sind, scherzte er kopfschüttelnd. Du bist so eine Drama-Queen, sagte ich und gab ihm einen spielerischen Schubs, als wir durch den Eingang gingen. Wo willst du zuerst hin? Ich sollte dir einen Teddybären gewinnen, beschloss er und nickte zu dem kleinen Wasserpistolenstand, an dem es absurd große Teddys als Preise gab. Meinst du, wir kriegen den Kerl auf dem Rückweg ins Auto, fragte ich. Das könnte ein guter Weg sein, um Gina zu beweisen, dass sie Kinder hinten reinpacken können. Lukas, ich lachte. Ich hoffte inständig, dass Gina und Chris ihre Probleme lösen würden, aber ehrlich gesagt war ich zu sehr in Lukas vertieft, um an etwas anderes zu denken. Er spielte eines der Spiele für mich, und tatsächlich, nach ein paar Versuchen gewann er. Der Mann reichte ihm einen riesigen Teddybären, der ein großes rotes Herz an seine Brust drückte. Lukas reichte ihn mir. Ich konnte ihn kaum mit den Armen umfassen. Ich habe keine Ahnung, wohin ich den tun soll, sagte ich, wobei ich über einen der riesigen Arme des Bären zu ihm aufsah. Vielleicht kannst du ihn auf deiner Terrasse aufstellen, schlug er grinsend vor. Damit hältst du Katzen fern, die deine Pflanzen fressen wollen. Ich öffnete den Mund. Ich dachte, du hättest ihr eine strenge Standpauke gehalten. Wenn du etwas über Katzen wüsstest, wüsstest du, dass es sinnlos ist, sie kontrollieren zu wollen, sagte er kopfschüttelnd. Du wirst sie zur Vernunft bringen müssen, sagte ich, als er sich den Teddy auf die Schultern hievte und in Richtung Riesenrad nickte. Willst du eine Runde drehen? Ich nickte eifrig. Um der alten Zeiten willen. Wir stellten uns in der Schlange für das Riesenrad an. Ich spürte, wie sich diese köstliche Wärme in meiner Brust ausbreitete. Niemals hätte ich gedacht, dass ich hier mit Lukas sitzen und Händchen halten würde, als wären wir ein Paar. War es das, was der Kuss aus uns gemacht hatte? Ein Paar? Es dauerte nicht lange, bis wir in den etwas klapprigen Sitzen des Riesenrads saßen und darauf warteten, dass es uns hoch über den Rummelplatz brachte, damit wir einen Blick über die Felder werfen konnten. Wir stopften den Teddybär an unsere Füße und Lukas legte seinen Arm um mich. Als ich das Riesenrad in Bewegung setzte, schaute er zu mir rüber, wobei seine Augen auf den meinen verweilten. Die Sonne begann am Himmel hinter ihm zu verblassen und warf einen sanften Schein auf sein Gesicht. Er sah so gut aus. Ich konnte kaum glauben, dass er mit mir hier war. Hast du das ernst gemeint, was du vorhin gesagt hast? Fragte er, seinen Blick auf meinen gerichtet. Ich nickte. Ja. Ich liebe dich auch, sagte er, wobei er seine Finger über meinen Nacken gleiten ließ. Elektrizität kribbelte auf meiner Haut und erleuchtete meinen ganzen Körper. Er beugte sich zu mir und küßte mich erneut. Ich legte meine Hand an seine Wange und spürte die rauen Bartstoppeln unter meinen Fingern. Während wir uns küßten, erfüllte Wärme meine Brust. Ich wollte, dass dieser Moment nie endete, dass das, was wir miteinander hatten, nie wieder verschwand. Und doch nagte etwas in meinem Hinterkopf wie eine Warnung. Eine Erinnerung daran, dass nichts, was sich so gut anfühlte, von Dauer sein konnte. Ich wollte an die Liebe glauben, aber ich hatte am eigenen Leib erfahren, dass die wahre Liebe nicht ewig währte. Wir stiegen in die Luft und ich zog mich zurück. Er lächelte mich an, dieses sanfte, süße Lächeln, das mir das Gefühl gab, mein Herz würde gleich zerspringen. Wir haben lange gebraucht, um hierher zu kommen, sagte er und schaute mich an. Was meinst du, fragte ich. Meine Lippen kribbelten noch immer. 15 Jahre, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sagte er kopfschüttelnd, dann strich er mit seiner Nase leicht über meine. 15 Jahre habe ich an dich gedacht und mich gefragt, wann ich dich wiedersehen würde. Und ich habe mich gefragt, ob du dich an das Versprechen erinnern würdest, das wir uns gegeben haben. Und jetzt bist du hier bei mir und alles fühlt sich richtig an. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Ich weiß, was du meinst. Ich will dich nie wieder gehen lassen, sagte er und strich mit seinem Daumen über meine Wange. Ich auch nicht, flüsterte ich. Und zumindest in diesem Moment meinte ich es auch so. Kapitel 17 Am Freitagabend traf ich mich mit der Gang in der Oase, um meinen neuen Job auf meiner Abschiedsparty zu feiern. Seit Lukas mich mit einer Hand auf der meinen Zurück in die Stadt gefahren hatte, während ich den Teddybär, den er für mich gewonnen hatte, auf meinem Schoß balancierte, hatte ich dieses köstliche Geheimnis für mich behalten. Willst du noch einen Drink? fragte Kennedy über den Klang der dröhnenden Musik hinweg. Nein, danke, rief ich zurück und hielt den grellgelben Cocktail hoch, an dem ich seit meiner Ankunft in unserem Lieblingstanzclub genippt hatte. Erzähl uns von deinem neuen Job, rief Erika, die ihren Kopf an Joshs Schulter lehnte. Sie waren so ein süßes Paar und so verliebt, wie Lukas und ich. Moment, waren wir jetzt ein Paar? Wir waren verliebt, ja, das hatten wir beschlossen, aber was bedeutete das? Ich war mir nicht sicher, aber mir gefiel das Ziehen meines Herzens bei dem Gedanken nicht, dass wir offiziell ein Paar waren. Wir brauchten kein Etikett, zumindest redete ich mir das ein. Der neue Job ist wirklich hart, gab ich zu, aber mein Stöhnen verwandelte sich in ein Lachen. Vielleicht lag es an dem Cocktail, vielleicht aber auch an der Unterstützung um mich herum, einschließlich der Unterstützung, die ich von Lukas bekam. Ich habe ein paar Dinge vermasselt. Was hast du vermasselt? fragte Kennedy mit großen Augen. Schauen wir mal. Ein Barista am Kaffeewagen hat mich zu einer sehr teuren und falschen Kaffeebestellung verleitet. Ich habe Notizen über meine Verwirrung gepostet, die eigentlich privat sein sollten, und habe das Computersystem noch nicht gemeistert. Ich zählte meine Fehler an den Fingern ab. Ich glaube, es gibt noch mehr, aber ich will sie nicht alle zugeben. Du scheinst nicht besorgt zu sein, sagte Kennedy und kniff die Augen zusammen. Warum siehst du so glücklich aus? Ich mache mir Sorgen, oder, naja, ich habe mir Sorgen gemacht, bis, ich biss mir auf die Lippe. Sollte ich es ihr sagen? Ich hatte das Gefühl, ich würde es verfluchen, wenn ich es so früh mit jemandem besprach, aber ich wusste, dass ich es wahrscheinlich irgendwann ausplaudern würde, also. Mir geht etwas anderes durch den Kopf, gestand ich. HMM, sagte Kennedy und tippte mit dem Finger auf ihre Unterlippe. Lass mich raten, dein Vermieter hat die Miete gesenkt? Schön wär's. Du hast eine Gehaltserhöhung bekommen, weil sie Mitleid mit dir hatten? Nö. Oh, warte mal, sagte sie. Ihre ersten beiden Vermutungen waren offensichtlich ein Scherz gewesen. Was ist mit dem Typen, von dem du uns erzählt hast? Der, der dich heiraten wird, wenn du 30 wirst? Sag mir nicht, dass das wirklich passiert ist. Lass mich deinen Ringfinger sehen. Ich bin nicht verheiratet, sagte ich und rollte mit den Augen, aber als ich grinste, kreischten Erika und Kennedy so laut, dass die Jungs sich die Hände über die Ohren hielten. Nein, sagte Erika und hielt sich an meinem Arm fest. Er ist zurückgekommen? Im Ernst? Ja, er ist wieder da, sagte ich lächelnd. Wir sind ein bisschen rumgefahren, haben Zeit miteinander verbracht und es hat sich herausgestellt, dass wir Gefühle füreinander haben. Richtig große Gefühle, um genau zu sein. Es ist aber noch ziemlich frisch. Das ist das Romantischste, was ich je gehört habe, rief Erika, schlug sich die Hand vor die Brust und schüttelte den Kopf. Wann werden wir ihn treffen? Warum ist er heute Abend nicht hier? Er hatte heute Abend etwas zu tun, antwortete ich achselzuckend. Außerdem will ich ihn nicht verschrecken, indem ihr ihn ausquetscht. Sie lachten, und ich nahm einen Schluck von meinem Getränk und spürte, wie sich diese wohlige Wärme in mir ausbreitete. Ich wusste, dass er sich mit ihnen verstehen und dass sie ihn lieben würden. Du solltest den Typen besser warnen, dass er Konkurrenz hat, sagte Steve, der mit einem Nicken hinter mich deutete. Der Typ hat dich die letzten zehn Minuten beobachtet. Ich schaute hinter mich, um zu sehen, auf wen Steve zeigte, und mir fiel die Kinnlade herunter, als ich den Mann dort stehen sah. Groß, breitschultrig und mit dunklem, zerzaustem Haar. Lukas. Das ist er, sagte ich. Mein Bauch schlug einen kleinen Salto, als unsere Blicke sich trafen. Ich biss mir auf die Unterlippe und drehte mich zu meinen Freunden um. Das ist Lukas. Erika legte ihren Kopf schief. Ich dachte, du hättest ihn nicht eingeladen. Er hatte eine Arbeitssache, sagte ich kopfschüttelnd. Oh, warte. Ich erkenne den Typen, mit dem er zusammen ist, und er ist aus dem Büro. Und der andere Typ auch. Ich schätze, sein Arbeitsabend ist hier gelandet. Das ist Schicksal, sagte Kennedy glücklich. Du musst mit ihm reden. Nein, er hat ein Arbeitstreffen. Ich will ihm nicht in die Quere kommen. Komm schon, du hast jahrelang darauf gewartet, wieder mit diesem Typen zusammen zu sein, sagte sie und stupste mich leicht am Arm an. Er kann es verkraften, wenn du in eine langweilige Arbeitssache reinplatzt. Langweilig? Sie sind am selben Ort wie wir und wir haben Spaß, warf Steve entrüstet ein. Lukas hob eine Hand, und ich winkte zurück. Kennedy hatte recht. Es konnte nicht schaden, Hallo zu sagen. Mit meinem Getränk in der Hand ging ich durch den überfüllten Raum auf Lukas zu. Er stand zusammen mit Chris, Sean und ihnen, die alle von der Arbeit waren, an der Bar. Hey, sagte ich und nickte dem Rest der Gruppe zu. Hey, sagte Lukas und gab mir einen Kuss auf die Wange. Oh, wow. Ich konnte nicht glauben, dass er mich vor allen geküsst hatte. Hi, Carrie, sagte Chris. Oh, das ist Carrie, bemerkte ihn. Ich habe schon viel von dir gehört. Oh, fragte ich und schaute zu Lukas hoch. Ja, schuldig, sagte er grinsend. Nur Gutes, versicherte mir ihn. Ich schaute mich nach meiner Chefin, der anderen stellvertretenden Vertriebsdirektorin, um, aber ich sah sie nicht. Wo ist Linda, fragte ich. Sie hat es nicht geschafft. Es hat etwas mit ihrer Tochter zu tun, sagte er. Sie fühlt sich anscheinend nicht wohl, also sind nur wir Jungs da. Nicht mehr, scherzte ich, als Lukas einen Arm um meine Taille legte. Dürf ich dich für einen Tanz ausleihen, fragte er, wobei er kurz zu meiner Gang hinüberblickte. Wenn es deiner Abschiedsparty nicht in die Quere kommt. Ich tanze nicht wirklich, gestand ich. Ich auch nicht, entgegnete er achselzuckend. Ich lächelte. Ein Tanz klang ziemlich gut. Er nahm meine Hand und führte mich auf die Tanzfläche, während ein langsames Lied aus den Lautsprechern erklang. Ich schlang meine Arme um seinen Hals und blickte zu ihm auf. Nach all der Zeit, die wir getrennt gewesen waren, waren wir beide wieder in eine angenehme Behaglichkeit geschlittert, nur besser. Ich konnte immer noch die jüngere Version von ihm sehen, die in diesem dreißigjährigen Mann steckte, dessen jugendliche Energie immer noch so fröhlich war. Wir wiegten uns im Takt der Musik und er blickte lächelnd auf mich herab, während seine Hände hinter meinem Rücken verschränkt waren und er mich festhielt. Seine Augen suchten meine, seine Lippen waren leicht geöffnet, als wollte er mir etwas sagen. Woran denkst du, fragte ich. Dass ich froh bin, dich hier getroffen zu haben, sagte er und ließ seine Stirn auf meine sinken. Ich habe den ganzen Abend an dich gedacht. Ich bin froh, dass wir uns wiedergefunden haben, Carrie. Ich auch, antwortete ich, stellte mich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Es gab nichts mehr zu sagen. Als sich unsere Lippen berührten, spürte ich, wie die Funken in meinem Bauch sprühten. Mein Herz wirbelte vor Emotionen, als er mich näher an sich zog. Wir hatten so viel Zeit nachzuholen, 15 Jahre auseinander, die wir wieder gut machen mussten. Und ich hatte vor, jede Sekunde, die wir zusammen hatten, genau damit zu verbringen. Guten Morgen, Carrie, sagte ihn, als er am Montagmorgen auf Lindas Büro zusteuerte. Hattest du ein schönes restliches Wochenende? Ja, danke, sagte ich und lächelte zu ihm hoch. Ich bemühte mich, die Dinge hier im Büro möglichst professionell zu halten, aber da die meisten höheren Tiere gesehen hatten, wie Lukas und ich uns im Tanzclub getanzt hatten, war es ziemlich schwierig, den Schein zu wahren. Dean, eine der anderen Assistentinnen, die hier arbeiteten, sah mich von der anderen Seite des Tisches aus mit zusammengekniffenen Augen an. Wir hatten zusammen den Terminplan für diesen Monat für unsere Chefs organisiert, aber sie sah verärgert aus, dass die stellvertretenden Direktoren, mit denen ich in der Oase abgehangen hatte, super freundlich zu mir waren. Ich verstand nicht, warum sie das störte. Kennst du ihn gut? fragte sie durch zusammengebissene Zähne hindurch, als ihn zu dem Meeting mit Linda ging. Ich zuckte mit den Schultern. Nicht wirklich. Er war noch nie so freundlich zu mir, sagte sie. Ach, wirklich? Stell dich nicht dumm, sagte sie und warf mir einen Blick zu. Er tut so, als wärt ihr beide Freunde. Oder vielleicht sogar mehr. Sind wir nicht, sagte ich, aber ich verstand nicht, warum sie das ärgerte. Die Gang bei TotalFit war nie eifersüchtig aufeinander. Wir waren beste Freunde. Dean versuchte nicht, ihre Verärgerung über die Aufmerksamkeit zu verbergen, die ich von den anderen Vorgesetzten bekam. Uck! Ich hoffte, dass sie das mit Lukas und mir nicht herausfand, denn das könnte sie in den Wahnsinn treiben. Ich schätze, ihn ist nur freundlich, weil ich neu bin, sagte ich in der Hoffnung, das würde reichen, um sie zu beruhigen. Ich wollte wirklich keine Probleme in meinem neuen Job verursachen. Aber Dean schien mir gegenüber sehr misstrauisch zu sein, und ich fühlte mich langsam unwohl, weil sie mich so genau beobachtete. Wie sieht es denn nächste Woche für Sean aus, fragte ich, um das Gespräch wieder auf ein sichereres Thema zu lenken. Er will sich mit Linda treffen, vielleicht finden wir am Dienstag einen Termin. Es gelang mir, sie abzulenken, aber die feindselige Atmosphäre zwischen uns war immer noch sehr präsent. Vielleicht war sie einfach nur schlecht gelaunt. Ich meine, ich hatte keine Ahnung, was in ihrem Leben vor sich ging. Ich nippte an meinem Kaffee und tauschte Ideen mit ihr aus, bis sie sich für mich zu erwärmen schien, zumindest bis zu dem Moment, als ihr direkter Vorgesetzter, Sean, vorbeischendierte und an meinem Schreibtisch stehen blieb. Es war toll, dich im Club zu sehen, sagte Sean. Ich versuchte, nicht das Gesicht zu verziehen, als ich spürte, wie Dean mir gegenüber steif wurde. Ich hatte nicht erwähnt, dass ich mit unseren Vorgesetzten in diesem Club gewesen war, und ich wusste, dass sie mich mit einem Haufen gereizter Fragen überhäufen würde, sobald sie die Gelegenheit dazu hatte. Es war auch schön, dich zu sehen, sagte ich so vage wie möglich und hoffte, dass ich ihn eher früher als später verjagen konnte. Ich wollte die nicht noch mehr Gründe geben, mich nicht zu mögen, denn sie schien im Moment vor Zorn förmlich zu rauchen. Du solltest öfter mit uns ausgehen, fuhr er fort. Mein Unbehagen bemerkte er nicht, genauso wenig wie meinen angestrengten geistigen Anstoß, er solle weitergehen. Jetzt, wo ich weiß, dass du und Lukas Ja, vielleicht machen wir das, schnitt ich ihm das Wort ab. Ich wollte nicht, dass Dean von Lukas und mir erfuhr, denn ich war mir ziemlich sicher, sonst würde die pochende Ader an ihrer Schläfe platzen. Sean zog eine Augenbraue hoch, schüttelte dann den Kopf und ging in das Büro neben mir. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Er mochte denken, dass ich ein wenig überdreht war. Aber das war besser, als wenn Dean sich noch mehr über mich ärgerte. Wie auch immer, wo waren wir, fragte ich, aber sie antwortete nicht. Sie funkelte mich von der anderen Seite des Schreibtisches an, als würde sie mit ihren Augen Laserstrahlen verschießen. Gut, dass ihre Augen nicht geladen waren. Als könnte es nicht noch schlimmer werden, kam Lukas durch die Tür neben uns, und mein Kopf schnellte zu ihm hoch. Oh, hey, sagte ich und freute mich, ihn zu sehen, hoffte aber, dass er nichts sagen würde, was mich in Dins Augen besonders erscheinen lassen würde. Willst du mit mir zum Mittagessen gehen, fragte er. Ich zögerte, da ich wusste, dass ein Mittagessen mit einem stellvertretenden Direktor Dean noch weiter von mir entfernen würde, aber ganz ehrlich, was war die andere Option? Hier rumsitzen und mich von ihr Böse anstarren lassen? Ich würde mich lieber mit Lukas amüsieren, als zu versuchen, die Frau zu besänftigen, die sich bereits eine Meinung über mich gebildet hatte. Sehr gerne, sagte ich und teilte Dean mit, dass wir heute Nachmittag weitermachen würden. Dann ging ich so schnell ich konnte zur Tür. Kapitel 18 Am Samstag kam ich bei Ginas Brautparty an und bekam sofort ein Glas Champagner in die Hand gedrückt. Lecker! Ich ließ mich auf der Couch nieder, als die Gäste eintrafen, nahm einen Schluck von der sprudelnden Flüssigkeit und schaute zu meiner glücklichen Cousine hinüber. Es ging ihr viel besser als das letzte Mal, als ich sie während ihres Streits mit Chris gesehen hatte. Scheinbar hatte er angeboten, den Porsche zu verkaufen, wenn sie sich so sehr darüber aufregte, und sie fand diese Geste so süß, dass sie beschloss, es sei romantisch, dass er einen Sportwagen gekauft hatte, damit sie Ausflüge machen konnten. Außerdem sagte sie mir, dass ein Großteil ihres Stresses mit ihrer Mutter zu tun hatte und das Problem mit Chris sie nur vorübergehend aus der Fassung gebracht hatte. Gott sei Dank! Zwischen ihr und Chris war wieder alles in Ordnung, auch wenn sie immer noch nervös zu sein schien. Aber meine Tante konnte jeden nervös machen. Ich war mir sogar ziemlich sicher, dass Gina eine Therapie gemacht hatte, um ihre Kindheitsprobleme mit ihrer Mutter zu bewältigen. Du hast keine Ahnung, wie lange es her ist, dass ich einen Nachmittag ohne die Kinder verbracht habe, sagte Ellen und schaute mich an. Ellen war eine Arbeitsfreundin von Gina, eine ihrer Brautjungfern, war verheiratet und hatte Kinder. Sie saß neben mir und streckte sich, um sich Champagner nachzuschenken. Du bist so eine tolle Mutter für deine beiden Kleinen, sagte Kytlin, die zu Ellen hinüber lächelte. Kytlin arbeitete mit Gina und Rachel zusammen und hatte diese Brautparty mitorganisiert. Wenn ich Kinder habe, werde ich dich um Rat fragen. Wenn dein Mann ein Hotelimperium besitzt, kannst du einfach eine Hilfe einstellen, schoss Ellen spielerisch zurück. Kytlins Ehemann war Paul Jeffreys, Besitzer des Jeffreys Hotelimperiums und Milliardär. Ihr Ehemann hatte ihr Angebot eines Ehevertrags abgelehnt, was Kytlin zu Tränen gerührt hatte. Sie hatte mehr Geld, als ich in meinem ganzen Leben verdienen würde, aber sie hatte sich kein bisschen verändert. Es sei denn, man rechnete dazu, dass sie privat jetzt benutzte. Für den Moment reisen wir und genießen das Eheleben, aber vielleicht irgendwann, sagte Kytlin und strich sich die Haare hinters Ohr. Genieße deinen Schlaf, solange du kannst, sagte Rachel und legte eine Hand auf ihren runden Bauch. Mit all den Hormonen, die durch mich hindurchfließen, weiß ich gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, ausgeruht zu sein. Ist das eine Babypartie oder eine Brautparty? fragte Gina kichernd. Brautparty diese Woche, dann deine Hochzeit und dann ist es Zeit für Rachs Babyparty, erklärte Kytlin, die einen Tortilla-Chip in den Spinat-Dip tauchte. Und ihr werdet alle dabei sein, sagte Rachel. Ich lächelte, froh darüber, dass Gina Spaß mit ihren Freunden hatte. Okay, rief Tante Elaine, als sie in den Raum marschierte. Sollen wir mit den Spielen anfangen? Ginas glücklicher Gesichtsausdruck verblasste. Wir können warten, bis wir. Wir fangen mit dem Brautjungfern-Bingo an, verkündete Tante Elaine und verteilte Stifte und Zettel an alle um sie herum. Ihr kreuzt alles an, was ihr getan habt, um Gina bei den Vorbereitungen für die Hochzeit zu helfen. Die erste Person, die alle Kästchen ausfüllt, hat gewonnen. Diejenige, der sich am meisten Mühe gegeben hatte, würde also gewinnen? Ich blickte stirnrunzelnd auf den Zettel vor mir, auf dem Dinge standen wie bei der Auswahl des Brautkleides helfen und Torten testen, was ich nicht getan hatte. Schade, dass es kein Kästchen dafür gab, eine Braut mit kalten Füßen zu trösten, nachdem ihr Verlobter einen Porsche gekauft hatte. Ich habe schon Bingo, sagte Tante Elaine breitgrinsend. Ich schaute zu ihr rüber und sah, dass sie fast jedes Feld auf der Seite mit einem X versehen hatte. Aber ich kann nicht gewinnen, weil ich die Mutter der Braut bin, sagte sie, als wäre das eine große Last für sie. Also wird einfach diejenige gewinnen, die den zweiten Platz belegt. Gina und ich tauschten einen Blick aus, und ich konnte sehen, wie sich ihre Gesichtsmuskeln anspannten. Rachel wurde zweite und gewann das Brautjungfern-Bingo. Dann ging es weiter zum nächsten Spiel, ein Ringwurf mit großen Eheringen aus Plastik. Gina zielte mit einem geschlossenen Auge und warf, aber ihr riesiger Ring prallte vom Ständer ab und landete auf dem Boden. Das kannst du besser, sagte Tante Elaine kopfschüttelnd. Rachel und Keitlin tauschten einen wissenden Blick aus. Offensichtlich war ich nicht die Einzige, die wusste, wie schwer Ginas Mutter die Planung der Hochzeit gemacht hatte. Wir wechselten uns mit dem Werfen ab, aber der Champagner verbesserte unsere Zielgenauigkeit nicht. Als mein Glas leer war, ging ich in die Küche, um mir nachzuschenken, und da kam Tante Elaine auf mich zu. Ihr dunkles, lockiges Haar war hoch aufgetürmt und ihr Blick verriet mir, dass sie etwas vorhatte, als sie mich ins Visier nahm. Schluck. Tolle Brautparty, Tante Elaine, sagte ich in der Hoffnung, dass das Kompliment sie in eine bessere Stimmung für das bringen würde, was sie wollte. Das war lieb von dir, dass du sie für Gina organisiert hast, fuhr ich fort, obwohl ich als Trauzeugin eine Brautparty für sie hatte planen wollen. Wie auch immer. Ich bin froh, dass ich dich allein erwische, sagte sie, nahm die Flasche in meiner Hand und füllte mein Glas, bevor sie ihres ebenfalls füllte. Es gibt etwas, worüber ich mit dir reden muss. Was denn, fragte ich, bevor ich einen großen Schluck Champagner trank. Wäre es zu viel, das Glas in einem Zug zu leeren? Ich habe mit deinem Vater geredet, sagte sie und mein Magen krampfte sich zusammen. Ich wappnete mich. Oh. Ich habe gehört, dass ihr euch seit Weihnachten nicht mehr gesehen habt, also habe ich für nächstes Wochenende ein Abendessen organisiert, erklärte sie und füllte mein Glas wieder auf. Du wirst dich mir, Gina, deinen Vater und Jan anschließen. Sie sprach es nicht wie eine Einladung, sondern eher wie einen Befehl aus. Ich, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, stotterte ich und legte den Kopf schief, als wäre ich mir nicht sicher. Das Restaurant ist bereits gebucht, erwiderte sie strahlend, als wäre die Sache damit erledigt. Um sieben Uhr im Neboathouse. Es wird uns gut tun, vor der Hochzeit Zeit als Familie zu verbringen, meinst du nicht? Ehm, na ja. Ich habe also dein Wort, dass du da sein wirst, fragte sie, legte mir eine Hand auf die Schulter und schaute mich ernst an. Ja, ich werde da sein, sagte ich, denn ich wusste, dass ich keine andere Wahl hatte. Gut, ich wusste, dass du das für eine gute Idee halten würdest, sagte sie, bevor sie sich umdrehte und zurück zur Party ging. Und ich wusste, dass ich aus diesem Familientreffen auf keinen Fall herauskommen würde. Ich würde mit meinem Vater und seiner neuen Frau zu Abend essen, ob ich wollte oder nicht. Kapitel 19 Sind die für mich, fragte ich grinsend, als Lukas durch meine Wohnungstür trat. Ja, das sind sie, sagte er. Er hielt ein paar Pflanzen in der Hand, die wohl die ersetzen sollten, die seine Katzenfreundin zerstört hatte. Er streckte sie mir entgegen. Das wird langsam zur Gewohnheit. Die Gärtnerei hat mir sogar einen Rabatt gegeben, weil es ihnen leid tat, dass ich eine so zerstörerische Katze aufgenommen habe. Ich lachte, nahm sie ihm ab und trug sie zur Küchenspüle, um sie zu gießen. Das ist aber lieb von dir, sagte ich. Der erdige Duft der beiden Töpfe beruhigte mich zum ersten Mal seit der Brautparty. Vielleicht lag das aber auch nur daran, dass ich mit Lukas zusammen war. Wie war dein Ding, fragte er und nahm auf meiner Couch Platz. Er machte es sich in meinem Wohnzimmer sehr bequem, was ich sehr gerne sah. Die Brautparty, fragte ich mit verzogener Miene. Es war sehr viel. HMM, das ist vage, erwiderte er, streckte seinen Arm über die Rückenlehne des Sofas aus und bedeutete mir, mich zu ihm zu setzen. Meine Tante schleppt mich zu diesem Abendessen mit meinem Vater, sagte ich, kuschelte mich an ihn und lehnte meinen Kopf an seinen Arm. Ich seufzte. Und mit seiner neuen Frau. Ich will da nicht hin. Warum nicht, fragte er. Ähm, weil ich ihnen aus dem Weg gegangen bin, murmelte ich, hob den Kopf und runzelte die Stirn. Ich will weder ihn noch Jan sehen, weil ich das Gefühl habe, meine Mutter zu hintergehen. Du würdest sie nicht hintergehen, sagte er sanft. Ich habe immer noch ein komisches Gefühl dabei, sagte ich kopfschüttelnd. Aber meine Tante hat mich in dieses Essen hineingezogen und es gibt keinen Weg, da wieder rauszukommen. Dein Vater wird sich freuen, dich dort zu sehen. Ich zog die Augenbrauen zusammen. Wie kommst du darauf? Er zögerte einen Moment. Weil ich mit ihm gesprochen habe. Ich blinzelte ihn überrascht an. Wann hast du das gemacht? Ich wollte nach ihm sehen, als ich wieder in die Stadt kam und ihm sagen, dass ich an ihn denke, nach dem, du weißt schon. Außerdem wollte ich ein paar Blumen auf das Grab deiner Mutter legen und musste wissen, wo sie begraben ist, also habe ich ihn besucht. Mein Kiefer spannte sich an, aber ich sagte kein Wort. Ich hatte meinen Vater jahrelang gemieden, als wäre er ansteckend, aber Lukas hatte ihn direkt nach seiner Rückkehr besucht. Gut zu wissen. Er hat gesagt, dass ihr beide euch nicht oft gesehen habt, fuhr er fort, wobei er mich ein wenig näher an sich heranzog. Er sagt, er vermisst dich. Sogar sehr. Ich versteifte mich neben ihm und begann, mich in seiner Umarmung unwohl zu fühlen. Ich hatte das Bedürfnis, das Zimmer zu verlassen und um den Block zu laufen. Ich weiß, dass du verletzt bist, weil er wieder geheiratet hat, aber warum, fragte er, als wäre er verwirrt. Als hätte ich diese Frage nicht schon beantwortet. Er hat sehr schnell wieder geheiratet, Lukas, als wäre ihm meine Mutter nie wirklich wichtig gewesen, sagte ich mit fester Stimme. Ich mochte es nicht, dass er mich ausfragte. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Wenn er sie so schnell ersetzen konnte, was sagt das dann über ihre gesamte Ehe aus? Carrie, er musterte mein Gesicht und holte Tiefluft. Dieses Gespräch war für mich sowas von vorbei. Ich entfernte mich von ihm, lehnte mich mit dem Rücken gegen das Kissen am anderen Ende der Couch und legte meine Füße in seinen Schoß. Erzähl mir, was mit dem Porsche los ist, bat ich, bereit, das Thema auf etwas anderes zu lenken. Denn selbst eine Wurzelbehandlung wäre angenehmer, als über die Probleme mit meinem Vater zu reden. Gibt es etwas Neues? Nein, ich glaube, es hat alles geklappt, sagte er, drückte meinen Fuß zwischen seinen Händen und ließ mich ein wenig entspannen. Ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit noch einmal die Gelegenheit haben werden, ihn auszuleihen. Wann holst du dir deinen eigenen, fragte ich ein wenig ruhiger. Er hob eine Augenbraue. Das wird doch nicht die Chance auf unsere Hochzeit an deinem 30. Geburtstag zunichte machen? Ein Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht aus. Nicht, wenn du es zu einem Verlobungsgeschenk für mich machst. Geht klar, antwortete er mit zuckenden Mundwinkeln. Wann legen wir das Datum fest? Sehr lustig, sagte ich lachend. Ich will eigentlich gar nicht heiraten. Niemals. Nein, danke. Ich verstehe, sagte er und seine Mundwinkel zogen sich nach unten. Aber du gehst doch mit mir zu Chris und Ginas Hochzeit, oder? Wozu soll das gut sein? Wir werden doch sowieso beide dort sein. Er drückte seine Daumen gegen meine Fußsohlen und rieb sie hin und her, was sich so, so, so gut anfühlte. Es geht darum, dass wir zusammengehen und du mein Depp bist. Wir brauchen kein Etikett, sagte ich, rollte mit den Augen und zog meine Füße weg. Er fing ernsthaft an, mich während einer Fußmassage zu stressen, und das wollte schon was heißen. Komm, lass uns einen Film schauen. Ich hatte genug Hochzeitsgespräche für ein ganzes Leben. Er hielt seine Handflächen einen Moment lang in die Luft und schien von der plötzlichen Veränderung überrascht zu sein. Okay. An welchen Film hast du gedacht? La Mans 66, gegen jede Chance, schlug ich vor. Kein Porsche, aber die fahren trotzdem schnell. Klar, sagte er nickend. Während ich den Film vorbereitete, fiel mir auf, wie ruhig Lukas geworden und wie angespannt die Luft zwischen uns war. Aber als ich neben ihm auf der Couch saß und der Vorspann lief, gab er mir einen Kuss auf den Kopf. Weißt du, was mir geholfen hat, als sich meine Eltern getrennt haben, sagte er, legte einen Arm um meine Schulter und spielte mit einer Haarsträhne von mir. Ich runzelte die Stirn. Ich dachte, wir schauen einen Film. Es hat noch nicht angefangen, warf er ein und lehnte sich dicht an mein Ohr. Weißt du, was mir geholfen hat, nachdem wir nach Südkalifornien gezogen sind? Ich schüttelte den Kopf. Was? Du, flüsterte er. Wie meinst du das? fragte ich und blickte zu ihm auf. Ich habe einen Park gefunden, in dem es eine Schaukel gab, wie die, auf der wir früher gespielt haben, erzählte er und strich mir mit den Fingern durchs Haar. Ich habe eine Flasche Seifenblasen mitgenommen, so wie wir es immer gemacht haben, weißt du noch? Ja, murmelte ich. Mein Herz wurde warm, als die Erinnerungen mein Gehirn überfluteten. Lukas und ich saßen auf der Schaukel, holten mit den Beinen Schwung und zogen an den Ketten, bis wir hochflogen. Dann nahmen wir den Deckel von unserer Flasche, zogen den kleinen Stab heraus und pusteten Seifenblasen in die Luft, während wir uns etwas wünschten. Ich erinnere mich, sagte ich und meine Kehle schnürte sich zu, weil wir so unschuldig gewesen waren. Ich war wütend und verletzt, dass meine Eltern nicht mehr zusammenlebten und wir so weit weg von all meinen Freunden und ihr ziehen mussten, sagte er, seine Stimme klang heiser. Also tat ich das Einzige, was ich tun konnte, um mich besser zu fühlen. Ich schwang mich auf die Schaukel, pustete ein Meer von Seifenblasen in die Luft und wünschte mir, dass wir eines Tages unser Versprechen einlösen würden. Meine Augen tränten und meine Unterlippe zitterte. Ich habe mir gewünscht, dass wir dieses Versprechen einhalten, dass ich dich eines Tages heiraten werde und dass uns nie wieder jemand trennen wird. Ich spürte, wie mein Herz weich wurde, als ich mich umdrehte und zu ihm aufschaute. Wie konnte er so romantisch sein, nachdem ich gerade so schnippisch zu ihm gewesen war? Er öffnete mir so leicht sein Herz, dass es unmöglich war, ihm zu widerstehen. Als ich ihn ansah, beugte ich mich vor und küßte ihn von ganzem Herzen. Und in der Sekunde, in der sein Mund den Meinen eroberte, fielen alle Ängste, die ich vor der Ehe hatte, zumindest für diesen Moment weg. Und der Glaube an die wahre Liebe, den ich verloren hatte, rief mir von weit her zu, um mir zu sagen, dass vielleicht, nur vielleicht, die wahre Liebe noch möglich war. Kapitel 20 Wir kamen pünktlich um sieben Uhr im Neboathouse an und ich drückte Lukas' Hand, als wir bei der Hostess eincheckten, die genervt zu sein schien, hier zu sein. Das konnte ich gut nachempfinden. Mit einem Seufzer führte sie uns durch das elegante Restaurant zu unserem Tisch. Kerzen flackerten in der Mitte der weißgedeckten Tische und wiesen uns den Weg zu dem großen Tisch im hinteren Teil, der an den Fenstern stand, die auf den Fluss hinaus zeigten. Ich konnte einen Abend lang nett sein, lächeln und eine nette Unterhaltung vortäuschen. Was sollte es, wenn ich das Gefühl hatte, jeden Moment zusammenbrechen zu können? Und dass ich mich umdrehen und fliehen wollte? Ein Abendessen würde nicht das Ende der Welt bedeuten. Es fühlte sich nur wie das Ende der Welt an. Uck! Zum Glück hatte ich es geschafft, Lukas als Begleitperson einzuladen. Ich war mehr als dankbar, dass er mit mir hier war. Der Gedanke, einen Abend mit meinem Vater und Jan zu verbringen, klang furchtbar, aber mit Lukas hier wäre es eine große Verbesserung. Dad zog mich in eine Umarmung, als wir den Tisch erreichten, und ich winkte Gina, Chris, Jan und natürlich Tante Elaine zu, die diesen kleinen Rummel organisiert hatte. Vielen Dank für nichts, Tante Elaine, die uns zur Begrüßung zulächelte. Ich drückte Dad kurz, zog mich zurück und er sah mich von oben bis unten an. Du siehst gut aus, Carrie. Ja, sagte ich, als Lukas mir den Stuhl herauszog, damit ich mich setzen konnte. Jan saß mir gegenüber und schenkte mir ein breites Lächeln, das ich zu erwidern versuchte. Unter dem Tisch drückte Lukas meine Hand fest, eine stumme Erinnerung daran, dass er nirgendwo hingehen würde. Möchten Sie ein Getränk? fragte der Kellner. Ein Glas Chardonnay, bitte, sagte ich, während ich mir im Stillen wünschte, dass er sich beeilen würde. Danke, dass du das arrangiert hast, Elaine, sagte Dad und griff nach seinem Bier. Es ist wunderbar, alle zusammen zu haben. Mein Vater nahm einen Schluck von seinem Bier, was mich an all die Male denken ließ, als Mum ihm eine Flasche aus dem Kühlschrank holte und ihm einen Kuss auf den Kopf drückte, bevor sie in die Küche ging, um das Abendessen zu machen. Ich versuchte, die Erinnerung zu verdrängen, da ich mich nicht mit der Vergangenheit befassen wollte. Ich dachte, es wäre schön, besonders vor der Hochzeit, sagte Tante Elaine, die ihre Hände ordentlich auf dem Tisch faltete. So haben wir die Möglichkeit, als Familie zusammen zu sein, nicht wahr? Das stimmt, sagte Dad. Jan sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an und versuchte, die Nette zu spielen. Ich habe gehört, du hast einen neuen Job, Carrie? Ja, ich arbeite seit ein paar Wochen dort, antwortete ich. Gute Nachrichten verbreiteten sich offenbar schnell. Gefällt dir die neue Stelle? fragte Januar. Ich denke schon, sagte ich achselzuckend. Ich meine, ich bin noch nicht gefeuert worden. Lukas hustete in seine Serviette. Carrie arbeitet an dem Ort, an dem auch Chris und ich arbeiten. Sie macht einen tollen Job, sagte Lukas und strich unter dem Tisch mit seinem Daumen über meinen Handrücken. Wir haben von allen nur Gutes gehört, mischte sich Chris ein. Ich zog die Augenbrauen hoch. Offenbar hatten sie nicht mit Dien gesprochen. Gott sei Dank. Das hält dich sicher auf Trab, sagte Dad, was mir das Gefühl gab, als hätte er einen Seitenhieb losgelassen. Ja, viel zu tun, sagte ich und wollte schon jubeln, als der Kellner mit meinem Getränk zurückkam. Ich nahm es in die Hand und trank einen langen Schluck des köstlichen Weißweins. Schön, dich wiederzusehen, Lukas, sagte Dad und nickte meinem Date zu. Ich habe mich übrigens über deinen Besuch gefreut. Bei mir zu Hause und an Marzias Grab. Vielleicht kannst du Carrie zum Grab ihrer Mutter mitnehmen, denn soweit ich weiß, war sie noch nicht dort. Ich erstarrte, der Wein tobte in meinem Magen. Wie konnte mein Vater so etwas vor anderen Leuten erwähnen? Wollte er mir damit eins auswischen? Wenn er dachte, ich würde das einfach so hinnehmen, hatte er sich geschnitten. Was geht dich das an, fauchte ich. Die unangenehme Energie am Tisch wurde nur noch schlimmer. Die klassische Musik, die aus den Lautsprechern ertönte, wirkte plötzlich völlig deplatziert. Mein Vater zog die Augenbrauen hoch, offensichtlich verwirrt von meiner Frage. Ich habe es nur erwähnt, falls du mit ihm gehen willst. Vielleicht wäre es einfacher, wenn du mit jemandem mitgehst, das ist alles, was ich andeuten wollte. Ich gehe, wenn ich bereit bin, keine Minute vorher, erwiderte ich und spürte, wie sich meine Stirn in Falten legte. Manche von uns stürzen sich nicht einfach in etwas Neues, bevor sie die Chance hatten, es zu verarbeiten. Ginas Augen weiteten sich und sie tauschte einen Blick mit Chris aus. Wie auch immer. Es war die Schuld ihrer Mutter, dass wir jetzt alle zusammen waren, nicht meine. Ich hatte meine Mutter nicht erwähnen wollen. Ich hatte überhaupt nicht herkommen wollen. Was soll das denn heißen, junge Dame, fragte Dad in einem abwehrenden und ziemlich lauten Tonfall. Du weißt genau, was ich meine, zischte ich und spürte, wie Lukas an meiner Hand zerrte, aber ich zog sie von ihm weg und zeigte mit dem Finger auf meinen Vater. Du hast ja nicht lange gebraucht, um Mom zu ersetzen, oder? Ich habe nie gesagt, dass ich sie ersetze, sagte er, wobei ihm die Stimme brach. Aber ich würde nicht auf seine Nummer hereinfallen. Er war derjenige, der mir vorwarf, nicht zum Grab meiner Mutter zu gehen, während er die Frechheit besaß, mit seiner neuen Frau am Familientisch zu sitzen. Wie konnte er von mir erwarten, dass ich glaubte, dass ihm meine Mutter jemals wichtig gewesen war, wenn er sie so schnell ersetzt hatte? Bevor du mich kritisierst, solltest du in den Spiegel schauen, sagte ich kopfschüttelnd. Carrie murmelte Lukas leise, aber ich ignorierte ihn. All der Schmerz, den ich jahrelang unterdrückt hatte, sprudelte aus mir heraus. Ich hatte noch nie in meinem Leben so mit meinem Vater gesprochen, aber vielleicht war es das, was er verdiente. Jemanden, der ihm sagte, dass er nicht einfach so tun konnte, als hätte es seine erste Frau nie gegeben. Ich liebte sie und würde es immer tun. Hörst du dich selbst? fragte Dad angespannt. Ich habe deine Mutter nicht vergessen, natürlich habe ich das nicht. Aber du kannst nicht erwarten, dass ich für den Rest meines Lebens herumsitze und Nicht für den Rest deines Lebens, unterbrach ich und schoss mit all dem Schmerz zurück, den ich so lange unterdrückt hatte. Aber mehr als ein paar Monate wären schon schön gewesen. Er öffnete den Mund, um noch etwas zu sagen, aber ich wollte es nicht hören. Plötzlich war ich auf den Beinen und auf dem Weg zur Toilette. Warum hatte er das Abendessen ruiniert, indem er etwas so Privates über mich mit allen teilte? Nein, ich war noch nicht am Grab meiner Mutter gewesen und ich wollte es auch nicht. Ich wollte sie persönlich bei mir haben. Ich wollte das so sehr. Er sollte sich schämen. Ich schaffte es kaum zur Toilette, bevor ich in Tränen ausbrach. Ich starrte auf die Kabinen und wollte mich verstecken, aber stattdessen schnappte ich mir Papierhandtücher über dem Waschbecken, hielt sie unter den Wasserhahn und ließ das Wasser über sie laufen. Ein weiterer Schluchzer entkam und dann noch einer, bis sie in schneller Folge durch meine Brust schossen. Ein paar Augenblicke später, während ich schluchzend über dem Waschbecken hing, spürte ich, wie jemand seine Arme um mich schlang und mich an sich zog. Ist schon gut, Schatz, murmelte Tante Elaine und strich mit ihrer Hand langsam und beruhigend über meinen Rücken, während ich weinte. Lass alles raus, Schatz. Es ist an der Zeit. Ich hob meinen Kopf, Tränen liefen mir über das Gesicht. Ich sah, dass sie eine kleine Stirnfalte hatte und dass ihr die Sorge ins Gesicht geschrieben stand. Ehe, es tut mir leid, platzte ich heraus, aber das Schluchzen hörte nicht auf. Ich wollte dein Essen nicht ruinieren. Ich brach wieder in Tränen aus, weil ich das Richtige sagen wollte, damit sie nicht sauer auf mich war. Ich war mir sicher, dass sie wütend auf mich war, und ich konnte es ihr nicht verdenken. Sie hatte die Familie zusammenbringen wollen und ich hatte uns noch weiter auseinandergerissen. Du hast gar nichts ruiniert, sagte Tante Elaine und strich mir über den Hinterkopf, genau wie meine Mutter es getan hatte. Du musstest das rauslassen. Lass es alles raus, Baby. Es tut mir leid, so leid, flüsterte ich und klammerte mich verzweifelt an meine Tante. Ich hatte mich in meiner Tante geirrt. Sie hatte mich nicht hierher gebracht, damit sich mein Vater besser fühlte. Sie hatte gewusst, dass ich mir das von der Seele reden musste, egal wie sehr es meinen Vater verletzen würde, wenn er hörte, wie ich mich fühlte. Und sie hatte recht gehabt. Ich musste es endlich rauslassen, ein für alle Mal. Ich vermisse sie, sagte ich, sank in die Umarmung meiner Tante und ließ die Tränen fließen. Kapitel 21 Am Sonntagnachmittag faltete ich meine Wäsche zusammen und legte die sauberen Sachen zurück in die Schubladen, während ich darüber nachdachte, wie ich es geschafft hatte, das Familienessen so gründlich zu vermasseln. Ich konnte nicht glauben, dass ich gedacht hatte, ich könnte meinen Mund halten und es mit einem Lächeln aushalten. Stattdessen hatte ich meinen Vater auf eine Art und Weise angegriffen, die ich nie wieder zurücknehmen konnte. Seitdem hatte ich nicht mehr mit ihm gesprochen. Eigentlich hatte ich das ganze Wochenende mit niemandem gesprochen. Lukas hatte versucht, Antworten aus mir herauszuholen, als er mich nach dem Abendessen nach Hause brachte, aber ich war nicht in der Stimmung gewesen, zu reden. Ich schämte mich zu sehr, oder, naja, eine Mischung aus Scham und Wut, dass er das Grab meiner Mutter vor mir besucht hatte. Zu was für einer Tochter machte mich das? Es klopfte an der Tür, als ich ein Shirt weglegte. Als ich die Tür öffnete, sah ich Lukas mit einem Fliederstrauß in der Hand, die Lieblingsblumen meiner Mutter, gebunden mit einem lila Band und einem Emblem, das ich aus Katziers Laden kannte. Hey, begrüßte er mich mit einem süßen Lächeln. Hey, sagte ich und erwiderte ein kleines Lächeln. Ich falte gerade die Wäsche. Willst du mit reinkommen? Ich hatte gehofft, dass wir ausgehen könnten, sagte er, wobei er nach draußen deutete. Ich habe die hier für deine Mutter gekauft und dachte, du möchtest vielleicht mit mir ihr Grab besuchen. Meine Wirbelsäule wurde augenblicklich steif. Was glaubte er, was er da tat? Nach allem, was letztens passiert war, dachte er wirklich, ich bräuchte jemand anderen in meinem Leben, der mir sagte, wie ich zu trauern hatte. Ich verschränkte meine Arme vor der Brust und zog die Augenbrauen hoch. Ich denke, ich komme klar, danke der Nachfrage, sagte ich in einem Tonfall, der andeutete, dass ich seinen Vorschlag gar nicht zu schätzen wusste. Irgendwann musst du es besuchen, entgegnete er, senkte sein Kinn und warf mir einen Blick zu. Es wird einfacher sein, wenn du jemanden dabei hast und Du brauchst mich nicht zu verhätscheln, schnauzte ich genervt. Ich will dich nicht verhätscheln, ich will dir helfen, sagte er mit sanfter Stimme. Ich verschränkte die Arme. Es fühlt sich an, als wolltest du mir sagen, was ich tun soll. Dann sag mir, wie ich dir helfen kann, bat er, kam herein und stellte die Blumen auf den Küchentisch. Sag mir, was dir durch den Kopf geht. Ich will nicht darüber reden, erwiderte ich gerade heraus. Er seufzte und strich sich mit der Hand durch die Haare. Er sah müde aus, als hätte er nicht genug Schlaf bekommen. War er wach gewesen und hatte sich Sorgen um mich gemacht? Ich hoffte nicht. Er atmete tief ein und aus. Wenn du nicht mit mir redest, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Druck, Druck, Druck. Was war das Problem von allen? Ich wünschte, sie würden mich einfach in Ruhe lassen. Es war mein Leben, nicht wahr? Wie was funktionieren soll, fragte ich. Er blinzelte. Wir. Mir blieb der Mund offen stehen und der Druck in meiner Brust stieg. Wir sind kaum miteinander zusammen und jetzt drohst du mir schon? Das tue ich nicht. Carrie, er griff nach mir, aber ich wich zurück. Wir müssen in der Lage sein, über Dinge zu reden. Das ist alles, was ich sage. Mein Herz zog sich zusammen. Du drängst mich und das gefällt mir nicht. Ich versuche zu helfen. Ich habe dich nicht um Hilfe gebeten. Er erstarrte und ich fühlte einen Stich ins Herz. Er hatte es nicht verdient, dass man so mit ihm sprach, aber ich brauchte keine Hilfe. Was ich wollte, war, in Ruhe gelassen zu werden. Alle schienen zu glauben, sie wüsten, was das Beste für mich war, aber das bedeutete nicht, dass sie auch nur die geringste Ahnung hatten. Was ist mit dem Versprechen, das wir uns gegenseitig gegeben haben, fragte er mit niedergeschlagenem Blick. Du meinst, als ich noch dachte, dass die Ehe wirklich etwas bedeutet, entgegnete ich und trat einen Schritt zurück. Das ist schon lange her. Vielleicht solltest du einfach gehen. Er zuckte zusammen, als hätte ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Ich will dich nicht verlassen. Ich denke, das solltest du, sagte ich mit Nachdruck und meinte es auch so. Ich konnte es nicht ertragen, wie traurig er aussah oder den Schmerz in seinen Augen zu sehen, aber ich hatte meine eigenen Probleme. Ich hatte ihn nicht gebeten, zu mir zu kommen. Er nahm die Blumen vom Tisch und schaute zu mir herüber. Seine Augen glühten vor Schmerz, und ich konnte sie kaum ansehen. Ich musste ihn loswerden. Er musste so weit weg von mir sein, wie er nur konnte. Denn wenn er noch länger hier bliebe, würde ich meinen Gefühlen für ihn nachgeben, obwohl ich wusste, wie schlecht es laufen würde. Ich liebe dich, Carrie, sagte er und nahm mein Gesicht in seine Hand. Ich musste mir auf die Lippe beißen, um es nicht zu erwidern. Stattdessen trat ich einen Schritt zurück, ging zur Tür und öffnete sie. Ich wusste, dass Lukas mehr von mir wollte, als ich ihm geben konnte, also war es das Beste, die Sache jetzt zu beenden. »Leb wohl, Lukas«, sagte ich. Ich wollte mich auf die Zehenspitzen stellen, ihn küssen und ihn anflehen zu bleiben. Aber das wäre ihm gegenüber nicht fair. Ich schloss die Tür und lauschte den Geräuschen seiner Schritte, als er wegging. Ich schloss meine Augen, lehnte mich gegen die Tür und wartete auf die Erleichterung, dass ich nicht mehr so tun musste, als wollte ich die Ehe so wie er. Aber statt Erleichterung fühlte ich mich leer, als hätte die Traurigkeit mich verschluckt. Der Duft des Flieders lag in der Luft, eine viel zu starke Erinnerung an meine Mutter, während ich darum kämpfte, den Mann zu vergessen, der gerade von mir wegging. Denn wenn ich an ihn dachte, würde ich ihm hinterherlaufen und ihm sagen, dass ich ihn auch liebte. Kapitel 22 Der dicke Duft von Nagellackentferner erfüllte die Luft des Schönheitssalons, als ich mich neben Gina setzte und die Nagelpflegerin meine vernachlässigten Nägel inspizieren ließ. Meine Nagelhaut sah aus, als wäre sie explodiert. Wie peinlich. Wenn sie von dem, was sie sah, schockiert war, zeigte sie es nicht, obwohl ich bezweifelte, dass meine abgekauten Nägel zum Standard gehörten. Ich habe mich für diesen Rosaton entschieden. Was hältst du davon? fragte Gina und zeigte auf die Flasche, die sie ausgesucht hatte. Sieht es nach etwas aus, dass es eine Braut tragen würde? Sehr hübsch, sagte ich nickend. Die Farbe wird gut zu deinem weißen Kleid passen. Die Nagelpflegerin sah von meinen Fingern auf und hob die Augenbrauen. Ich legte den Kopf schief und forderte sie praktisch heraus, etwas zu sagen. Ich meine, es gab einen Grund, warum wir zu einem Profi gingen. Wenn meine Nägel keine Hilfe bräuchten, wäre ich nicht hier. So wie ich mich fühlte, war ich überrascht, dass ich es überhaupt hierher geschafft hatte. Ich wäre viel lieber mit geschlossenen Jalousien im Bett. Seit ich Lukas aus meiner Wohnung hatte gehen lassen, war meine Brust leer und ich konnte kaum schlafen. Er hatte eine Freude in mein Leben gebracht, deren Fehlen ich gar nicht bemerkt hatte, und jetzt war sie weg. Als Gina mich einlud, unsere Nägel machen zu lassen, wollte ich ablehnen. Aber ich wusste, wenn ich ablehnte, würde sie vor meiner Tür auftauchen und mich zwingen, mit ihr zu gehen. Irgendwelche neuen Horrorgeschichten von der Arbeit? Fragte sie, während die Nagelpflegerin meine Nägel glättete und sie so gut in Form brachte, wie es angesichts ihres traurigen Zustands möglich war. Mittlerweile läuft es schon viel besser, sagte ich und erinnerte mich daran, wie niedergeschlagen ich mich an meinem ersten Tag gefühlt und wie Lukas mir gesagt hatte, dass es schwer sei, eine neue Stelle anzutreten, es aber besser werden würde. Wie sich herausstellte, hatte er recht gehabt. Ich war schon fast zwei Monate in meinem neuen Job und hatte so langsam den Dreh raus. Obwohl Dean immer noch deutlich machte, dass sie mich nicht mochte, hatte mich eine andere Kollegin, Tina, zum Mittagessen eingeladen und wir beide waren Arbeitsfreundinnen geworden. Gut, sagte Gina strahlend. Ich war mir nicht sicher, wie es dir geht. Ich wusste, dass dich dieses Abendessen aus dem Konzept gebracht hat. Du schienst sehr aufgeregt zu sein. Ich zuckte zusammen, als die Nagelpflegerin meine Nagelhaut mit einem Werkzeug zurechtstutzte. Ja, das Abendessen war nicht gerade meine Sternstunde gewesen. Es ist okay, sagte ich so locker wie möglich. Es war nur viel zu verkraften, das ist alles. Aber jetzt geht es dir besser, fragte sie. Viel besser, log ich. Ich kann es kaum erwarten, dich und Lukas bei der Hochzeit zusammenzusehen, sagte sie und beugte sich zu mir, bis ihre Nagelpflegerin ihre Hand zurückzog. Ihr beide werdet in eurer Hochzeitskleidung so gut zusammen aussehen. Das erinnert mich an die Zeit, als ihr beide im ersten Hickschuljahr wart und euch versprochen habt. Lukas und ich sind nicht mehr zusammen, unterbrach ich und fühlte einen Stich in der Brust, als wäre ein scharfes Messer in mein Herz gestoßen worden. Gina zuckte in ihrem Stuhl so sehr zusammen, dass sie ihrer Nageltechnikerin fast ins Gesicht schlug. Ups, das tut mir aber leid, Mom, sagte sie, wobei sie das Gesicht verzog. Bitte halten Sie still, sagte die Frau mit leiser Stimme. Wovon redest du, Carrie, fragte Gina und wandte ihren Blick zu mir. Du und Lukas habt euch getrennt? Das ist unmöglich. Es ist nicht unmöglich, denn wir haben Schluss gemacht, erwiderte ich, während ich mich fragte, ob er mich genauso vermisste wie ich ihn. Natürlich gibt es kein böses Blut. Es hat einfach nicht geklappt. Aber ihr scheint perfekt füreinander zu sein, sagte sie, die Stirn in Falten gelegt. Manchmal läuft eine Romanze nicht so ab wie im Film, sagte ich und spürte, wie sich mein Bauch so sehr zusammenzog, dass ich Tiefluft holen musste. Es ist keine große Sache. Ich bin darüber hinweg. Nein, das bist du eindeutig nicht, entgegnete sie und rollte mit den Augen. Meine Nagelpflegerin zog die Augenbrauen hoch, als sie begann, meine Nägel mit einer klaren Grundierung zu lackieren, sodass ich mich fragte, ob sie auf Ginas Seite stand. Sie biss sich auf die Zunge, während sie arbeitete. Nun, wir werden keine große Sache daraus machen, kurz vor deiner Hochzeit, sagte ich und ließ einen langen Seufzer los. In dieser Zeit soll es doch nur um Liebe gehen, oder? Ja, aber das bedeutet, dass wir über dich und Lukas reden können, weil ihr beide so offensichtlich verliebt seid, oder wart, sagte sie kopfschüttelnd. Ich dachte, das mit euch wäre stabil. Was ist passiert? Ich brauche mehr Zeit, um zu heilen, bevor ich mich auf etwas Ernstes einlasse, sagte ich, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, mit jemand anderem als Lukas zusammen zu sein. Er und ich passten zusammen, als wären wir füreinander geschaffen. Das klang kitschig, aber ich wusste auch, dass es war wahr. Aber ich bin nicht der Typ, der einen Partner braucht, um glücklich zu sein. Mir geht es gut, wenn ich alleine bin, wirklich. Nachdem ich meine Mutter verloren habe, glaube ich einfach nicht, dass ich mich in etwas stürzen kann, ohne Oh, nein. Ich zog meine Hand zurück, aber ich hatte bereits die Flasche umgeworfen, die meine Nageltechnikerin benutzt hatte, und eine große, klebrige Menge Nagellack lief über den Tisch und ihre Hand. Ich hatte es gar nicht bemerkt, aber meine Hände hatten gezittert. Es tut mir leid, sagte ich mit großen Augen. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Trennungen sind hart, ich weiß, erwiderte die Nageltechnikerin, ging zu einem Waschbecken und brachte ein Handtuch zurück. Ich stöhnte. Ich kann zur Zeit nichts richtig machen. Es war eine schwere Zeit für dich, das ist alles, Gina drückte meine Hand. Mach dir keine Sorgen über ein bisschen verschütteten Nagellack. Es tut mir leid, dass ich dich kurz vor deiner Hochzeit mit meinen Problemen belaste, sagte ich und spürte, wie sich meine Kehle zuschnürte. Das soll doch eine glückliche Zeit sein. Carrie, wenn eine meiner Brautjungfern unglücklich ist, dann will ich das wissen, erklärte sie entschlossen. Außerdem verstehe ich mehr, als du denkst. Weißt du nicht mehr, wie verschlossen ich war, nachdem George und ich uns getrennt hatten? Es war nicht leicht für mich, mich zu öffnen und Christ zu vertrauen, aber ich habe es schließlich geschafft. Das ist etwas anderes. Na ja, nach der Sache mit dem Porsche schulde ich dir doch was, oder, sagte sie kichernd. Ich habe da vielleicht ein unnötiges Drama verursacht. Ich musste lächeln, bis ich mich daran erinnerte, was an diesem Tag noch passiert war. Wie ich mit Lukas aufs Land gefahren war, wie er mich geküsst und mich zum Schmelzen gebracht hatte. Ich hatte nicht genug von ihm bekommen können. Und jetzt war es vorbei. Ich musste mir Lukas aus dem Kopf schlagen, aber als meine Nagelpflegerin mit dem Saubermachen fertig war und Gina anfing, über das bevorstehende Probeessen zu reden, war die Erinnerung an seine Küsse das Einzige, woran ich denken konnte. Kapitel 23 Was genau machen wir nochmal in diesem Kinderpark? fragte Katie und strampelte mit den Füßen, als sie auf der Schaukel nach vorne glitt, während ich meine Beine auf der Schaukel neben ihr schwang. Die Sonne fing an, in der Ferne zu verblassen, und sie hatte viele gute Gründe, mich zu fragen, warum ich sie gebeten hatte, mit mir hierher zu kommen. Ich war heute Abend mit meinen frisch lackierten Nägeln in ihrem Blumenladen vorbeigekommen und hatte ihr mitgeteilt, dass wir einen Ausflug machen müssten. Jetzt waren wir in dem Park, in dem ich als Kind so viele Tage verbracht hatte, um Seifenblasen zu pusten, mir etwas zu wünschen und über das Leben nachzudenken, das vor mir lag. Damals, als alles noch fröhlich und unbeschwert war, hatte ich das Gefühl, es mit der Welt aufnehmen zu können. Ich brauchte jetzt etwas von dieser Freude, und genau deshalb hatte ich Katie hierher gebracht. Wir brauchten sie beide. Früher habe ich auf diesen Schaukeln Seifenblasen geblasen, sagte ich und holte die billige kleine Seifenblasenflasche hervor, die ich im Laden gekauft hatte. Und ich habe mir etwas gewünscht und gehofft, dass es in Erfüllung geht. Ist es das? fragte sie. Manches schon, sagte ich und erinnerte mich an das lebensgroße, ausgestopfte Schaukelpferd, dass mir meine Eltern zu meinem achten Geburtstag geschenkt hatten. Ich hatte meine Mutter so fest umarmt, als ich das Pferd bekam, und ich konnte ihre Arme bei der Erinnerung daran fast wieder um mich spüren. Manche Wünsche gingen nicht in Erfüllung. Zum Beispiel, dass meine Mutter wieder gesund wird. Sie nickte. Ich verstehe. Ich war einen Moment lang still. Ich habe mir hier mit Lukas immer etwas gewünscht. Ich weiß noch, dass ich mir wünschte, er müsste nicht wegziehen. Und als seine Eltern nach Südkalifornien gezogen sind, habe ich mir gewünscht, dass er zurückziehen kann. Das ist nie passiert. Katie schaute zu mir rüber. Nun, es ist passiert. Meine Augenbrauen hoben sich. Was meinst du? Sie haben sich scheiden lassen und sind nie zurückgekommen. Sie warf mir einen Blick zu. Aber Lukas ist doch wieder zurückgezogen, oder? Ein Kribbeln kroch über meine Schultern und meinen Nacken. Ich drückte die Flasche in meiner Hand, während ich mit meinen Beinen schwang und in den Himmel schaute. Ich schätze, du hast recht. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. 15 Jahre später. Und sieh an, was daraus geworden ist. HMM? Wie auch immer, vielleicht wirken die Seifenblasen dieses Mal ihre Magie. Ich dachte, ich könnte etwas von dieser Hoffnung in meinem Leben gebrauchen. Katie runzelte die Stirn. Du hast eine schwere Zeit, seit du mit Lukas Schluss gemacht hast, nicht wahr? Die schlimmste, sagte ich, da ich keinerlei Bedürfnis verspürte, Katie gegenüber etwas zu beschönigen. Wir waren in den letzten Monaten gute Freunde geworden und ich fühlte mich bei ihr so wohl, dass ich ihr alles sagen konnte. Und da du mich nicht angerufen hast, um über dein Date zu reden, nehme ich an, dass du dich auch nicht besonders gut amüsiert hast? Ja, das kann man so sagen, antwortete sie, wobei sie mich mit gequälter Miene ansah. Es war ziemlich schrecklich, um ehrlich zu sein. Was ist passiert? Ich konnte nicht aufhören, an Scotty zu denken, gestand sie kopfschüttelnd. Was er in jeder Situation des Abends getan hätte, wie er reagiert hätte, was er zu mir gesagt hätte. Das klingt nicht gerade ideal für ein erstes Date, stimmte ich zu. Ich weiß, dass es nicht fair ist, mein Date mit ihm zu vergleichen, aber manchmal fühlt es sich trotzdem so an, als würde er durch die Vordertür kommen, sagte sie und atmete aus. Mein Date hat genau gemerkt, dass ich nicht mit dem Herzen dabei war. Er rannte praktisch zu seinem Auto, als es vorbei war. Ich erschauderte. Oh je. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, zu glauben, dass ich mit so etwas umgehen kann, sagte sie, während sie zum Abendhimmel aufblickte. Du hast es versucht und solltest stolz auf dich sein, beharrte ich. Es ist nur ein Date und es ist in Ordnung, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Ich brauche noch ein Dutzend Versuche und schaffe es vielleicht trotzdem nicht, sagte sie und schüttelte den Kopf. Sie wirkte wirklich niedergeschlagen und ich hasste es, sie so zu sehen. Es tut mir leid, Katie. Lass uns mit den Wünschen anfangen, schlug sie vor und griff nach den Seifenblasen, die ich mitgebracht hatte. Damit ich mir ein besseres Date als dieses wünschen kann. Hey, ist dieses nicht schön, scherzte ich und lachte, als sie mir die Seifenblasen mit einem Grinsen abnahm. Ich war froh, dass ich ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. Ich fühlte mich wie ein totaler Spielverderber, so wie ich mich vorhin mit Gina im Nagelstudio verhalten hatte. Was wirst du dir wünschen? fragte sie, während sie den Stab an ihre Lippen hielt und ein paar kleine Blasen entstehen ließ. Ich schaukelte vor und zurück und dachte kurz über einen guten Wunsch nach. Dass wahre Liebe möglich ist, sagte ich wehmütig. Selbst in meinen Ohren klang das ein bisschen zu romantisch, aber irgendwo musste ich ja anfangen. Das war es, was Scotty und ich hatten, entgegnete sie und biss sich auf die Lippe. Diese Art von Liebe wünsche ich mir auch für dich. Ich wünsche dir, dass du eine zweite wahre Liebe findest, sagte ich und schaute Katie an, während wir gemeinsam einen Strom von Seifenblasen in die Luft pusteten und zusahen, wie sie auf ihrem Weg in die Nacht nach oben und von uns wegtrieben, das Licht einfingen und in Regenbügen leuchteten. Die Art, wie sie sich bewegten, hatte etwas Beruhigendes und ich lächelte, als ich den vertrauten Anblick auf mich wirken ließ, der mich an meine Jugendzeit erinnerte. Sofort stellte ich mir Lukas vor, als wir 15 waren, wie wir auf diesen Schaukeln saßen und uns etwas wünschten. Glaubst du, dass diese Sache mit den Seifenblasen wirklich funktionieren wird? fragte mich Katie, als sie mir die Flasche zurückgab. Das wollen wir doch hoffen, oder? sagte ich und schaute zu meiner Freundin hinüber. Du klingst nicht sehr sicher. Auf jeden Fall, sagte ich und hob mein Kinn. Auf jeden Fall. Es ist Zeit, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Viel besser, sie grinste mich an und bewegte dann ihre Schaukel zu der Meinen hinüber, um ihren Kopf an meine Schulter zu lehnen. Ich lächelte und ließ meine Wange auf ihrem Kopf ruhen. Auch wenn mein Leben ein Chaos war, war ich dankbar, eine Freundin wie Katie zu haben. Auch wenn ich jetzt wieder Wünsche in die Welt hinauswarf, war ich wenigstens nicht allein. Wenn wir unsere Lieben für immer hätten bei uns haben können, hätten wir es getan, sagte Katie leise. Aber so funktioniert es nicht. Wir müssen einen Weg finden, unser Leben ohne sie zu leben. Das will ich nicht, flüsterte ich, während sich mein Herz zusammenzog. Aber ich weiß, dass du recht hast. Während mir die Tränen über die Wangen liefen und ich meiner Freundin beim Schniefen zuhörte, dachte ich, dass es vielleicht manchmal besser war, sich zurückzulehnen und das Universum zu bitten, uns durch die schweren Zeiten zu helfen. Während die Seifenblasen in den Abendhimmel schwebten, hatte ich zum ersten Mal die Hoffnung, dass mein Wunsch in Erfüllung gehen würde. Kapitel 24 Die Wünsche im Park hatten mich möglicherweise dazu inspiriert, einen Schritt zu wagen, den ich schon seit langer Zeit tun musste. So stand ich also am Eingang des Friedhofs, unter dem großen Steinbogen, der ihn vom Rest der Stadt trennte, und atmete tief durch. Okay, ich konnte es schaffen. Ein Schritt nach dem anderen. Ich musste es durchziehen. Für meine Mutter. Ich trat über die Schwelle und spürte, wie mich ein Kribbeln der Panik durchfuhr, als ich mir darüber klar wurde, was ich da gerade tat. Ich konnte es nicht glauben. Ich war hier, um meine Mutter zum ersten Mal zu besuchen, seit ich sie vor fünf Jahren verloren hatte. Die Luft war frisch und kühl und eine Handvoll anderer Menschen ging über den Friedhof. Eine von ihnen, eine ältere Frau, blickte auf, bemerkte meinen Blick und schenkte mir ein Lächeln. Ich lächelte zurück und umklammerte die Blumen in meiner Hand. Ich spürte das Grab meiner Mutter auf der rechten Seite des Friedhofs auf und kniete mich vor dem Grabstein nieder. Ich fuhr mit den Fingern über ihren Namen und hielt die Tränen zurück. Ich konnte es nicht glauben, dass ich sie verloren hatte. Ich wollte nicht, dass es wahr war und sie zurückzuwünschen machte den Schmerz noch größer. Ich musste einen Weg finden, um ohne sie weiterzukommen, egal wie schmerzhaft es sein würde. »Hi, Mum«, sagte ich mit zittriger Stimme. Ich schloss die Augen und wartete darauf, dass sie mich wieder so begrüßte, wie sie es immer getan hatte, wenn ich nach der Schule durch die Haustür kam. Sie hatte ein Lächeln im Gesicht und eine warme Stimme. Doch heute empfing mich nur Stille. »Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst,« sagte ich, setzte mich im Schneidersitz auf die grasbewachsene Erde und legte die Blumen, die ich mitgebracht hatte, auf den Granit, sodass die Blütenblätter in der kühlen Brise flatterten. »Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um hierher zu kommen. Ich hätte dich schon früher besuchen sollen, aber es war schwer. Als du weg warst. Ich möchte dich hier bei mir haben, aber ich weiß, dass das nicht mehr möglich ist. Ein Sturm von Schmerzen durchzog meine Brust und drohte mich zu verschlingen. Ich wollte mit meiner Mutter sprechen, und das war die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Es war so unfair. Mein Herz pochte so heftig, dass ich sicher war, es würde mir aus der Brust springen. Ich atmete mehrmals tief durch. »In letzter Zeit ist viel passiert,« sagte ich, saugte meine Unterlippe in den Mund und biss ein wenig darauf. »Da ist dieser Typ, Lukas. Erinnerst du dich an ihn? Mein bester Freund aus Kindertagen? Nun, ich habe ein Geheimnis, das ich dir nie erzählt habe. Wir waren beste Freunde, aber ich war in ihn verknallt. Bevor er wegzog, versprachen wir uns, dass wir einander heiraten würden, wenn keiner von uns bis zum 30. Lebensjahr verheiratet wäre. Dumm, oder? Ich hielt inne und wünschte, ich könnte ihre Stimme hören. Eine kühle Brise streichelte meine Wange und für einen verrückten Moment fühlte ich mich, als wäre es meine Mutter, die mir antwortete. Das gab mir Kraft. Lukas ist vor ein paar Monaten zurück nach Sacramento gezogen und wohnt jetzt direkt neben mir. Ich liebe ihn, Mom. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so für jemanden empfinden würde, aber ich tue es. Er sagt, er liebt mich auch. Ich weiß nur nicht, ob ich auf die wahre Liebe vertrauen kann. Nicht, nachdem Dad. Ich brach ab, weil ich nicht in der Lage war, die Worte laut auszusprechen, dass er weitergezogen war und sie verlassen hatte, obwohl ich ihr immer alles hatte sagen können. Ich kniff die Augen zu, im Versuch, den drohenden Tränenfluss zu unterdrücken. Ich wusste nicht, wie ich das alleine schaffen sollte. Ich vermisste sie zu sehr, um klar denken zu können. Und jetzt, ohne Lukas, fühlte es sich so an, als gäbe es keinen Puffer zwischen mir und all dem Schmerz, der in mir aufstieg und mich zu Fall bringen wollte. Plötzlich spürte ich eine Hand auf meiner Schulter und zuckte zusammen. Als ich mich umdrehte und sah, wer dort stand und mich ansah, sprang ich auf die Füße. Dad, platzte ich heraus und mein Mund blieb offen stehen, als ich ihn anschaute. Was machst du denn hier? Dasselbe wie du, nehme ich an, antwortete er und stellte einen Fliederstrauß neben das Grab. Ich bin gekommen, um meine Aufwartung zu machen. Und um mit ihr zu reden. Du redest immer noch mit ihr, fragte ich, bevor ich tief Luft holte. Er nickte. Wann immer ich die Gelegenheit dazu habe. Was hält Jan davon, dass du hierher kommst, fragte ich. Die Worte kamen bissiger heraus als beabsichtigt. Sie war es, die mich ermutigt hat, hierher zu kommen, sagte er, was mich zutiefst überraschte. Sie wusste, dass ich mit Marcia reden musste. Deiner Mutter, meine ich. Sie wusste, dass wir ein gemeinsames Leben hatten und dass das nicht aufhören würde, nur weil sie nicht mehr hier bei mir sein konnte. Wenn das wahr ist, sagte ich mit stockender Stimme. Wie konntest du so schnell weiterziehen? Er lächelte ein wenig traurig und schüttelte den Kopf. Ich bin nicht von deiner Mutter weitergezogen, sagte er schlicht. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an deine Mutter denke, wie sehr ich sie liebe und wie wunderbar sie mit dir war. Ich wünschte, sie hätte länger bei uns sein können. Das wünsche ich mir wirklich. Also, warum dann, fragte ich kopfschüttelnd. Warum hast du Jan so schnell geheiratet? Weil ich sie auch liebe, erklärte er, wobei sich eine Falte auf seiner Stirn bildete. Bevor deine Mutter starb, hat sie mit mir ausführlich darüber gesprochen. Sie wollte, dass ich den Rest meines Lebens lebe, auch wenn sie nicht hier bei mir bleiben konnte. Und sie hat mir gesagt. Er holte tief Luft und seine Stimme zitterte leicht. Ohne nachzudenken, streckte ich meine Hand aus und nahm die Seine. Es war schon so lange her gewesen, dass wir nur zu zweit waren, dass ich fast vergessen hatte, wie es sich anfühlte, mit ihm allein zu sein. Während Moms Behandlung waren wir ein eingespieltes Team gewesen. Auch in den letzten Wochen im Krankenhaus und in den letzten Tagen zu Hause. Aber dass er Jan geheiratet hatte, fühlte sich wie ein Verrat an und etwas in mir hatte sich vor ihm, meinem einzigen lebenden Elternteil, verschlossen. Was hat sie gesagt, Dad, fragte ich, weil ich wusste, dass jedes Wort, das sie gesagt hatte, wertvoll war. Sie sagte mir, dass ich die Freude in meinem Herzen behalten und wieder lieben soll, sagte er, räusperte sich und drückte meine Hand. Sie sagte auch, ich solle nicht den Rest meines Lebens in Traurigkeit und Kummer verbringen. Das wollte sie nicht für mich. Oder für dich. Ich verstummte. Ich konnte diese Worte fast in der Stimme meiner Mutter hören. Es war genau das, was sie mit ihrer unendlichen Freundlichkeit zu uns gesagt hätte. Ich konnte mir vorstellen, dass sie nicht wollte, dass er für immer allein war, aber warum hatte er nicht länger warten können? Aber warum so schnell, Dad, fragte ich, während sich meine Kehle zuschnürte. Ich hatte das Gefühl, dass du es nicht erwarten konntest, weiterzuziehen. Das Leben hat mir keine andere Wahl gelassen, als weiterzuziehen, sagte er kopfschüttelnd. Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir immer noch zusammen und glücklich, so wie wir es immer waren. Ich schüttelte den Kopf, meine Kehle schnürte sich zu und meine Sicht verschwamm. Aber es ging so schnell, so schnell, Dad. Ich weiß, dass du dich schlecht fühlst wegen dem, was passiert ist, Liebes, sagte er und drückte meine Hand zwischen seinen beiden. Aber ich bin nicht mit Jan zusammen, weil ich deine Mutter nie geliebt habe. Ich habe deine Mutter mehr geliebt, als ich jemals sagen kann. Sie wollte nicht, dass ich die Liebe ignoriere, nachdem sie gestorben war. Ich wusste nicht, dass ich Jan so schnell kennenlernen würde und hatte es auch nicht geplant. Ich glaube sogar, dass deine Mutter ihre Hand im Spiel hatte. Was meinst du, fragte ich und sah zu, wie er sich neben mich hockte. Jan und ich haben uns in einem Blumenladen kennengelernt, erklärte er und deutete auf den Strauß, den er gekauft hatte. Der im Gold Rush Center. Mein Nacken kribbelte. Katziers Laden. Ihr habt euch dort kennengelernt? Er nickte. Ich kaufte Blumen für deine Mutter und Jan kaufte Blumen für ihren Mann, der einige Jahre zuvor verstorben war. Wir kamen ins Gespräch, trafen uns am nächsten Tag zum Kaffee und, naja, wir haben einander verstanden. In diesem Moment spürte ich, wie die Tränen die Kontrolle über mich übernahmen. Ich konnte sie nicht länger zurückhalten und wollte es auch gar nicht. Der Schmerz überwältigte mich, der Schmerz darüber, dass ich meine Mutter vermisste, der Schmerz über die Kluft zwischen meinem Vater und mir, der Schmerz über alles, was ich verloren hatte und alles, wovor ich Angst hatte, dass ich es nicht wieder würde zusammenbringen können. Es tut mir leid, Daddy, ich schluchzte und meine Schultern zitterten, als ich an ihm zusammenbrach. Es ist okay, Liebes, sagte er, schlang seine Arme um mich und zog mich an sich, während er tröstende Worte murmelte. Ein blumiger Duft erfüllte die Luft inmitten der Schluchzer, von denen ich dachte, sie würden nie enden. Flieder Die Lieblingsblumen meiner Mutter Ihr Geruch Erinnerungen an sie erfüllten meinen Geist, so lebendig, dass ich das Gefühl hatte, sie sei bei uns. Mir wurde warm ums Herz, als ich mich an meinen Vater klammerte. Die Bitterkeit und der Schmerz strömten aus mir heraus. Ich konnte nicht glauben, dass ich sie so lange zurückgehalten hatte. Es gab jetzt keinen Teil mehr von mir, der sich von meinem Vater zurückzog. Ich glaubte ihm. Ich vermisste ihn. Ich brauchte ihn. Meine Mutter würde sich freuen, dass ich mich mit ihm versöhnt hatte. Eine kalte Brise wehte vorbei und streichelte meine Wange, während ich darum kämpfte, wieder zu Atem zu kommen. Der trat von mir zurück und nahm mein Gesicht in seine Hände, während er mir in die Augen blickte. Ich weiß, es ist schwer ohne sie, sagte er, und seine Augen glitzerten feucht. Aber ich bin für dich da, wann immer du mich brauchst. Ich bin für dich da. Ich nickte, und er wischte eine Träne mit seinem Daumen weg, während er mich anlächelte. Ich konnte immer noch die Traurigkeit in seinen Augen sehen, aber dahinter steckte auch Erleichterung. Erleichterung darüber, dass ich endlich zu ihm zurückgekehrt war. Erleichterung darüber, dass der Verlust meiner Mutter uns nicht für immer auseinandergerissen hatte. Es gab noch so viel zu sagen, aber im Moment zählte für mich nur eines, er liebte meine Mutter und würde es immer tun. Ich liebe dich, Carrie, sagte er und wartete, bis ich nickte. Sie liebt dich auch, uns beide, und das wird sie immer tun. Daran wird sich nie etwas ändern. Ich liebe dich, Dad, sagte ich und zog ihn in eine weitere Umarmung. Die Tränen flossen immer noch in Strömen, aber ich schaffte es, zu lächeln, denn ich wusste, dass wir eine Menge verlorene Zeit wieder gut machen mussten. Kapitel 25 Die gesamte Entourage der Braut war heute Morgen im Schönheitssalon gewesen, um sich frisieren und schminken zu lassen. Jetzt schimmerte unser zartroser Make-up in der Nachmittagssonne, die durch die Fenster des Balzals fiel, und ergänzte die marineblaue Seide unserer zusammenpassenden Kleider. Die Luft roch nach den frisch geschnittenen Blumen, die den Altar und den Raum vor uns schmückten, und der Duft von Lilien, Rosen und Walchen wirbelte auf magische Weise durcheinander. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert, sagte Gina, als ich sie kurz umarmte, bevor ich den Gang hinunterging. Ich auch nicht, erwiderte ich, zog mich zurück und strich meinen tiefsitzenden dort vorsichtig wieder in die richtige Position, damit er zu dem der anderen Brautjungfern passte. Bist du bereit? fragte ich die errötende Braut. Sie nickte. Ich bin so bereit, dass Chris mein Mann wird. Dann lass uns rausgehen, sagte ich und drückte ein letztes Mal ihre Schulter, bevor ich mich umdrehte, um den Gang hinunter zu gehen. Ich tat mein Bestes, um ein fröhliches Gesicht zu bewahren. Schließlich musste ich mit Lukas zum Altar gehen, ein kleines, verdrehtes Durcheinander, das ich selbst verursacht hatte. Die Trauzeugen hatten die Brautjungfern den langen Gang hinuntergeführt und nur Lukas war noch da und wartete auf mich. Er sah in seinem dunklen Anzug sehr gut aus und schaute weg, sobald sich unsere Blicke trafen. Seufz! Genau wie bei der Hochzeitsprobe am Abend zuvor. Die ganze Zeit über hatte ich mich dabei ertappt, wie ich Lukas' Blicke zuwarf, die dann an ihm abprallten, als hätte er einen unsichtbaren Schutzschild vor mir errichtet. Nachdem, was passiert war, konnte ich ihm das nicht verübeln. Zeit, mit meinem Partner zum Altar zu gehen. Oh, wie peinlich! Ich trat vor, nahm Lukas' Arm, wie wir es am Abend zuvor geübt hatten, und tat mein Bestes, um nicht an ihm zu schmelzen. Ich atmete den würzigen Duft seines Rasierwassers ein, als wir vor der Braut und ihrem Vater den Gang hinuntergingen. Alle drehten sich zu uns um und bewegten sich auf ihren Plätzen, um in unsere Richtung zu schauen. Ich setzte ein Lächeln auf, damit meine Traurigkeit Gina diesen Tag nicht verdarb. Nur weil ich meine Chance auf Liebe vertan hatte, sollte sie nicht auf ihr Glück verzichten müssen. Als wir zum Ende des Ganges kamen, verspürte ich den starken Drang, mich bei Lukas zu entschuldigen. Ich wollte ihm sagen, dass ich ihn vermisste, dass ich aus Angst gehandelt hatte und dass ich ihn immer geliebt hatte und es immer tun würde. Aber ich sagte nichts, da alle Hochzeitsgäste zusahen und ich nicht glaubte, dass mein Timing bei der Braut gut ankommen würde. Als wir das Ende des Läufers erreichten, ging ich nach links zu den anderen Brautjungfern und Lukas ging nach rechts, um sich zu den Trauzeugen zu gesellen und neben Chris zu stehen, der seinen Blick auf die Rückseite des Raumes richtete, als der Hochzeitsmarsch begann und alle Gäste aufstanden. Einen Moment später nahm Gina den Arm ihres Vaters und sie machten sich auf den Weg zum Altar. Ihr Gesicht glühte vor Aufregung und meine Augen tränten, als sie Chris am Ende des Ganges erreichte. Er nahm ihre Hand und strahlte sie mit einem Blick an, der uns allen sagte, wie sehr er sie liebte. Sicherlich hatten sie in den Tagen vor diesem Moment ihre Probleme gehabt, aber eine Hochzeit zu planen war stressig, besonders wenn deine Mutter Tante Elaine war. Jetzt, wo sie hier zusammen waren, war es offensichtlich, dass sie zusammengehörten. Wir haben uns heute hier versammelt, begann der Standesbeamte mit fester, aber beruhigender Stimme, um diesen Mann und diese Frau. Meine Augen wurden feucht, als die Gelübde begannen. Vor anderthalb Jahrzehnten schien diese Zeit in unserem Leben noch so weit weg zu sein. Das Versprechen, das Lukas und ich uns gegeben hatten, war unschuldig und süß gewesen. Jetzt war es nur noch eine Woche bis zu meinem 30. Geburtstag, an dem wir uns versprochen hatten, einander zu heiraten, wenn wir beide single waren. Bis zu diesem Moment hatte ich mir nie vorstellen können, zu heiraten. Aber als Gina und Chris sich einander versprachen, wollte ich dasselbe mit Lukas tun. Chris, von dem Moment an, als ich so getan habe, als wäre ich deine Freundin, nachdem wir diese spielerische Wette abgeschlossen hatten, wusste ich, dass mein Herz dir gehört, sagte Gina zu ihrem zukünftigen Ehemann und ihre Augen glänzten vor Tränen. Ich lächelte, denn ich wusste, wie sie sich fühlte. Ich hatte endlich diese Verbindung zu Lukas gespürt, nun, bis ich es vermasselt hatte. Du weißt, was ich immer für dich empfunden habe, Gina, sagte Chris, dessen Stimme vor Emotionen heiser war. Auch wenn wir die ersten paar Jahre nur Freunde waren, liebe ich dich schon so lange, dass ich mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen kann. So süß. Sie hatten so viele gemeinsame Jahre und noch viel mehr vor sich. Ich freute mich für sie, aber das Glück hatte einen bittersüßen Beigeschmack und erinnerte mich daran, was ich verbockt hatte. Ich warf Lukas einen kurzen Blick zu, und sein Blick traf meinen, sodass mein Bauch einen kleinen Salto schlug. Doch einen Augenblick später waren seine Augen wieder auf das glückliche Paar gerichtet, das gerade sein Gelübde ablegte. Der Standesbeamte erklärte Chris und Gina zu Mann und Frau, dann küssten sie sich langsam und zärtlich, bevor sie sich anlächelten. Trotz meines eigenen Herzschmerzes lächelte ich und freute mich für Gina, dass sie die wahre Liebe bekam, die sie verdient hatte. Sie ergriff die Hand ihres frisch angetrauten Mannes und dann hoben sie die Arme in die Luft und jubelten. Die Hochzeitsgäste lachten, standen auf und klatschten, während das Klavier spielte und die Braut und der Bräutigam die Hochzeitsgesellschaft durch den Gang führten. Sobald wir durch die Tür in den Flur traten, löste sich Lukas von mir und ließ mich allein stehen. Eine Erinnerung daran, was ich verloren hatte und was ich mit ihm nie haben würde. Eine halbe Stunde später ließ ich mich auf einen mit Tüll bedeckten Stuhl fallen, während der Fotograf draußen seine Fotos beendete. Die Gäste waren bereits zum Empfang gegangen, aber die Hochzeitsgesellschaft war noch hier, um die perfekten Bilder zur Erinnerung an diesen Tag zu machen. Meine Füße schmerzten in den hohen Schuhen und ich war froh über die Pause, während der Fotograf nur Bilder von der Braut und dem Bräutigam machte. Ich hörte Schritte hinter mir und mein Puls beschleunigte sich, weil ich hoffte, dass es Lukas war. Ich blickte auf und sah, wie Katie an einem der Blumengestecke herumfummelte. Ich stieß einen Seufzer aus. Die Blumen sehen toll aus, sagte ich, woraufhin Katie zusammenzuckte und eine Hand auf ihre Brust legte, als sie zu mir hinüberschaute. Ich wusste nicht, dass du hier drin bist, sagte sie und setzte sich neben mich. Geht es dir gut? Ja, mir geht's gut, erwiderte ich, obwohl ich es vortäuschen musste. Mir tun nur die Füße weh, also ruhe ich sie aus. Was ist mit dir? Ehrlich gesagt, ich habe Neuigkeiten, sie holte Tiefluft. Ich wollte es eigentlich niemandem sagen, bevor die Hochzeit vorbei ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich es dir sagen muss, damit es wahr wird, erklärte sie. Was ist los, fragte ich. Ich ziehe um, sagte sie, wobei sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitete. Meine Augen weiteten sich. Aus der Stadt raus? Sie nickte. Ich ziehe nach Montana. Montana, fragte ich mit hoher Stimme. Was? Warum? Wann? Ich habe Familie in Christmas Mountain, Montana, sagte sie und legte ihren Kopf schief. Du weißt schon, in der Nähe des Glacier-Nationalparks? Ich habe davon gehört, aber ich war noch nie dort, mein Gesicht fühlte sich taub an, als ich die Information aufnahm. Warum ziehst du nach Christmas Mountain? Es ist doch erst Juli. Haha, sehr witzig, sagte sie. Sie sah so glücklich aus, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Es schien fast so, als wäre ihr eine Last von den Schultern genommen worden. Meine Cousine, Ruby Curtis, besitzt dort einen Hundesalon. Ja, wirklich. Ihren Eltern gehört das Gasthaus zur Zuckerfee und ich war als Kind immer dort. Du ziehst nach Montana, sagte ich, während ich die Information verdaute. Sie nickte. Als Kind habe ich immer davon geträumt, dorthin zu ziehen. Nach meinem Abschluss wollte ich auch dorthin ziehen, aber dann habe ich meinen Mann kennengelernt und bin hier geblieben. Das ist eine Menge zu verarbeiten, aber ich freue mich für dich, wenn du glücklich bist. Ich glaube, es wird mir gut tun, irgendwo neu anzufangen. Alles hier erinnert mich einfach an ihn, ihre Stimme stockte, sodass meine Brust für sie schmerzte. Manchmal ist es zu viel, um es zu ertragen. Der Umzug wird gut sein. Als ich mich entschied, wusste ich sofort, dass es die richtige Entscheidung war. Ich wusste, dass sie auch jetzt noch mit so vielem zu kämpfen hatte, und vielleicht hatte sie recht, dass es Zeit war, neu anzufangen, irgendwo, wo sie nicht all diese Erinnerungen mit ihrem geliebten Mann gemacht hatte. Was ist mit dem Blumenladen? Fragte ich. Ich werde jemanden finden, der das für mich übernimmt, sagte sie und sah nachdenklich, aber entspannt aus. Es könnte eine Weile dauern, aber das macht mir nichts aus. Solange dieser Neuanfang kommt, wird es mir gut gehen. Hast du nicht das Gefühl, dass du ihn zurücklässt? Fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. Versteh mich nicht falsch, ich hätte mein Leben mit ihm hier verbracht, wenn ich die Chance dazu gehabt hätte. Aber so ist es nicht gelaufen. Genauso wie du deine Mutter verloren hast. Wenn uns jemand, den wir lieben, weggenommen wird, müssen wir vorwärts gehen. Nicht um denjenigen zurückzulassen, sondern um ihn mit uns in etwas Neues zu tragen. Wir müssen eine neue Art von Freude für unser Herz finden. Ein Lächeln umspielte meine Lippen. Meine Mutter hat meinem Vater etwas Ähnliches erzählt, bevor sie gestorben ist, sagte ich. Katie legte den Kopf schief. Du redest wieder mit deinem Vater? Ich versuche es, sagte ich und spürte, wie mein Herz warm wurde. Ich glaube, wir kommen voran. Was ist mit dir und Lukas? Ich starrte auf meine Schuhe. Er redet nicht mit mir. Es war dumm von mir, ihm zu sagen, dass ich nicht mit ihm zusammen sein will. Ich hatte Angst und habe einen großen Fehler gemacht. Und er ist verletzt? Ich nickte. Zu verletzt, um mich überhaupt anzusehen. Das bedeutet, dass es ihm noch wichtig ist, sagte sie mit leuchtenden Augen. Wenn es ihm egal wäre, würde es ihn nicht stören und er wäre freundlich. Ich denke, ich sollte ihm Zeit geben, um. Wenn ich noch eine Minute mit dem Menschen haben könnte, den ich liebe, sagte Katie mit leuchtenden Augen, würde ich alles für diesen Moment tun. Carrie, ich will nicht, dass du dir diese Chance entgehen lässt, weil du Angst hast, du könntest es vermasseln. Ich biss mir auf die Lippe. Er ist mir aus dem Weg gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch Gefühle für mich hat. Das wirst du erst wissen, wenn du ihn fragst, sagte sie und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Lass dir die Liebe nicht durch die Finger gleiten, wenn es noch eine Chance gibt, Süße. Sag ihm, was du fühlst und sprich mit ihm. Wenn er dasselbe für dich empfindet, kann er dir verzeihen, dass du Angst hattest. Ist die wahre Liebe nicht das Risiko wert? Ist er das Risiko nicht wert? Ich erinnerte mich an unseren ersten Kuss und ein warmes Gefühl durchflutete mich. So etwas hatte ich noch nie für jemanden empfunden und tief in meinem Inneren wusste ich, dass Lukas meine andere Hälfte war. Auch wenn jeder Nerv in meinem Körper Angst hatte, hatte sie recht, dass er das Risiko wert war. Danke, Katie, sagte ich, beugte mich vor und umarmte sie herzlich. Und damit stand ich auf und machte mich auf den Weg zu dem Mann, den ich liebte. Kapitel 26 Als All of Me von John Legend durch den Beisaal halte, lehnte ich mich in meinem Stuhl am Tisch der Hochzeitsgesellschaft zurück und sah zu, wie Gina mit Chris ihren ersten Tanz als Ehepaar tanzte. Eine Sekunde später musste ich mir ein Lachen verkneifen, da Chris seiner Frau versehentlich auf den Zeh getreten war. Ich hörte, wie er eine Entschuldigung murmelte, aber Gina schien das nicht zu stören. Sie lachte und sagte etwas von Rache, während sie ihn ansah, als wäre er das Einzige, was für sie zählte. Ich schaute zu Lukas hinüber, der zwei Sitze von mir entfernt auf der anderen Seite von Ellen saß, die zwischen uns war und auf ihr Handy starrte. Wahrscheinlich schaute sie wieder nach ihren Kindern, wie sie es alle zwei Minuten tat. Obwohl sie davon sprach, einen Abend unter Erwachsenen zu genießen, schien es ihr schwer zu fallen, sich von ihren Kindern zu lösen. Lukas wich meinem Blick immer noch aus, aber ich hatte ihn ein paar Mal dabei erwischt, wie er in meine Richtung schaute, und fragte mich, wie lange ich wohl warten müsste, bis ich ihn allein zum Reden erwischen würde. Nach dem Gespräch mit Katie stand für mich fest, dass ich ihm sagen musste, dass es mir leid tat, ihn weggestoßen zu haben, und dass ich die Chance haben wollte, alles wieder gut zu machen. Als das Lied weiterlief, holte ich tief Luft und beugte mich zu Lukas hinüber, aber in diesem Moment hob Ellen ihren Kopf und lächelte mich an. Habe ich dir schon gesagt, wie schön es ist, zur Abwechslung mal unter Erwachsenen zu sein, fragte sie zum hundertsten Mal an diesem Abend. Ich kann mich nicht erinnern, wann Henry und ich das letzte Mal zusammen einen Abend ohne die Kinder verbracht haben. Sie winkte ihrem Mann auf der anderen Seite des Raumes zu, der ihr zurückwinkte, und mir gelang ein Lächeln. Sie sind gerade beim Babysitter, sagte sie, wobei sie ignorierte, dass sie mir das schon mehrmals gesagt hatte. Ich frage mich, ob die Kinder gerne zu einer Hochzeit gekommen wären. Vielleicht wären sie aber auch überwältigt. Was denkst du, Carrie? Vielleicht, sagte ich und ließ meinen Blick an Ellen vorbeischweifen, wo ich Lukas entdeckte, der mich ansah. Als er nicht wegschaute, fühlte ich mein Herz flattern. Er schenkte mir ein kleines Grinsen und nickte zu Ellen, die darüber sprach, dass Champagner zu trinken viel besser sei als Windeln zu wechseln. Fortschritt Lukas, könnten wir Oh, schau mal, Ellen klammerte sich an meinen Arm und deutete auf den Bildschirm ihres Handys. Henry hat mir gerade ein Bild geschickt, das ihm der Babysitter geschickt hat. Schau mal, wie süß. Ich glaube, sie vermissen uns. Meinst du nicht auch, dass sie uns vermissen? Ähm, ich warf einen Blick auf das Foto von zwei kleinen Kindern, die sich gegenseitig anstarrten, während sie beide denselben Stoff-Teddybeeren umklammerten. Na ja. Sie fragen sich bestimmt, wo wir sind, rief sie und hielt mir ihr Handy hin. Ich schaute so höflich wie möglich auf das neue Bild auf dem Display vor mir. Ihre beiden Kinder strahlten in die Kamera und ich warf einen Blick auf Lukas, der amüsiert schien. Ich bin sicher, die Kinder freuen sich, dass ihr einen Abend für euch allein habt, sagte ich in der Hoffnung, ihre offensichtlichen Schuldgefühle zu lindern. Auf der Tanzfläche ging Ginas Vater zum Vater-Tochter-Tanz zu ihr hinüber. Ich beobachtete die beiden einen Moment lang und schaute dann quer durch den Raum nach meinem Vater. Ich sah, wie er sich mit Jan unterhielt, die über etwas lachte, was er sagte. Seitdem mein Vater wieder geheiratet hatte, hatte ich die Verbindung, die wir gehabt hatten, versäumt. Aber er hatte mir verziehen und wir waren uns wieder näher gekommen. Jan hatte mich sogar für nächste Woche zum Essen eingeladen, was sehr nett war. Warte, ich muss Henry dieses neue Foto zeigen, sagte Ellen, sprang auf und eilte zu ihrem Mann hinüber. Als ich zu Lukas hinübersah, war diesmal niemand in der Mitte, der mich blockierte. Hallo, sagte ich. Hallo, sagte er. Ich hatte so viel zu sagen, aber keine Ahnung, wie ich es sagen sollte. Ich musste ihm alles sagen, aber es kam mir komisch vor, mit all meinen Gefühlen herauszuplatzen. Meinst du, Ginas Füße haben den ersten Tanz mit Chris überlebt, scherzte ich. Er grinste. Ich bin überrascht, dass er nicht auf ihr Kleid getreten ist. Es geschehen tatsächlich Wunder, sagte ich und hatte das Gefühl, dass wir unseren alten Rhythmus wiederfanden. Okay, es war Zeit, mein Herz zu öffnen, es auf den Hackplatz zu legen und zu hoffen, dass es nicht zerhackt wurde. Ich kaute auf meiner Lippe, als ich ihn ansah und fragte mich, ob mir meine Nervosität ins Gesicht geschrieben stand. Willst du tanzen? fragte er ganz plötzlich. Klar, ich schaute auf und sah eine Handvoll Leute, die sich auf die jetzt für alle geöffnete Tanzfläche begaben. Ich brauchte diese Chance, ihm nahe zu sein. Er nahm meine Hand, führte mich auf die Tanzfläche und zog mich in seine Arme, damit wir uns gemeinsam bewegen konnten. Während er mich festhielt, ging mir alles durch den Kopf, was ich ihm sagen wollte. Ich wusste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Es gibt etwas, worüber ich mit dir reden muss, begann er und sein Mund war so nah an meinem Ohr, dass ich die Wärme seines Atems auf meiner Haut spüren konnte. Zitter! Ich hob meine Wimpern. Ja? Ja, sagte er und holte Tiefluft. Ich möchte mich entschuldigen. Mir fiel die Kinnlade herunter. Es tut dir leid? Was? Dass ich dich zu schnell gedrängt habe, erklärte er, wobei Schmerz über seine hübschen Züge glitt. Ich weiß, wie schwer es für dich war, deine Mutter zu verlieren. Ich hätte dir den Raum geben sollen, den du brauchst. Ich bin wieder in dein Leben getreten und habe versucht, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben und wie du gesagt hast. Ich habe dich zu sehr gedrängt. Lukas, ich. Bitte verzeih mir, flüsterte er mit heiserer Stimme. Ich habe dir keine andere Wahl gelassen, als mich von dir zu stoßen. Ich bedauere es, Carrie. Wenn ich zurückgehen und die Dinge ändern könnte, würde ich es tun. Du bist nicht derjenige, der es vermasselt hat, erwiderte ich und legte einen Finger auf seine Lippen, um ihn davon abzuhalten, fortzufahren. Ich bin diejenige, der es leidtun sollte. Es muss dir nicht leidtun, sagte er und ließ seine Stirn auf meine sinken. Aber das tut es, beharrte ich, hob meine Wimpern und sah in diese haselnussbraunen Augen. Ich hätte dir an diesem Tag nie sagen sollen, dass du gehen sollst. Ich habe es seitdem bereut. Aber ich hatte Angst. Vor was? Vor mir? Nein, du bist meine Freude, sagte ich kopfschüttelnd. Du machst alles besser, wenn ich mit dir zusammen bin. Er streichelte meine Wange. Was dann? Ich schluckte den Kloss in meinem Hals hinunter. Ich hatte Angst, dass ein Leben ohne meine Mutter bedeuten würde, dass ich sie nicht von ganzem Herzen liebe. Ich dachte, wenn ich zu ihrem Grab ginge, würde ich damit sagen, dass es für mich in Ordnung ist, dass sie gestorben ist. Es tut mir so leid, sagte er. Jetzt ist mir klar, dass sie noch hier wäre, wenn es nach mir ginge. Aber so ist es nicht. Wenn ich mit dem Leben weitermache, einen neuen Job finde, mich verliebe oder heirate, mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich diese Worte aussprach, denn Lukas lächelte mich wissend an. Ich werde sie in meinem Herzen tragen, bei jedem Schritt. Natürlich wirst du das, sagte er und drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Ich habe dich vermisst, murmelte ich, schlang meine Arme um seinen Hals und drückte mich an seine Brust. Ich vermisse die Art, wie du lächelst, wie du lachst, wie du neben mir auf der Couch sitzt, wenn wir Filme schauen. Ich vermisse sogar deine Katze, die übrigens wieder eine meiner Pflanzen gefressen hat. Er lachte, seine Augen leuchteten, als er auf mich herabblickte. Du meinst es ernst? Ja, sie hat die Tomatenpflanze gefressen. Er schüttelte den Kopf. Hast du es ernst gemeint, dass du mich vermisst? So sehr, dass es wehtut, sagte ich und atmete tief durch. Ich liebe dich, Lukas. Ich verspreche, dass ich nicht zulassen werde, dass uns wieder etwas in die Quere kommt. Ich liebe dich auch, sagte er und presste seinen Mund auf meinen. Er küsste mich sanft, genau hier, vor allen Leuten. Mein Bauch schlug ein Rad. Ich lächelte gegen seine Lippen und küsste ihn dann wieder, während ich mich in ihm verlor. Und von irgendwo im Raum erfüllte plötzlich der Duft von Flieder meine Sinne. Ich zog mich zurück und sah mich um. Katie hatte keinen Flieder in die Sträuße gesteckt, sonst hätte ich es bemerkt. Und natürlich gab es in meiner Nähe nichts, was diesen Duft hätte verströmen können. Und doch. Ich lächelte, denn ich wusste, woher dieser blumige Duft kam. Die Frau, die Freude für mein Herz wollte, so wie sie es für jeden tat, den sie zurückgelassen hatte. Geht es dir gut? Fragte Lukas und nahm mein Gesicht in seine Hände. Ja, jetzt, wo du zu mir zurückgekommen bist, antwortete ich und stellte mich auf die Zehenspitzen, um ihn erneut zu küssen. Ich drückte meine Lippen auf seine und sein Mund eroberte meinen mit dem süßesten Kuss, der Liebe für ein ganzes Leben und darüber hinaus versprach. Ich schlang meine Arme um seinen Hals und blickte in seine haselnussbraunen Augen. Wir lächelten und wiegten uns im Takt der Musik, während uns der Duft von Flieder umgab. Epilog Ich kann nicht glauben, dass ihr mir an meinem Geburtstag so viel Mühe macht, grummelte ich neckend, als ich aus dem Personalraum von Total Fit trat, um mich umzusehen. Wir halten dich nur fit, jetzt, wo du in dein drittes Jahrzehnt gehst, scherzte Kennedy und legte einen Arm um Steve. Und ein Geburtstag macht mehr Spaß mit einem kleinen Abenteuer, sagte Erika, kuschelte sich an George und biss in einen der Marshmallow-Futsche-Riegel, die sie mir von Berniers Bäckerei mitgebracht hatte. Wenn du nicht alle Geschenke finden kannst, kann ich dir helfen, sagte Date und lächelte mich an. Ich war mir sicher, dass diese Schatzsuche seine Idee gewesen war. Als Kind hatte er sie immer für mich organisiert, also hatte ich keinen Zweifel, dass er auch hinter dieser Erwachsenenversion steckte. Er und Jan standen Hand in Hand da, und zum ersten Mal, seit sie geheiratet hatten, störte mich das nicht. Ich war sogar froh, meinen Vater so glücklich zu sehen. Es würde eine Weile dauern, bis ich mich ganz daran gewöhnt hatte, dass er mit ihr zusammen war, aber ich spürte keinen Verrat mehr, wenn ich den Ring an seinem Finger sah. Das war ein guter Anfang. Okay, wo soll ich suchen? Ich stolperte durch das Total Fit Fitness Studio. Nick hatte uns erlaubt, das Studio für meine Geburtstagsfeier zu nutzen, da ich immer Teil der Gang hier sein würde, und er war sogar mit seiner Frau Missy Peters gekommen. Ja, diese Missy Peters, das ehemalige Supermodel, die jetzt eine gehobene Bekleidungsboutique in der Nähe besaß. Ich ging zu dem Blumenstrauß hinüber, den Katie für mich gemacht hatte und der, wie ich es mir gewünscht hatte, hauptsächlich aus Flieder bestand. Als ich die Blumen vorsichtig auseinanderschob, fand ich einen kleinen Umschlag. Ich habe einen Hinweis gefunden, sagte ich. Das hast du toll gemacht, rief Katie und grinste, als sie sah, wie ich ihn öffnete. Darin war ein gerahmtes Bild von Lukas und mir von der Hochzeit, wie wir lächelnd tanzten. Das ist wunderbar, sagte ich und umarmte sie kurz. Sieh nur, Lukas, wie süß ist das? Als Lukas rüberkam, um es sich anzusehen, musste ich an die anderen Bilder denken, die Katie mir heute von Christmas Mountain in Montana gezeigt hatte, wo sie bald hinziehen würde. Die Bergstadt sah so idyllisch aus, wie man es sich nur wünschen konnte. Ich warnte sie, dass ich sie besuchen würde, sobald ich die Gelegenheit dazu hätte. Sie schien glücklich zu sein und ich war froh. Tolles Bild, sagte Lukas, drückte mir einen Kuss auf den Kopf und schlang seinen Arm um meine Taille. Soll ich dir helfen, den Rest der Geschenke zu finden? Wer es findet, darf es behalten. Netter Versuch. Du bekommst keines meiner Geschenke, sagte ich spielerisch, aber dann nickte ich. Eigentlich könnte ich deinen Orientierungssinn gebrauchen. Als ich durch das Fitnessstudio ging, fand ich die restlichen Geschenke, die sie alle so freundlich für mich mitgebracht hatten. Einen Wort des Tageskalender von Kennedy und Steve, mit Schokolade überzogene Macadamianüsse, die Gina und Chris von ihrer Hochzeitsreise nach Kauai geschickt hatten, wo sie immer noch waren, eine neue Kaffeemaschine von Erika und Josh und einen Gutschein für ein Nagelstudio von Tante Elaine. Und dann, schließlich, fand ich das letzte Päckchen. Eine winzige Schachtel mit einem kleinen Umschlag, auf dessen Vorderseite der Buchstabe L stand, der mir sagte, dass dieses Geschenk von Lukas stammte. Das hier ist von mir, sagte er, als könnte ich es nicht erraten. Was ist das? fragte ich, als sich alle um mich herum versammelten. Ich warf ihm einen komischen Blick zu. Was hast du getan? Mach es auf, drängte er, während sich ein Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete. Ich öffnete den Zettel und mein Herz setzte einen Schlag aus. Oben auf der Karte standen in Blockschrift die Worte das Hochzeitsversprechen über diesen wenigen Zeilen. Vor langer Zeit gaben wir uns ein Versprechen, das eingelöst werden soll. Also alles Gute zum Geburtstag, Carrie Anne. Du bist einfach wundervoll. Oh, sagte ich, steckte die Karte in meine Tasche und öffnete die kleine weiße Schachtel. Darin öffnete sich wiederum eine Samtschachtel und ich schnappte nach Luft. Ein Diamantring mit Smeraktschliff auf einem Platinband leuchtete mir entgegen. Ich stieß einen Schrei der Überraschung aus. Oh, Lukas, rief ich, drehte mich zu ihm um und sah, dass er neben mir auf ein Knie gegangen war. Alles Gute zum Dreißigsten, Carrie, sagte er, seiner haselnussbraunen Augen auf meine gerichtet. Willst du mich heiraten? Ich habe lange darauf gewartet, dass du mich das fragst, sagte ich und biss mir auf die Unterlippe. Er lächelte. Werde ich lange auf die Antwort warten müssen? Ich schüttelte den Kopf. Ja, ich würde dich liebend gerne heiraten. Er nahm mir die Ringschachtel ab und steckte mir den Ring an den Finger. Ich stürzte mich in seine Arme und umarmte ihn mit aller Kraft. Alle jubelten und begannen zu klatschen, als er mich vom Boden hochhob und mich immer wieder herumwirbelte. Du weißt, dass ich meine Versprechen immer halte, flüsterte Lukas. Mein Bauch flatterte. Ich bin froh, das zu wissen. Ich klammerte mich an Lukas und lachte, während mir gleichzeitig Tränen der Freude in die Augen stiegen. Das war es, wovon meine Mutter gesprochen hatte, als sie meinem Vater von Freude und Liebe erzählt hatte. Und ich küsste Lukas erneut mit all der Freude in meinem Herzen, während alle, die ich liebte, um uns versammelt waren. Ende Susanne Hattler ist eine Bestseller-Autorin der New York Times und von USA Today, die humorvolle, gefühlsbetonte, zeitgenössische Romantik für Erwachsene sowie Romane für Heranwachsende schreibt. Viele ihrer Bücher werden ins Spanische und ins Deutsche übersetzt. Da sie von Natur aus Optimistin ist, glaubt sie, dass das Leben überraschend ist, Menschen faszinierend sind und Fantasie grenzenlos. Gerne verbringt sie ihre Zeit mit den Hauptfiguren ihrer Geschichten und hofft, dass sie das genauso gerne tun.